So, jetzt ist die Frage, ob ... Off. Ich bin direkt wieder online gewesen. Ihr müsst eigentlich nicht mal F5 drücken. Ich bin direkt wieder da. Chat, so ist es jahres gewesen. Ich bin direkt wieder offline. Wir starten Season 10. Keine Season 10. Ja, das ... Ich hatte noch 20 Sekunden von Counter-Strike als Verzögerung drin. Die hab ich jetzt mal rausgenommen. Weil das ist dann ein bisschen blöd. Ich will lieber direkt mit euch reden, Chat. Denn, äh, ich glaube, wenn wir mal so zwischendurch eine Frage stellen, und das wird mit Sicherheit vorkommen, dann wollen wir nicht immer 20 Sekunden warten, bis ihr uns die Antwort darauf gebt. Deswegen hast du auch die ganze Zeit geredet, obwohl du zugehört hast in TS. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ah, ja. Also bildlich hast du geredet. Vielen lieben Dank für all die Leute, die denken, hey, wir supporten gerade mal bei Twitch hart rein. Das ist gerade extrem viel. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch allen. Und wir starten jetzt sofort auch. Der Server ist gestartet. Sobald wir gejoint sind, ähm, würde ich sagen, mach ich die Tageszeit wieder auf morgen. Weil der Server läuft jetzt natürlich schon ein bisschen länger. Und ab dann benutze ich keine OP-Befehle mehr. Außer jemand lässt meine Kühe explodieren. Deine Panda-Bären, Peter. Ja, zum Beispiel. Panda-Bears. Ich kippe mal auf Join. Spielen alle ohne Texture-Pack oder mit? Also ich hab jetzt mal keins. Also ich hab ganz viel vorgeschlagen bekommen. Fand die Idee von quasi Vanilla, aber doch ganz cool. Und das kann man ja eigentlich immer unter Fly wechseln. Ich hab jetzt auch gerade nochmal geguckt, das sieht gar nicht so viel anders aus. Der Shader macht echt viel. Ich find's ganz hübsch. Also ich hab jetzt auch tatsächlich ein Vanilla-Texture-Pack mit Shadern. Und wir sind jetzt hier das erste Mal in dieser neuen Survival-Welt, die gerade erst, äh, generiert wurde. Der Server hat dir gesagt, du sollst bitte diskonik. Was? Server, ey, Zep, add Zep bitte DC. Wieso sagt denn der Server so was? Hä? Was? Was? Oh. Ich war das nicht. Hast du keinen Corona-Test abgegeben vorher? Ähm, hä? Ich bin ein bisschen zu laut. Ich mach mich leiser. Sonst mal, hab ich mein Visum nicht verlängert? Oder meine Esther? Meine Esther ist ausgelaufen im letzten Monat. Shit. Dann hat Domi wieder seine Finger runter. Also ich hab den Server eigentlich aufgesetzt, aber Zep hat gerade nochmal seine Nitrado-Deals hier, seine Nitrado-Verbindungen spielen lassen. Ah, okay. Und vielleicht wird der Server jetzt nochmal geupgradet. Würde er gerne machen, dann würde sich die IP ändern. Alter, wie sick. Okay, dann verzögert sich das gerade jetzt nochmal kurz. Dann gehen wir alle nochmal raus. Wie nice. Ja, war auch schön. Sah gut aus, ne? Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Mega gut. Das war unser Live-Minecraft-Spielen. Ey, danke hier einfach mal an Nitrado, die hier einfach am Valentinstag sonntags um 19 Uhr hier uns supporten. Also Dankeschön an Madplex hier von Nitrado. Stimmt, heute ist ja auch Valentinstag. Ja. Oh ja. Vielen lieben Dank, Nitrado. Auch, dass wir diese ganzen Server nutzen dürfen. Ähm, okay, dann warten wir darauf, dass er dir das Go gibt. Ja, also du stehst mit ihm im Discord in Kontakt. Dann können wir ja nochmal ein bisschen quatschen. Also, habt ihr euch schon überlegt, was ihr machen wollt? Ja. Nee. Was willst du machen? Also nachdem ich jetzt das mit den Pandan noch gehört habe, passt das umso besser, weil ich wollte nämlich einen japanischen Tempel bauen. Und da habe ich voll Bock drauf. Und da so ein bisschen drumrum halt noch japanisch angehaucht. Vielleicht so eine kleine japanische City oder Ecke. Hätte ich mal Bock drauf. Ah, ist ja schön. Und so ein Panda passt da ja ganz gut rein. Vielleicht so mit Anime-Sachen, ne, damit Peter sich auch wohlfühlt, wenn er mal vorbeikommt. Okay, Christian, hast du dir schon was überlegt? Nee, es kommt so ein bisschen darauf an, finde ich, was es denn so für neue Sachen überhaupt gibt. Also, es gab ja zum Beispiel das Nether-Update. Ähm, da will man dann ja gucken gehen. Großartig bauen. Hm. Weiß ich noch nicht. Vielleicht, so, weißt du, so ein Aquazoo oder so vielleicht. Ja, du kannst ja easy jetzt die ganzen, also es gibt ja auch Schildkröten, Delfine. Ja, eben. Es gibt Fische, die du mit Eimern von A nach B transportieren kannst. Cool. Äh, also, dankeschön Senpai Marlin für 50 Euro Trinkgeld. Und dankeschön an alle, die gerade Neues haben oder Subs verschenken. Ganz herzlichen Dank. Spinnen gibt's jetzt auch, nice. Boah, Spinnen, ey. Geh weg mit Spinnen. Ich hab mir auch ein, zwei Fotos runtergeladen, äh, von Sachen, die ich ganz hübsch fand. Aber da geht's dann mehr so um, ja, etwas klassischere Häuser beziehungsweise in, in Felsen geschlagene Wohnungen. Also, ich möchte erst mal ganz entspannt anfangen und dann mal so ein bisschen, ein bisschen sich treiben lassen, sag ich jetzt mal. Ich hab nur letztens festgestellt, es gibt sehr viel mehr, ähm, Risse und größere. Und ich hab, wenn ich mir überlege, wie wir früher gefarmt haben, weil es noch dieses Trip-Mining, was wir immer gemacht haben, so auf Höhe 11, ich glaub, das brauchst du gar nicht mehr so krass. Du gehst einfach in so einen Riss rein, da findest du ja zumindest schon mal Eisen, Gold und den ganzen Kladatsch. Ich glaub, auf Diamanthöhe auch quasi direkt, ne? Ja, je nachdem, welcher Riss das ist. Aber ich glaube, so dieses Trip-Mining, weiß ich gar nicht, ob man das noch überhaupt so macht. Also, ich versuch das zu vermeiden. Nee, es gibt jetzt einen neuen Update. Außer ich brauch Stein. Also, ich mein jetzt nicht das Höhlen-Update, aber diese, also, die Risse, die man findet, die sind schon krass. Doch, eigentlich schon. Krasser als die, die wir kennen. Ja, man macht immer noch scheinbar Trip-Mining. Ja, das kommt halt drauf an, ob du irgendwie krasse Diamantrissungen und Sachen haben willst. Also, ob wir krass equippend sein wollen, ne? Ich mein, Trip-Mining ist immer noch das Beste, um Diamanten zu finden, aber wahrscheinlich auch das Langweiligste, um Diamanten zu finden. Es gibt in Nether-Netherite was besser ist als Diamant. Lol, was? Es gibt was, was besser ist als Diamant? Was? Das hab ich auch schon gehört, ja. Okay. Dafür musst du dann Diamant-Sachen, glaube ich, weiterverarbeiten an einem Schmiedetisch oder so ähnlich. Cool. Den hab ich auch schon gesehen. Hab ich mich gefragt, wie das funktioniert hat und hab schnell wieder das Spiel ausgemacht. Ich hab nur ein paar Sachen mal vorher nachgelesen. Nether-Reed. Wie wird das ausgesprochen? Nether-Ride? Nether-Reed? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Nether-Reed. 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 Okay. Nether-Reed. Nether-Reed. Nein, Nether-Reed. Das ist doch ganz klar. Christian, willst du eigentlich keine Monster-Farm bauen? Ja, fände ich ganz cool, sich da mal dann anzugucken, vielleicht auch mal im Chat, ob es durch die neuen, durch die Updates, ob es da irgendwie einen anderen Weg gibt. Also ich glaub, den gab's damals schon, aber was so jetzt das Effizienteste wäre, ich glaub, das können wir uns dann gerne mal angucken. Oder so Tier-Farm, hatten wir nicht auch mal so eine Chicken-Farm oder sowas? Oh ja. Vielleicht sowas ja auch. Oh ja. Tier-Farm gibt's ohne Ende. Hatten die nicht Jay und Peter oder so? Monster-Farm hab ich deswegen, komm ich deswegen drauf, weil ich mir letztens noch mal so ein paar Best-ofs von den alten Seasons angeguckt hab und da ist mir dabei aufgefallen, dass Christian bei fast jeder Season, wo er teilgenommen hat, eine Monster-Farm gebaut hat. Ja, so konnte man immer schön leveln. Ja. Hat nur drei Jahre gebaut, bis die fertig war. Ich hab ein GIF oder ein Video gesehen von einer Monster-Farm, wo dann, bevor die ganzen Sachen in eine Truhe transportiert werden, werden die an einer Honigwand entlang gefahren, damit du dir die angucken kannst. Was? Du stehst quasi in deinem Haus und dann hast du so eine große Honigwand und von oben kommen all die Sachen an dieser Wand, die da dran kleben, so runtergefahren und du kannst dir angucken, was durch die Mobs alles gespawnt ist. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ja. Kann ich mir ganz cool vorstellen. Den von Debitoy. Okay. Manche haben im Chat gefragt, was ich für einen Shader drauf habe. Ich weiß nicht, wie das bei den ... Also Sepp hat sich das, glaube ich, auch geholt. Naja. Was hattest du? Du hattest das auch. Okay. Also Vanilla Texture Pack mit Optifine und, wie heißt das? Zeus Shader? Zeus oder Zeus. Irgendwie was. Zeus, glaube ich, wird's geschrieben. Okay. Ja, ist die Java-Version. Die Java-Version. Ja, genau. Ja, ich bin leiser geworden im Vergleich zum Start des Streams. Mir wurde gesagt, ich bin im Vergleich zu den anderen zu laut. Gerade wird sich übrigens noch um den Server kurz gekümmert. Der wird noch kurz ein bisschen abgegradet. Wir hatten, damit der nicht die Puste ausgeht. Ja. Ist ready. Wir haben das Go von Nitrado. Vielen lieben Dank hier auch nochmal an der Stelle. Ganz herzlichen Dank. Die IP hat sich jetzt geändert, meinst du? Ja, hatte ich dir. im Discord geschickt. Im Discord. Schmutzkort. Nein, TeamSpeak. Ah ja. Sehr gut. Alter, er hat sogar den gleichen Seed erstellt. Mensch, ist das geil. Er hat, glaube ich, ein Save-Game gekauft. Wo wir noch gar nichts, wir haben noch überhaupt nichts mit diesem Seed an der Backe. Vielen lieben Dank an alle, die gerade, die gerade, what the fuck. Peter ist in mir. Nice. Aber wirklich. So. Warte mal, ich kann euch schlagen. Behold! Moment. Einmal jetzt. noch am Anfang auf Morgens stellen. Unsere Welt. Jetzt muss ich mal gucken, ob das bei dir anders aussieht wie bei mir. Direkt am Ozean. Schick. Na ja. Auf der anderen Seite auch Ozean. What the fuck. Oh, eine Insel. Aquazoo. Ich würde sagen, wir gehen erst mal mit dem Boot unterwegs zum Festland suchen. Wieso das denn? Das ist nicht ein bisschen klar. Also ist es nicht klein, wenn das hier eine Insel ist? Noch ist das hier nicht confirmed, dass das eine Insel ist. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre jetzt schon hier. So schnell kann man das jetzt auch wieder nicht sehen. Das geht in die Richtung wahrscheinlich unendlich. Hier ist einfach nur so eine Engstelle. Weißt du, wie bei einer Civilization Map. Guck mal, ist das hier, sind das hier die Mammutbeime, oder? Oder nee, Panama ist hier. So. Ähm. aber gab es die nicht nur im Dschungel? Aber die sind vier Brei, also vier dick. Wir brauchen erst mal Sachen. Hier sind doch riesengroße Pilze. Aber die kann, ich glaube, die kann ich vorher schon. Hey, das Wasser sieht voll crazy aus. Ja, das sieht echt ganz gut aus. Unterwasser ist, Alter, Unterwasser ist ja mega geil, wenn die Sonnenstrahlen da so durchkommen. Oh, die Grafik ist schon sick. Finde ich total nice. Weißt du, die Blöcke sehen auch super verpixelt aus, aber alles ist super fancy. Das Schöne ist, dass es auch flüssig läuft. Ja, das stimmt allerdings. Das war ja immer so ein bisschen für die, für die, das sprach immer so ein bisschen für die Windows 10 Edition, finde ich. Ähm. Aber ist ja eigentlich Quatsch. Scheiße, Beda ist schon eine Standzeit, Alter. Ja. Da bin ich noch nie angekommen. Ich hab, ich hab übrigens auch, es gibt ja unter, in den Optionen gibt's die Möglichkeit, ähm, so Accessibility Settings zu machen. Kannst du den Narrator anmachen, der liest dir dann alles vor, was auf dem Bildschirm steht, wo dein, Swim, Swim, Splash. ist. Ach so. Oder welche, oder die Textsachen, die dann eingeblendet werden. So, jedes Mal, wenn es, wenn es mit Tauben macht. Crafting. 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 Peter, Peter, hast du, hast du eine Gabe für einen armen Menschen? Was willst du? Drei Steine. Fängst du jetzt schon an zu betteln? Ohne Witz, Alter, wie schnell ging das? Warte mal kurz. Äh, ja. Alter, gestern, gestern hab ich auch was, was strange, Stranges erlebt. Das hab ich glaube ich auch noch nicht erlebt in Köln. Ich hab, kann man, was? Ich wollte nur fragen, weil der Chat gerade da nach, ähm, kann man den Seed irgendwo sehen? Äh, das weiß ich nicht. Hab ich gerade, also, Slash Seed. Ähm, gestern, gestern in Köln hab ich Sushi geholt, ne? Erstmal, erst mal nix verwerfliches ja dran. Äh, steh ich da, warte da drauf, dass meine Frau den Sushi aus dem Laden holt. Äh, Julius hinten, hinten drin, ist am pennen zum Glück. Und dann kloppt auf einmal einer an meiner Scheibe, ähm, Mann mittleren Alters. Der wollte endlich mal ein Foto. Er fragt mich, ob er, nee, wollte er, wollte er sechs Euro haben. Ich so, hä? Wie, sechs Euro? Ja, er hätte, er hätte im Parkhaus, äh, fehlt ihm sechs Euro, damit er rauskommt. Er kommt nicht raus. Das ist doch so eine klassische Nummer, oder? Am Neumarkt war da direkt neben dem Parkhaus, da wo dieses Parkhaus in der zweiten Reihe da ist. Und dann dachte ich so, das scheinlich. Ich wäre exakt der Typ, der dem eiskalt sieben Euro in der Hand drückt, damit er sechs Euro hat und noch einen Euro über. Ja, dann hab ich über sechs Euro gegeben und er war, er war übelst happy, weißt du, oh, du hast meinen Tag gerettet, ne? Sonst wären wir jetzt hier gar nicht weggekommen und so. Und dann sind wir direkt zur Tanke gerannt. Ne, so sah er nicht aus. Das war schon, das war schon, das hat sich direkt Wodka gegönnt. Das war schon ein dritter Typ, also echt so ein netter, äh, wahrscheinlich, äh, ja. Der sah, der war so ein bisschen wie Peter da, wo wir damals gewohnt haben, in der Weidengasse. So einer von denen, die da rumrennen. Echt, ich brauch 100 Euro. Die sollen einen Goldladen haben da. Mehr als 10 Euro hab ich bar nie dabei, leider, Karlsruhe. Wargeld ist immer ein ganz schlimmes Thema. Seid mal, ich steh hier nur rum, was machen wir eigentlich gerade? Ja, ich sammel erst mal so Grundrohstoffe, die ich brauche. Ich hab noch nix gemacht. Ich hab jetzt, ich hab, boah, Alter, Holzspitz. Und dann hab ich mir nachher gedacht, boah, Alter, meinst du, der hat dich verarscht? Ja, das würdest du da mal ganz drüber nachdenken. Ja, hab ich mir auch gedacht. Er hat mir den Brofist gegeben, also er kann mich eigentlich nicht verarscht haben, oder? Nee, dann nicht. Wenn er dir eine Brofist gegeben hat, hat er dadurch gezeigt, dass er eine ganz ehrliche Horde ist. Dass er eine ganz ehrliche Horde ist. Ja, ne, also den Brocode verarscht man doch nicht eigentlich. Ja, seh ich auch so. Sag mal, was ist denn das hier jetzt schon für ein Schmutz? Ja, ich hab jetzt angefangen, hier den Berg abzubauen, damit ich ein bisschen Stein krieg, um daraus Werkzeuge zu machen. An die Seed gab's früher schon. Daraus kann man aber keine Werkzeuge machen, oder? Nee, du musstest Stein, Stein haben dafür. Schmutzstein. Ja, das hab ich mir auch schon gesagt. Was ist denn das hier für ein Bio? Mit so viel Wasser? Ich bin komplett verwirrt. Äh, das ist für Waterworld. Alter, Waterworld. Andesid, Schmutz, Chris, alles klar. Also warum, wofür brauch ich's? Oh Gott. Ja, wobei, kommt immer drauf an, Chad, was wir nachher bauen. Andesid sieht anders aus als Cobblestone. Ich wollte gerade sagen, es geht doch da primär um die Optik, oder? Ja, das ist bestimmt Optikstein. Das ist Dark Oak Forest, wird mir gerade vom Chat gesagt. Dark Oak Forest. Aber dann ist es ja, dann ist es ja, hab ich ja Oak noch nie gesehen, ey. Der Bramley geht schon auch auf den Boden. Nein. Der Oak schon um. So. Ist das noch so, dass Hacken Grundschaden mehr machen als Schwert? Echt? Nee, nee, Peter, der Grundschaden ist glaube ich gar nicht so, kannst du dir anzeigen? Nicht, nicht so krass, aber du. Eine Steinachs macht einen neuen Angriffsschaden, eine Steinschwert macht fünf Angriffsschaden. What? Ist das nicht wegen der Aufladetechnik so viel besser gewesen, dass du insgesamt über drei mehr Schaden hast? Ich hätte noch eine Frage zu dem Attack Speed, den musst du ja dabei nehmen. Ist hoch, gut oder niedrig? Hoch. Ja, dann hat das Schwert 1,6 und die Stone Axe 0,8. Ja, das ist richtig, aber für Tiere brauchst du halt mit der Axt nur einen Schlag, deswegen ist die Angriffsgeschwindigkeit dann scheißegal. Ja, okay. Aber der Chat sagt auch schon, Schwert hat mehr Attack Speed, DPS ist niedrig, okay, okay. Na gut, also für Tiere die Axt, für alle andere das Schwert. Na dann. Alter, klick mal im Inventar auf ein kleines grünes Buch. Ja, das ist Recipe, Bums, da kannst du dir jetzt mal anzeigen lassen, was man so craften kann. Das habe ich schon in der Challenge gehabt. Das gab es früher nur so in so Cheater Mods. Den einzigen Nachteil, den ich da noch, was heißt Nachteil, aber die Verbesserung, die ich da noch sehe, ist, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass, wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, du willst eine Steinpickachs machen, du hast aber nur Holzblöcke und keine Sticks im Inventar, dann geht er nicht hin und macht automatisch erst die Sticks und dann die Steinachs, sondern, das musst du schon vorher fertig machen. Leider nicht. Ich sehe hier, ich stehe hier auf so einem Berg und ich gucke in eine, was ist das, Savanne? Augen? Oh, ähm, meinst du, eher so, hä, Sand? Ne, Sand nicht, ne, so, ich weiß nicht, wie ich da, da könnten dann Löwen spawnen, wenn es welche gäbe, sag ich es mal. Ach so was. Savanne, ja, genau. Gibt's Löwen? Das ist, wo steht der nochmal in welche Richtung, ich gucke. F3 und dann, äh, links. Facing, also es ist bei dem zweiten Absatz, 1, 2, 3, der vierte. Ah ja, also im Süden ist eine Savanne. Ah lol. Ah ja, stimmt, das sieht man auch an den Bäumen, ne? primär an den Bäumen wahrscheinlich. Ich erinnere mich daran, dass wir mal diese Pilze abgebaut haben, aber ich weiß nicht mehr, wieso. Für Pilzsuppe, für braun, genau. Aber mit was haben wir das abgebaut? Wait, 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 aber dort? Die Riesenpilze, oder? Mit einer Hacke, oder? Ja, Moment, bei mir kommt gar nichts raus. Also ich habe fünf rote Pilze jetzt schon. Pilze für schwache Tränke. Nicht aus jedem, ne? Braucht man nicht unbedingt. Nimm Hand, schont die Axt. Was? Ja, scheiß drauf. Hier ist schon eine Höhle. Reicht ja. Hier ist übrigens, ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, du hast auf dem Berg hier oben gestanden, Peter, wo die Kuh thront. Hier ist auch Kohle. Also Kohle habe ich auch schon eingesammelt im Bait hier. Ähm. Das geht ja schnell mit der, mit der Hand auch. Okay, es droppt nicht aus jedem Pilzblock was. Okay, wir machen das so, wenn wir euch was fragen, dann ist das voll geil, wenn ihr antwortet, aber die Mods sind angehalten quasi, dass ihr nicht die ganze Zeit sagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das, you know? Sondern das, das ist dann mehr, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen übertrieben. Peter, und, ja. Mach mal bitte einen Ofen. Ich habe schon einen Ofen. Alter! Brauner Pilz können wir anbauen und dann züchten. Also rot auch, aber braunen. Jetzt glaube ich nicht so schnell. Es wird schon ganz schön dunkel, ne? Ja, ich bin ja auch schon in der Höhle. Okay, wir müssen vielleicht mal die Nacht, haben wir, ich habe auch noch nichts zu essen. Ich habe zwei Äpfel. Ach stimmt, Apfel hatte ich auch einen. Okay, ich habe auf jeden Fall zu wenig Wolle, als dass wir uns irgendwie so ein geiles... Wir haben noch keine Tiere gesehen auch, ne? Ich habe, ja, Kühe habe ich gesehen, ein paar, aber... Ich habe nicht mal eine Fackel, Peter, du hast Kohle. Ich arbeite dran. Ich würde sagen, wir bauen uns hier mal ein. Christian, an dem Berg vorbei, rechts, wo wir gerade waren. Okay. Kann es sein, dass bei den Pilzen... Da kommen aber auch Pilze raus, wenn man die mit der Hand abbaut, oder? Ja, ja, genau. Da, da bist du, da bist du. Ja, eure Namen sind voll schlecht zu lesen, finde ich. Ich sehe Peters Namen gar nicht. Vielleicht liegt das am Shader. Ja, das kann sein. Ah ja doch. Oh, hier sind schon Spinnen. Spinnen, komm her, ich brauche Seile, Bogen und so. Wo bist du? Oh, smart. Wo ist die denn? Zack, Creeper hier rein. Äh, aber hier, irgendwo ist doch hier der... Uh, ist die... wait. Nee, die ist im Berg, die ist im Berg, Christian. Die war schon die ganze Zeit da. Die ist im Berg. Ah, jetzt fangen die Leute schon an zu wetten, wer als erster steht. Hallo, was soll das denn jetzt hier heißen? Also Sepp, ich glaube, wir müssen nicht den ganzen Berg aushöhlen. Aber ich brauche was. Ja gut, das ist ja natürlich was anderes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich habe da mir noch nicht so viel gebaut hier. Äh, ich mache mal hier so... Schwert. Hier ging der... Okay, warte mal. Äh, du hast ja schon so ein Ding gebaut. Okay. Das geht doch. Ja, ja, jawohl. Was fehlt mir fürs Lagerfeuer? Feuer. Nee, stimmt. Das ist doch egal, oder? Campfire heißt das jetzt. Brauchst du Kohle. Ein Kohle in der Mitte, unten drei Holz und oben drei Sticks drüber. Wieso weiß ich nicht, wie ein Campfire geht? Das ist neu. Das habe ich, das habe ich in der Challenge auch erst gesehen. Wieso weiß ich, wieso weiß mein Buch nicht, wie ein Campfire geht? Du musst hier an der, an der Werkzeugkasten stehen. Das Buch zeige ich dir nur an, was du gerade basteln kannst. Das kann sein, ja. Okay, ich hatte eigentlich gelesen, dass man am Feuerfleisch, oh. 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 Ist ja cool. Was denn? Ist das jetzt so wie bei Rust? Lol, das ist wirklich wie bei allen Survival-Spielen. Ja, stimmt. Aber wie komme ich denn da jetzt ran? Oder wie legt man das da rein? Ja, ist noch nicht fertig wahrscheinlich. Also, legst du das mit Rechtsklick rein, oder was? Ja, ich habe es mit Rechtsklick reingelegt. Cool. Ich bin schon fertig. ich habe Hunger. Ja, gönn dir. Der ist noch nicht fertig. Achso, ist noch nicht fertig. lol. Bup. Ah, lol, wenn es fertig ist, dann muss er von nur daneben stehen. Ach, das ploppt raus, oder was? Hä, ist das jetzt Absnacken durch dran vorbeilaufen? Schade. Ich habe noch mehr Fleisch. Das ist richtig. Wie viele Tiere hast du auf dem Gewissen? Ich bin Vegetarier. Echt? Dann kriegst du auch keins von Fleisch. Kann ich dein Fleisch haben? Ja, gönn dir mal. Also, ich kann damit nicht mehr leben. Also, wenn ihr, euer Gewissen so rein ist, dann... Na klar. Es geht hier ums Überleben. Also, das Überleben der Tiere ist auch wichtig. Was buddelt ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Naja, wir müssen ja die Nacht irgendwie rumkriegen. Eisen. Sollen wir nicht rausgehen und fighten? Also, ich meine, hallo? Ja, aber dann sieht man ja auch nichts. Wir spielen auf hart, ne? Also, man kann da ja nicht wirklich erkunden, wenn's nacht ist, oder? Und wir haben halt nicht genug Wolle, um Betten zu bauen. Ich bin ja sicherlich, wir spielen Hardcore, ne? Wir spielen nicht Hardcore. Wir standen da vorhin Hardcore. Wir spielen auf hart. Ja, guck mal, ich spiele mal ein bisschen Monsterfarben. Ich bin da Pussy, also... Ja, ich hab ja noch nichts zu verlieren, weißt du, so... Ich hab... Ich hab ein Stallschwert. Verstehe. Sobald ich ein Eisen... Irgendwie Eisenkram hab, sieht das anders aus. Ja, aber dann stirbst du auch nicht mehr so leicht. Ja, genau. Boah. Hohoho. Zombie einmal hauen, macht zwei Herzen. Das ist schon... Also Chat, nur mal so für euch zur Info, ne? Also, wir haben aktuell geplant, dass wir... ein bis zwei Termine die Woche ausmachen, wo wir safe mit allen drei zocken, aber der Server immer anbleibt. Und wenn jemand abends Bock hat, online zu gehen und zu zocken, dann kann er da mal easy snack machen. Alter, Sepp, hast du mir das ganze Eisen? Wir haben halt nur gesagt, irgendwie wäre halt cool, also man kann halt spielen, wenn man will. Wäre halt nur cool, wenn mindestens einer, streamt, der halt drauf ist. Boah, ich hab sechs Eisen, das ist ja nice. Also, hier sollte ich jetzt nichts verpassen. Wenn ich das abgebaut habe, statt der einfach daneben, weißt du, und dann wird das dem in seinem Inventar geballert. Kein Problem. Weil ich hier Kohle geschürft habe, ja? Und der feine Herr anscheinend Eisen. Oh, Kohle. Ey, draußen ist voll easy, das ist keine Sau, der Mond ist hell, also... Ich weiß nicht, für die Leute, die ganz am Anfang am Start waren, früher haben wir ja häufiger einfach mal mit Minecraft angefangen und waren da selten mit allen. Manchmal sind die anderen noch angefickt worden, manchmal nicht. Ich will mir da jetzt nicht allzu viel Hoffnung machen, äh, aber, ja, Season 4 beispielsweise waren nur Brammen, äh, Hadi und ich am Anfang. Ist das, ähm, ist das ein Shader-Ding, oder ist das mittlerweile, äh, Usos, wenn man die Fackel in der Hand hat, zählt die auch als Lampe? Shader. Weil ich wollte gerade sagen, ich glaub, bei irgendeiner Aufnahme war das ja nicht. Das hat nichts mit dem Shader zu tun, das ist Optifine, da kannst du dynamisches Licht anmachen. Nee, weil ich weiß noch, als wir die Challenges gemacht haben, da sagte Jay, irgendwer sagte da auch so, ja, tu doch einfach die Fackeln in die rechte Hand, da ist halt nichts passiert. Minecraft hat von sich aus keine dynamischen Lichtquellen. Ist ein bisschen lame, aber Optifine regelt hat. Also, wenn man durch so eine Höhle rennt, ist das ja mega nice, wenn du halt einfach eine Fackel in der Hand hast. Ja, finde ich halt auch. Boah, Spinne ist schon uff, ey. Aber, sorry für den Rhypster-Chat, manchmal geht's mir durch. Nein, Peter. Ja, weißt du, was richtig krass ist? War das richtig krass. Guck mal, mein Peel ist Dual-Fackel. Enderman, der größte Held meiner Welt. Du kriegst noch ein bisschen Eisen. Geh mal weiter. Wie hast du denn? Fünf Eisen nochmal gegönnt? Ja, nice. Okay, ich hab so eine richtig kranke Höhle gefunden. Captain Enderman, wenn ich sie nicht angucke, dann sind wir cool. Oder wie war das, ne? Und nicht schlagen. Ich glaube, schlagen ist auch. Da ist ja okay. Weil der Zeug gegen weil da ist okay, da hab ich Verständnis für. Oh, das ist aber schon wirklich dunkel. Junge, Junge. Ja, du musst ein bisschen aufpassen mit dem, also, haben wir ja in den Aufnahmen auch festgestellt, man sieht das am Bildschirm immer sehr viel heller als dann irgendwie in den Aufnahmen beziehungsweise im Stream, deswegen hab ich die Brightness jetzt mal ein bisschen höher gestellt. Die ist bei mir schon auf hell. Oh, die hab ich auf 80% oder so. Oh, da konnte man einstellen. Das ging voll klar. Ja, ja. Brightness hab ich Bright. Für die Aufnahme hat man eigentlich sogar mal gesagt. Ja, war ja die alte Version. Ja, ich hab das Gefühl, der Shader das alles nochmal ein bisschen dunkler machen. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das hat bei mir auch gerade nix geändert. Von 80% auf meinen Shader. das ist ja. Was ist denn dieser rote Stein? Das ist interessant. Ja, hier. Nee, Granit. Was ist das denn? Wieso ist denn Granitrot? Weiß ich nicht. Neben dem Kopf das Granit so gräulich ist oder so. Oh. Ist ja ein Sonnenaufgang so langsam aber sicher. Oh, niemals nach unten graben. Ja, Kenneth, wie finde ich euch denn jetzt wieder? Ich hab so viel Eisen gefunden, Alter. Vielleicht über die Namen, aber wahrscheinlich bist du zu weit weg. Nee, dafür bin ich zu weit. Aber ich komm einfach mal zurück. Ich versuch einfach mal. Wenn keine 20 Minuten gedauert, hab ich mich schon verlaufen. Nice. Oh, scheiße. Oh, ich hör eine Fledermaus. Ich glaub, hier unten brauchen wir können. Ich hab mir auch gerade gedacht, die eine Challenge, die wir gemacht haben, die hätte ich gerade easy rumkriegen können. Ich hab den Apfel, die scheiß Fledermaus und, und, und. Da hab ich von dir gerade Peter. Tschüss, Peter. Oh Gott. Peter gegen ein Skelett. Ach. Peter hat bestimmt das Eisen genutzt, um sich schon ein Schild zu machen, oder nicht? Nein. Er hat mir einen taktischen Rückzug eingegangen. Aber das Schild ist doch mega cool. Ich weiß nicht mehr, wie ein Schild geht. äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Peter, du, du hast da extra so ein Buch, da klickst du auf Seite 2. Ja, ich hab auch nicht mehr an ein Schild gedacht. Und dann? Äh. Äh, ich wollte jetzt. Aber dann kann ich ja kein, äh, kein Dinges mehr in der Hand halten. Das ist dann der Nachteil Das ist richtig Also es sei denn, man könnte irgendwie ein Schild mit Fackel basteln Wo der dran hängt, so ein Feuerschild Aber ich glaube, das gibt's nicht Okay, wenn ein Lagerfeuer abbaut, gibt's irgendwie nur Kohle Hä? Ich glaube, wir können jetzt auch weiterziehen Achso Ja, warte mal, wüsste ich aus meinem Erdlauch Ich bin auch am Rückweg, aber ich bin immer noch nicht aus dem Loch hier raus Vielleicht habe ich hier Einen Riff Aua Irgendwas habe ich hier Oh Gott, Probleme Warte mal, wieso höre ich hier so komische Musik? Ach Nein, die geht einfach so Wieso höre ich hier Horrormusik? Also Skelette ohne Schild sind echt Oh, die machen einen Hatschaden Ich höre Lava Ah, da ist Christian Hey, mit den zwei Pfeilen Ja Also da unten ist ein ganz gutes Höhlensystem drin, muss man sagen Ja, aber der ist auch verschollen Aber wir können ja schon mal weitergehen, der kann ja nachkommen Ja Ähm Habt ihr noch In welche Richtung so ungefähr? In welcher Richtung so ungefähr? Im Sinne von Ja stimmt, ihr wollt ja den Tag nutzen, stimmt Ja, das hätte ich mir im Rufen ein bisschen Wir werden nicht wieder hierhin zurückkommen, oder? Würde ich sagen Okay, ja dann macht das doch eher Sinn Habt ihr noch einen Eisenbarren über? Ja, Sepp hat alle Ich habe keinen Eisenbarren über Ich habe fünf, Peter Ja, du hast die fünf, die ich übrig gelassen habe Genau Also ich habe zwar 34 Eisen hier, aber Da müssen wir halt brennen Boah, Peter, du bist einfach so eiskalt One-Hit-Killer, ne? Der hat die nicht kommen sehen Habt ihr ein Favorite Binom? Ein Binom, wo ihr auch hingehen wollt Nö, da wo Wasser ist Also nicht Eis So ähnlich vielleicht wie hier, nur ein bisschen cliffiger Also Eis fände ich nicht so cool Ja, ne, da bin ich ganz bein Seid ihr raus und dann wohin? Den Berg hoch? Chat, ich habe mich vorbereitet Ich könnte mit der Lava jetzt auch ein Portal machen Das ist ja eigentlich ganz einfach Muss man nur das anderthalb Minuten Video mal gesehen haben Aber hier ist Lava Genau, ihr seid auf dem Berg hoch, ne? Äh, ja, wir sind erst Richtung Westen gegangen Aber gehen sofort Richtung Süden Beziehungsweise warten kurz auf dich hier wahrscheinlich Wo ist denn Westen und wo ist denn Süden? F3 und dann guckst du bei Facing Ist ich das richtig? Das hatte ich ja in Lava Du musst F3 drücken und dann Bei der zweiten Gruppe ist das vierte von oben Facing Doppelpunkt Ja, South Ja, okay West Also ihr seid Südwest, ne? Bei dem Lava? Bei dem Lava? Ja, wir sind erst Richtung Süden gegangen Wir wollen sofort Richtung Westen Zwei Meter gelaufen und hab dich gesehen Also Lama gibt kein Fleisch Hier sieht's ganz schön lame aus Damals kann man zählen Ja, das hab ich mir fast gedacht Aber ich dachte, die geben auch ein bisschen Lamafleisch Sieht ein bisschen Himalaya aus Warum fliegen da Cobblestone-Stellen? Ja, weil Worldbuilding da, glaub ich, Kacke war Ähm, ja und, also ich würd gerne weg von Eis, ehrlich gesagt Ja, ja Oh, hab doch Fleisch gegeben Aber ich bin ja Veganer Also Oh, jetzt bist du auf einmal Veganer Veganer so Vegetarier Nein, 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 Vegetarier Vegetarier ist auch nicht Fisch, ne? Das ist ja Pesketarier Das kann ich mir dann auch überlegen Was für ein Vegetarier ich bin Ja, kannst du da gar nicht, junger Mann Aber da hinten ist doch Wald Also hinter diesem Berg hier vorne ist doch Wald Das ist ja Savannah Das ist Savannah? Was ist denn hier für eine Schwung? Wo seid denn ihr? Folgt ihr mir nicht? Bist du zur Lava gegangen? Ich bin jetzt West Ich bin jetzt, äh, facing south gegangen Ich dachte, du, äh, sagst Bescheid, wenn du bin jetzt so Ey, aber Süden ist doch die Eiswelt, oder nicht? Ne, hier ist keine Eiswelt Ne, da wo die Savanne ist Ja, bei dem Lava vorbei Aber davon dann rechts Schiff, Fiktor, chill Wo ist denn Christoph? Facing south Ja, ich komme am Rand Ich laufe auch gerade nach Saus Ist eigentlich ganz geil Hier ist ein klarer Biomübergang Von Wald zu Savanne Und da ist eine richtige Schweinemeute Ich bin überhaupt nicht weit gegangen Ich warte die ganze Zeit auf euch Da ist Christian Wenn du Schweine töten willst Wait, ist das so nah beieinander hier? Ah ja, okay Guck mal, wie viele Schweine da unten sind Ja, ich weiß halt nicht, wo wir hinwollen Aber hier ist kein Fluss Wäre schon geil, wenn wir uns irgendwo an einem Fluss ansiedeln, oder? Ja, ich gehe da ein bisschen weiter Da finden wir ja mehr Ja Oder ich mache mir mein eigenes Also irgendwie muss ich ja an Delfine kommen Also Wobei mehr hatten wir ja da, wo wir hergekommen sind Das kann ja nicht so weit sein Wie ist denn das, Chat? Kann man Delfine übers Meer Also, ne, anders Übers Land transportieren? Ja, ein Stückchen Ne, kann man nicht Oh Das heißt Ja gut, man könnte natürlich Wenn das Meer in der Nähe ist Trotzdem sich einfach eine Wasserverbindung Basteln Oh, dann heißt Ich müsste dann auch so einen Kanal buddeln Ja, genau Ein Panama-Kanal Hier ist Wasser So ein Graben-Graben Okay Oh, die sieht aber nice Alter, guck dir das mal an Der Berg sieht aus wie so ein Bienenstock Oder ein Ameisenügel oder so Das sieht aus wie händisch oder irgendwie Oder, ja, genau Da haben wir mit dem Schwarzwald ein paar gezien Einer ruft einfach Stopp Wenn er sagt Ich möchte jetzt hier starten Ihr seid in Wir sind an dem Wasser-Ding vorbei, ne? Wir sind an dem Wasser-Ding vorbei Wir sind an dem großen Erdhügel vorbei Auf der linken Seite von dir, Sepp Genau Und dann einfach genau in die Richtung, die du gerade guckst Oh, hier geht's schon wieder runter Ja, hier ist doch schön Hier ist doch auch so ein Flüsschen, Peter Also Gibt Hässle hier aus Da stimme ich dir zu Du hast ja hier Waldgebiet Du hast Savanne Du hast hier so Ähm, Hügelchen Ich find den Hügel sogar eigentlich ganz sexy Wo seid ihr jetzt hin? Achso Ihr lauft aufeinander zu gerade Alter, Peter Du hast eine komplette Eisenrüstung Christian kriegt nicht ein Eisen Ich hab keine komplette Eisenrüstung Ich hab einen Teil gemacht In Harnisch Alter, der komplette Eisenrüstung Ja, natürlich nur den für neun Eis Acht Eisen Und den hatte ich schon gemacht Bevor mich Christian gefragt hat Ey, das ist alles cool Also Ich weiß nicht mehr Also Minecraft ist jetzt kein Spiel Wo Eisenmangel herrscht Diamant wäre jetzt ein bisschen Ähm Suß geworden Aber Hier ist Baby Schaf Hier vorne rechts Ist glaube ich schöner, oder? Ja Also wir sind ja jetzt hier noch Alle super nah beieinander Theoretisch Also ich würde jetzt Was ist mit dem pinken Schaf-Chat? Wieso geht ihr so auf das pinke Schaf ab? Was? Was heißt denn pinkes Schaf? Pinkes Schaf, Peter Hier ist ein pinkes Schaf Hä, das hab ich gar nicht gesehen Pinkes Schaf Ist das nicht ein Schwein? Oh, wenn du das Übelst selten Wenn du das tötest Dann implodiert die Welt Nicht töten, bitte Warum nicht? Okay Ja, weil das super selten ist Und wir das paaren können Ja, und dann Hast du ein blaues Schaf Oder was? Ja, das ist ein mehr pinke Schafe Geil Das ist das, was die Welt braucht Pinke Schafe Nee, ich finde das hier total super Also wir sind hier umringt von Bergen Wir haben hier Flüsse Ich glaube, da hinten ist auch das Meer Also der Fluss wird wahrscheinlich Ja, das ist ein Meer münden Ich höre hier eine Spinne Das heißt, hier ist eine Höhle unter uns Ja, das würde ich wohl auch sagen Ja Oder das war dann Vielleicht war dann auch das Schaf Wer weiß Ich finde es hier super Das hinten, da vorne Das mit dem Fluss Finde ich auch recht schön Ihr appreciated das Schaf Nicht genug Du kannst die auch töten Ah ja, okay Dann mache ich das mal Okay Ach stimmt, warte mal Ein Dorf wäre Da habt ihr natürlich recht So ein Dorf wäre natürlich Richtig sexy Auch nicht schlecht Vielleicht geht einer links auf den Berg Und kann von da aus gucken Also Geht mal hier nach rechts Weil ich denke Schöne Landschaften Wird es eigentlich in so einer Minecraft-Welt öfter geben Hier ist auf jeden Fall eine Höhle Ja, aber der Tag geht uns wieder flöten Ja, dann gehen wir in die Höhle Und gehen weiter buddeln, Peter Dann Nehme ich jetzt ein bisschen Fleisch hier mit Oh, hier ist eine richtig coole Höhle Oh, hier ist eine richtig geile Höhle Mö Also so eine große Mit so einem großen Eingang Wo ist Peter da? Bist du da so links rum? Dorf ist vielleicht ein bisschen Ne, doch, ist ein Dorf Ach, das sind die Hütchen da oben gewesen? Jo Lol Ich dachte, das wären Pilze Ja, liebe Kuh Da tut mir leid, aber jetzt habe ich mit dem Genozid schon angefangen Hier vorne ist auch Strand, also Sand Weil hier kannst du dir auch die Birken snacken, Peter Hier ist Wüste sogar als Biom danach Jo, hier vorne sind noch mehr Häuser Ja, hier sind eine Menge Melonsamen direkt Oh krass Warum nimmst du nicht Bad mit Ja, ich habe schon eins geklaut Die Bergleude hier Guck mal, die haben auch Katzen Und Hühner Mega cool So langsam ist mein Inventar voll Ich kriege jetzt schon Aua Ich annektiere einfach die Hütte hier Wir haben ja einen Kartograf Kartografer-Tisch Was? Kartografie-Table Wie geil, die haben Melonen Ich habe zwei Ich habe drei Karten gefunden Was mache ich damit? Ich klaue mir erst mal die Melonen von denen Die brauche ich bestimmt hier an dem Kartograf-Tisch Nimm das Gras Ja, habe ich schon genommen Geschmeiß die Holzpickackes raus Das ist ja voll das coole Dorf Okay, was mache ich jetzt hier mit so einer Empty Map? Die konntest du doch beschreiben, meine ich Das hatten wir doch mal Du kannst mehrere Karten zusammenballern Und dann kannst du so eine Weltkarte bauen, glaube ich Ja, aber die Empty Map kann ich in den Kartografie-Table tun Äh Hier, Kartografie-Table habe ich hier Im Haus Warte mal, ich bring dir den mit Bin ich irgendwie Ich stehe doch davor Achso, ich dachte, du hast nur die Map Hier sind überall Katzen Ich habe schon zwei gekillt Oh nein Ich wollte wissen, ob die Katzenfleisch geben Nein Hier laufen noch ganz viele andere Katzen rum Oh Weizen mitnehmen Alles klar Hey, was ist das für ein Block? Ja gut hier Heuballen gleich Brot Okay Orange glasierte Keramik What the fuck? Ich habe noch drei Essen Okay, von mir aus können wir uns sofort mal eben hinlegen Und wieder Tag Jetzt weiß ich, was du meintest mit Ich habe eine Karte gezeichnet Ich liege Warte mal, ich muss erst einen Bewohner töten Damit ich mich in sein Bett legen kann Du musst ihn nicht töten Du musst einfach nur dafür sorgen, dass der aufsteckt Also einfach Rechtsklick auf den Map 0 Also ich habe jetzt nicht Was raus ist? Mal eben ihr Haus Dankeschön Ja, ich nehme den Ofen gleich mit Wir schlafen ja mal kurz Hallo Können Sie bitte von meinem Bett runter gehen? Ich möchte Ihren Ofen klauen Ne, klau dem Achso Haben die irgendwo noch einen anderen Ofen? Geheim Season 10 Er ist safe Fuck you Ich kann den Ofen nicht aufnehmen Ach, scheiß auf die Holzkohle Soll ich den nicht einfach nur abbauen? Ne, ne, ich war voll Leute, da hinten ist ein Wüstentempel Ja, moin What? Ja, da hinten ist ein Wüstentempel Wo siehst du denn? Warte mal, habe ich meine Sicht so weit runtergestellt? Ah ja, Render Distance habe ich nur auf 12 Chunks Oh, auf 48 Chunks Na, ich glaube, so viel werden vom Sauber nicht gerendert Aber ich sehe den Wüstentempel immer noch nicht Wo bist du denn? Du bist so oben auf dem Berg, Peter? Oder bist du in deinem Dorf? Ich drehe mal wieder runter Das ist sowieso Quatsch Oh, guck mal Kommt was Nice 30 bitte bereichen 25 Kartoffeln mitnehmen Ja, wollen wir uns dann hier in der Nähe mal ansiedeln? Hier sind noch Karöttchen Ja, finde ich mega gut Ich frage mich gerade, ob ihr in dem gleichen Dorf seid wie ich Was? Ja, jetzt mal ohne Scheiß Ihr seid auf dem Berg, oder? Nee, ja, und dann da runter Und da ist ein, also ein oder zwei Hütten sind auf dem Berg Hier ist ein Brauchstand Nice Und dann seid ihr, und dann seid ihr wohin weiter? Das Dorf weitergegangen einfach Okay, wenn man den Brauchstand mit der Axt abaut In die andere Richtung, ein Stückchen weiter, ist nämlich auch ein Dorf Da bin ich nämlich gerade Oh, nice Okay, Leute, wir behalten Brauchstand nicht mit der Axt abaut Alter, wie viele Melonen die da oben haben Oh, die shit, die hole ich mir alle Ja, Kartoffeln wären halt geiler Also Melonen sind sogar Die hier, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne Die können mal brennen, weil ich weiß doch Hier Melonen muss das ja immer 3 Milliarden in dich reinschaufeln, Leute Alter, jede Menge Papers habe ich gefunden Ich glaube, ich erschlag erst mal irgendwo einfach so ein Zelt auf Ach, an dem Kartografie-Table kann man Karten einfach kopieren Ah Also ich habe jetzt nämlich, warte mal 0, 1 und 2 Aber wie kriege ich die denn noch größer? Weil der Ausschnitt da drauf, der ist ja jämmerlich Ne, ich glaube, du musst dann wieder weiterlaufen Also quasi an den Rand Und dann die irgendwie benutzen oder so Und dann Irgendwie so war das Ja, Chat-Tempel können wir ja erforschen gehen Wenn wir uns erst mal irgendwo niedergelassen haben Weil aktuell ist so ein bisschen die Problematik, dass unsere Inventare ziemlich voll sind Aber ich hätte Kisten vielleicht mitnehmen sollen Verbrenne, verbrenne Fuck you Nice Äh, ja, wer, wo, was denn? Also in welche Richtung vom Dorf aus wolltest du denn, Peter? Ich bin einfach 5 Meter vom Dorf weggegangen Zu einem Fluss und fange jetzt hier an Wollen wir uns nicht Wollen wir uns nicht Ich würde ganz gerne wissen, wo ihr gerade seid Weil ich bin halt Ich schätze mal, Peter ist so weit Die Koordinaten sind 136, 63, 496 Nicht Minus Nicht Minus Als erstes nicht Minus Ist auch schon mal interessant Weiß ich auch, warum wir uns nicht sehen Komisch, ich bin von dem Dorf auch Richtung Fluss gelaufen Ich bin auf der anderen Seite des Flusses, Christian Du bist auf der falschen Seite des Flusses, meinst du? Das kann ja wohl nicht wahr sein Ich sehe deinen Namen einfach nicht Unfassbar Also selbst wenn ich jetzt mit Optifine reinzoome Ich meine, klar, dein pinkes Cape sehe ich Aber Molli, Molli Das heißt, ihr seid auf der anderen Seite des Berges Und da ist einfach dann auch nochmal ein fucking Dorf Jo Okay, das ist ja nice Das Dorf ist ja viel schöner Wieso hat das so krasse Wasserfälle? Ich muss erstmal den ganzen Scheiß hier rauspacken Da war ein Hund? Okay Ja, hier ist ein Wolf Ja, okay, Wolf Wolf ist denn Ja, wenn du ein Wolf zähmst, was wird da raus? Ein Hund Ja, irgendwann mal Das stimmt Hier sind auch Pferde Direkt eigentlich, oder? So weit wie in Sams Wird nicht direkt ein Hund drauf? Achso, ja, ja, ja Das ist Christian Also sind graue Schafe auch selten? Muss ich da jetzt auch drauf abgehen? Krass, graue Schafe Ja, Leute, ich werde bei den Ihr werdet mich finden bei den blauen Blumen Okay Ich brauche mir einfach so eine Hobbeltühle Fertig Erstmal Ja, genau Das ist jetzt einfach nur Ich will ein bisschen was Hinballern Ja, damit man das Bett aufstellen kann Damit ich jetzt auch irgendwie mal den Genau Den Ofen hinstellen kann Eisen zu brennen Das dauert ja alles Wir sind ja nicht morgen fertig Nö Was fällt denn jetzt noch? Oh Stämme brauche ich dafür Ey, Schwein, verpiss dich Schimmel Da kann ich nicht einfach bei so einem Bewohnern im Haus einziehen? Klar So Ich mach einfach hier Räumungskommando Ich fände jetzt einfach seine Hütte Zack FBI Ah, die ist ja voll klein Voll reutig Nee Nee, die stinkt Naja, aber da ist die voll klein Also ich meine Wir haben nix So Das ist 0 Quadratmeter Nee, nee Finde ich nicht gut Da ziehe ich lieber unter Tage Ja genau Hier vorne kann man doch in den Berg rein Jo, hier zwischen die Bäume Voll top secret Wofür ist hohes Gras Weiß ich auch nicht Also es ist einfach nur zum Zum Gut aussehen Also Sein Okay Ist einfach Optik Ja, ist aber auch ganz schön Also gerade durch so Sachen Kann man sehr viel mehr Atmosphäre erzüllen Hm? Babababadadadabababam Schwein, geh mich nicht auf den Sack Ja, ne Musst du ja auch schon Tüte ist doch einfach Iss mich, Peter Iss mich Crispy Bacon ist das, glaube ich Nein Könnt ihr mir sagen, was man für einen Umhang tun muss So wie Sepp einträgt Ich glaube, die haben wir schon echt lange Du kannst die halt selber customisen Habe ich rausgefunden Und hab den mal angepasst Ja, aber wo haben wir die hergehabt? Das ist Optifine Das ist Optifine Bei Optifine auf der Seite kannst du die einstellen Also du kannst hier im Optionsmenü Kannst du draufklicken Auf Umhang Und dann Umhang customisen Und dann Gib ihm Oh Und dann kommst du auf die Webseite Und dann Lüftert Hä Was Bäh Peters Kommunikationswege Es werden auch direkt schon wieder ein bisschen Hä Bäh So Jetzt wird ein Schuh draus Ich wollte Ich hatte vergessen, dass man Truhen nicht öffnen kann Wenn da was drüber ist Ah Naja Wo deine Katze da drauf liegt Das geht auch Spielen sie die Pokémon-Mod? Ich spiel kein Mod Gibt eine Pokémon-Mod? Ohne Mods Krass Wobei Also Ha Wir haben Mods im Chat Ja Wow Wo kommen die ganzen Hölzer her? Guck mal Okay, mein Haus ist fertig Hä Das sieht sogar ganz gut aus Hä Warte mal Hä Wieso habe ich eine Kuh in meiner Hütte? Ich weiß nicht, ob ich meine Frau so nennen würde Das ist ja Konnte ich auch nur sagen, weil die gar nicht da ist Das ist ja auch meiner Okay Meine erste Hütte steht Ich bin bereit für den Peter, ich auch Wo bist du denn? Peter, komm mal rüber Bist du bei den Äh, zwei Ne, hier Hier Halt da Tür brauche ich nicht, Chat Ja Guck mal hier Ich habe Ja, so richtig schöne Berge Also muss noch ein bisschen mehr Aber da kommt dann noch so ein kleiner Vorgarten Du bist ein Hobbit Ernst Ach, scheiße geht noch nicht Warte Fertig Ja, okay Ja, dann lasst du mal alle kurz ins Bett legen Äh, damit wir vielleicht Oder die, die wollen Äh, in den Sandtempel gehen können Ja, ich muss Lass mich eben eine Truhe bauen Und vor allen Dingen Müsste ich mal langsam anfangen Eisen zu verarbeiten Weil ich habe doch gar nichts Versuche mal eben gerade meine, meine Truhe klar zu kriegen Okay, dann warten wir noch kurz 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 Äh, wow Ich habe kein Holz Okay Wo es Bäume fällt Ah ja, stimmt Und nicht vergessen Akazien Akazien? Okay Die sitzen wir einfach mal hier Und direkt auf meinem Haus Kommt Scheiße Dann machen wir so einen Mammutbäum Auf mein Haus Ja, Sigi Wie war das nochmal? So vier Bäume nebeneinander Oder so, ne? Ja, genau Alter, ich habe schon direkt ein geiles Casa Casa Mi Casa Hier Wie heißt das? Du hast das Haus geklaut Also Ne, 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 ne Ich habe mir jetzt schon ein eigenes Haus hier gebaut Ne, 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 ne Hast du dann einfach davor gebaut? What? Boah, Alter Ist das ja gerade gestorben? Das Nicht noch, Alter Haut ab! Alter, wo Wo kommt die denn jetzt so leer? Ich habe Hier ist ein Creeper Und ich habe das Gras gehauen Das habe ich erschrocken Ich bin ins Wasser gefallen Ich bin ins Wasser gefallen Christian Kein Mumpitz hier Ey, es gibt aber auch Weißt du, diesen Moment Wo du irgendwo dran stehst Und irgendwo drauf haust Und plötzlich hörst du von hinten So dieses Zischen Und dann macht das Peng Das hat mich ein bisschen erschrocken Vor allen Dingen Direkt zweimal hintereinander Oh Gott Das ist ein Ach, tu mir, tu mir leid Aber das war aufregend gerade Ich habe die Rettmann verwickelt Im Platz Ja Das ist eine ganz gute Erinnerung So da dran Vor allen Dingen Also was mich meistens Die machen ja schon Dämlich wenn du keine Rüstung hast Muss man sagen Aber Was mich am meisten stört Ist, dass du dann immer Diese riesen Löcher Zubetonieren musst Wieder die die machen Fuck you, Zombie Das wäre auch ein guter Hm Lass mich in Ruhe hier Ich habe doch fucking platziert Hä Ja, siehste Kommt ihr denn alle her hier Alter, wie geil ist das denn Die Kuh kriegt Schaden Wenn die durch mein Campfire läuft Ja, das ist ja mega Ja, das ist ja super duper Nee, aber Das ist ja spitzen Rennen Ich lebe ja hier mit meiner Kuh zusammen Ja Ja Aber dann ist es doch schlecht Wenn die den Misch kriegt, oder? Ja, aber das ist so Also ich bin ja eigentlich Vegetarier Ja, dafür quälst du deine Tiere aber ganz gut Zumindest die, die da sind Die haben sich dasselbe ausgesucht Achso Nicht, also Also da ist meine Kuh aus Versehen in den Schredder gefallen Den Schuh kann ich mir jetzt hier nicht anziehen, finde ich Das ist jetzt nicht, also Das ist höhere Gewalt Damit habe ich ja jetzt überhaupt nichts am Hut So, was wollte ich eigentlich bauen? Eure Scheiße Ich muss irgendwo mein Bett platzieren, ne? Äh Erstmal Dern ist Hä? Oh Scheiße, ich habe den falschen Wichs gefressen Ihhh Bitte was Peter Ja, ich habe irgendein Zombie-Fleisch gesnackt Wir sind mit mir durchgegangen Das mit der Mühle muss es sein Ich weiß gar nicht genau, was das für den Effekt jetzt genau hat Aber meine Hungersachen waren kurz grün Aber die sind jetzt nicht mehr grün Na guck mal, ich liege im Bett Okay, ist Christian auch soweit? Äh, Moment Lass mich eben noch das Eisen da reinpacken Dann kann er jetzt schon mal anfangen zu Ja Ja, es liegt gut Alter, ich habe eine richtig heiße Kuh bei mir im Bett gerade Bin auch im Bett Peter hat seinen Oettinger schon aufgetrunken? Ne, ich hatte keine Leute hier mehr So kann ich mir noch Ne, kann ich nicht, okay Hallo Frau Kuh, was machen Sie hier? Also Das ist ja schon frech, ne? Also wir haben jetzt die Nacht übersprungen Aber die Nacht über hat hier nichts gebrannt Sondern das ist einfach gechille Oh, das wird nicht weiter gebrannt? Ich habe ruft Ich könnte mir ein Schild bauen, stimmt Das wäre vielleicht gar nicht so smart Äh Alter Peter, das passt einfach zu dir So, kann ich irgendwie Gib jetzt so einen Zweit-Secondary-Slot Wo ich einfach sagen kann, so Yo Man, das hat doch vorhin jemand gesagt Kann ich jetzt das wechseln? Wie war das denn nochmal? Ah, dass du zwei Sachen in der rechten Hand hast Ah, die Kuh, nein Mit F kann man wechseln Okay, ja, immerhin Ja, aber dann Wait Du wechselst doch die Mainhand mit der Offhand F ist in den Chat Ja gut, aber dann kann ich ja Fackeln und Schilder Aua Fuck you Ja, Peter Bringt mir ein bisschen so was Dass ich halt schnell wechseln kann Und dafür nicht das Inventar öffnen muss Wenn ich ein fucking Schild in die Hand nehmen will Ja, Peter Ich habe ein Problem Was ist dein Problem? Ja, lecker Das ist meine Berta Oh, deine Kuh ist tot Oh, deine Kuh ist tot Wie ist das passiert? Sie ist halt in mein In meinen Kämpfer ja Hexler gerannt Oh ja Hier wohnt Christian Wir klopfen mal kurz an Aber wir hatten noch Hallo Ich habe die Tür aufgemacht Das ist brutales Anklopfen Wie Mutter früher Ähm, ich bin grad Ja, nee, alles gut Christian Rebecca, ja Bitte nicht in mein Haus sprengen Nee, nee, alles gut Äh, nee, ich mach grad noch ein bisschen Rüstung Und Eine von vielen Liebschaften Ich bin noch überlegen Guck mal, komm mal näher Guck mal in mein Haus Sollten wir uns wirklich ausrüsten Wenn wir da hingehen Weißt du, gefühlt Gehen wir in diesen Tempel rein Da sind irgendwelche Fallen drin Und wir werden explodieren Ach, wir werden sterben Da ist nur eine komische Falle unten drin Und das ist es Mhm So war das zumindest das letzte Mal Als ich noch diese Tempel betreten habe Du hast ja sogar ein Schild Und eine Eisenrüstung Sagte er Und Ja, ich mach mir noch so ein Helmchen Und Also Helm und Brustplatte Reicht Ich Ja, vor tausend Speedrunner laufen da einfach rein Ja, dann Dann Wir wissen aber auch, was abgeht Nee, ich muss hier Nicht sagen, was man da machen muss Ja, wir warten sofort erst noch auf Christian Aber wir können ja schon mal ein bisschen die Lage checken Kann man da Aber obendrauf ist okay, oder? Ja, keine Ahnung Früher schon Oh, man kann hier rein Oh Ja, springen wir da rein Mhm Das ist nicht so geil Das geht tief runter irgendwie Ey, wir warten jetzt hier auf Christian Bevor ich hier irgendwas mache Ja, ich mach kaum Inventar leer Oh, hier ist da ein Turm Ich hab nichts zu essen Brauch ich nicht mehr, oder? Brauchst du jetzt den Eingang ab? Nee, ich hab den nur freigelegt Wie ein guter Archäologe Was ist das denn da hinten? Da ist ein angefangenes Enderportal Äh, Enderportal, glaub ich Ja, wer hat schon auf unserem Server gespielt? Ja, echt mal Hä? Als ob Warum sind da eigentlich immer so Zeichen an diesem Tempel? Haben die irgendwas zu sagen? Oder ist das einfach nur hier Ich glaub bei dem Standard-Textwork-Pack sind das Creeper-Gesichter, oder? Jetzt ohne Flachs Jetzt ohne Flachs, Peter Das ist ernsthaft Die rennen aber auch bei uns auf dem Enderportal Achso, das ist ein Netherportal, nicht Enderportal Hier ist eine Truhe Hier ist Flint Hier ist Obsidian Eine goldene Axt Eine goldene Rüstung Goldene Apfel Und eine goldene Axt Ja, not bad Er ist wahrscheinlich mit dem Nether-Patch dazugekommen Nehme ich mal stark an Laut Chat nennt sich das Ruined Portal Cool Ich habe eine goldene Rüstung Nice Curse of Binding Was heißt denn Curse of Binding? Das klingt safe Klingt super Curse ist Geschenk Und Binding ist Binding of Isaac oder so, ne? Genau Aber goldene Apfel ist natürlich auch nice Und hier Flint Flint ist Theo Nice Jetzt bin ich richtig sick Curse of Binding Das klingt immer, weißt du so Bei Morrowind waren das immer diese Kennst du noch die Schwerter, die dann bis ziemlich stark waren Aber die du nie wieder ausziehen konntest? Es sei denn, du hast dich entflucht oder so Ja So klingt das ein bisschen Wo ist das eigentlich? Also wie weit Ich komme gerade wieder zum Tempel Hatte ich die ganze Zeit die Einblendung aus? Oh Tut mir leid Ich war noch von der Aufnahme Was hat denn Curse of Binding? Trotzdem vielen lieben Dank Ja, hier meine goldene Rüstung Plus 5 Amor macht die Kannst du nie mehr ausziehen? Ne Ah, okay Kannst du echt nicht mehr ausziehen? Ne Darf ich dich mal schlagen? Goldrüstung ist nicht so gut wie Eisen Peter, pass auf Also nicht zu fest Ein Steinschwert Also Ich würde aber erst das Go von Sepp haben Ja, äh, gönn mir mal Alter, das hat zwei Herzen weggemacht Okay, schlag du mich mal mit einem Steinschwert Steinschwert? Ich blogge auch nicht Ich blogge auch nicht Okay, ein halbes Herz Ja Sie haben ein bisschen Moch Warte da gefunden Ich wollte doch sagen Da steht doch Plus 5 Amor Wenn on Body Was ist das denn für ein Moch? Goldrüstung war doch nie so gut Also deswegen haben die doch wahrscheinlich auch Gold benutzt im Nether Dass die Leute dich da nicht angreifen Damit Gold endlich mal irgendwie einen Nutzen hat Wieso duckt ihr euch? Weil ich Angst habe Seid ihr doof? Also ich weiß noch, dass es so Tripwires gab Ja, aber die siehst du doch Und Bodenplatten Da muss ja echt dämlich sein für Und Bodenplatten Also ich letztes Mal in so einem Ding war Hier dieses lila Feld, was da ist Da darfst du nicht Da muss man ein bisschen aufpassen Hier ist auch immer TNT, ne? Das ist unten alles voll mit TNT Alles voll Also wenn wir runterfallen Und das fängt dann zu zwischens immer tot Das sieht aus wie eine Druckplatte Kann man die hauen? Das hier sind keine Druckplatten Das sind jetzt Wolle oder so ein Scheiß Das darunter ist nur der ganze Shit Ja, da unten Können wir uns runterbuddeln wahrscheinlich Oh oh Watt denn Das ist halt ein Loch Peter! Achso Watt denn? Nix Da unten ist eine Druckplatte Wird hier auch ausgelöst Wenn da Sachen drauf fallen? Nitrado, Mensch, hat Spaß Warum? Ja, weil der gerade geschrieben hat TNT, ESB in Abend Okay, ich hab keine Spitzhack Ich hab keine Spitzhack Bamm, 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 bamm Alter, das ist schon eine Eisenspitzhack Ist ja mega nice Ähm Ähm Alter, ist da viel Geld und Gold dran Ich nehme nur das Gold Hauptsache du trittst nicht auf die Steinplatte Also hier ist ganz viel Gunpowder noch so drin Hier ist nur Knochen und so eine Scheiße drin Eins mal Eine Kiste lass ich Christian Ich hab eine genommen Christian und eine Goldapfel, Knochen Oh, Stringson sind aber auch gut Aber wir sind fertig, ne? Darf ich jetzt auf die Platte drücken? Wie schnell könnt ihr rennen? Druck mal Bist du? Okay, ich hab einen Schaden gekriegt Holy Shit, das war knapp Wir hätten der TNT natürlich auch abbauen können, aber das wär ja lame Alter, bist du des Wahnsinns Ja, wir haben ja alles geludert, ist doch alles super Guck mal, ist da jetzt runter was? Ach ne, ist einfach nur Sand Ne, ich glaub, alles gut Ja, Peter? Ja, was geht ab? Kannst du Adventure Map? Ey, fuck you Das war's jetzt hier, ne? Das war ganz schön lame, möchte ich mal ganz kurz sagen Ach, das war doch okay Das war schon krass Ja, kein guter Looter, ne? Ey, doch, Peter Sie waren eine Goldruste zurückgekriegt Ja, beim Ruined Portal Ich wollt grad sagen, das war beim Portal Wie viele Obsidian-Blöcke waren denn dabei? Eins Eins liegt Und eins liegt dann noch im Boden Das könnte man abbauen Wir brauchen nur einen Wassereimer Und so ein Vierer-Lava-Feld Dann haben wir Dann haben wir ja das Portal Alles super Ja, und eine Dia-Axe brauchst du dann doch noch Nein, nein, nein Hä? Wie baust du das dann ab? Nein, brauchst du das Ah ja, Christian hat jetzt die Skills Christian hat jetzt die Skills Wie gesagt, das ist so ein anderthalb Minuten Tutorial-Video Das guckt man sich ja mal an Dann macht man das einmal und dann weiß man das Aber wenn man das halt nicht weiß Dann kommt man da, find ich, auch nicht so unbedingt drauf So wie man die Sterne dann baut Also das ist jetzt nix, wo man sagen kann Ja, kriegst du auch so hin Aber Oh Mann, ich vermisse meine Rebecca Ja, war wieder gut Belastend Sag mal, wofür bin ich denn jetzt hinterhergerannt Ach guck mal, wir können unsere Häuser verbinden, Peter Hier ist schon Gras drüber gewachsen Über die Sache Ist ja mega nice Wieder einmal kehrig siegreich Ach, kacke, wunderschön hier Was denn? Das war schon ein Problem Peter, schon an dein Haus Zu schmelzen Ja, hier, Ripp Rebecca Ist ja wunderschön Ist ja auch schön hier Schöne Eingang Ich hab noch keine Türen Oh, wird schon wieder dunkel Ja, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Farben gehen Ja, nee, aber ich muss jetzt so erstmal hier Brennen und kochen Und Ja, ich hab noch nicht volles Eisen Hier war doch irgendwo noch so ein Höhleneingang, oder? Ja, hier sind überall Also Ist auch richtig tief meistens Also Er hat denn hier schon wieder Holz abgebaut Und den Baum umstehen lassen Hey, könnt ihr aber auch für unseren Serverlog als Chat zu benutzen? Nehmt euch ein Zimmer Und bitte, bitte Baut Bäume komplett ab Ja, mach ich immer Ich hab Das schickert nichts Todes Das schickert nichts Todes Hadi immer fertig gemacht Weil der das nicht gemacht hat, der Penner Weil der das quasi mal getötet Töten Töten angedroht Töten ist ein starkes Wort Ja, ist auch next Also ist ja auch nicht so unstarke Tart Aber man muss halt auch lernen Dass Dinge auch Konsequenzen haben Okay Schlafen wir noch einmal oder Ähm, nicht Ich Ja Warte Möchtest du unbedingt schlafen? Ich würd gern schlafen Ja, Peter hat Angst im Dunkeln Ich hab Angst im Dunkeln Wieso möchtest du denn schlafen, Peter? Ja, damit ich Zum Höhleneingang gehen kann Aber du kannst dich einfach runter bauen Aber in der Höhle ist doch genauso dunkel wie draußen Ja, aber damit ich da safe ankomme Ich möchte dich einfach nur lame runter bauen, Sebastian Ich möchte Achso, oh, ich weiß aber, wo ein geiler Höhleneingang ist Da kann ich dich morgen früh hinbringen, wenn wir jetzt schlafen Klingt doch gut Oh, ich liege im Bett Ehe auch Dankeschön Ich vermisse Rebecca Dann show me Great Was macht ihr da jetzt für ulkige Sachen? Ja, wir wollten Ich will in eine Höhle gehen Ich will in eine Höhle für Erze Ähm Ja, ich komm mit Dann müssen wir hier vorne auf die andere Seite des Berges Da war der Wo bist du? Ich bin doch die Radar Nachbar Oh, man kann Ketten bauen Wofür ist das? Ein Smithing-Table Oh, kannst du dann die Tiere zusammen Also anketten oder so So wie das Seil Das Smithing-Table, der ist Ey Wow, 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 wow Wie kette ich eigentlich meine Tiere an? Na, weiß ich nicht Also ich hab die gerade nur gesehen Der ist für Netherite-Shit Sehr gut Boah, Alter Abgelenkt, du hast ihn gekillt Ander gefickt Guck mal, ein graues Schaf Mega selten Wieso kann ich keine Oh, jetzt noch einer Aua Achso, weil ich noch keine Tiere habe Okay, Boys Also Ähm Nehmen wir mal das mit Was Kannst du mir auch mal kurz zeigen, wo das andere Dorf ist Ja, ja, links Links vom Berg, Peter Also du läufst gerade in Ich bekämpfe hier noch In falsche Richtung Also kämpfe würde ich das nicht nennen Fuck you Ich kämpfe hier krass gegen den Creeper, Junge Oh, mein Gott, der füllte Geräusch Nix passiert, alles gut Profimäßig Links rum? Links rum ist Dorf rum Sowieso viel schöner hier links Hat das so Wasserfälle und so Die können wir auch noch anlegen Äh, wo ist der hier langgegangen? Äh, links vom Dorf Richtung Dorf und dann links Also links hart Richtung Also links vorbei Ne, wir sind links vom Dorf Achso, so gut Kätzchen Mietz, 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 mietz Die halten Creeper wohl ab Wie? Ja, deswegen hat mir In dem Tempel wollte ich Katzen halten und dann jetzt Panda-Bären Das wird mega gut Ich will auch Lamas Ich will alle Tiere Lamas stinken doch Alter, Lamas sind voll knuddelig Alpakas sind's auch, glaub ich, eher statt Lamas Das ist was anderes Da ist Christian, nice Also Veganer hat man richtig, richtig ein Päckchen zu tragen hier Ganz schön Fleisch ausgerichtet Was lächst du die ganze Zeit? Ja, Brot Ah, hast du schon gebacken? Ne, ich hab das Dorf hier geradet Ich hatte das ja alleine Hier links ist das Dorf Also da vorne, vor uns wirkt Ja Also quasi auf der anderen Seite vom Berg Sepp ist voll Gangster mit seiner Goldrüstung, weißt du? Voll Bling-Bling-Abstand Wie viel Schaden hat die denn? Also die muss ja kaputt gehen, damit du die wechseln kannst Ja, das dauert noch ein bisschen Also die ist jetzt komplett grün Na, das ist hier das kleine Dorf Hallo Und die haben auch halt Melonen und so Hier ist ein Komposter Ach, der ist so viel vorgescheucht, ich wollte den gerade holen Ja genau, so einen Komposter haben wir hier auch Hier ist Heu Ja, Heu hab ich auch noch mitgenommen Ähm Ich hab noch nicht so viel mitgenommen Das bringt dir doch nix, oder? Ist das nicht nur Deko? Das sieht cool aus Achso, ja, okay Der Höhlenangang ist hier tendenziell rechts Dann müssen wir hier dran vorbei wieder Ja, woher hin? Also wir wollen ja eine Stelle, wo wir anfangen Heu kannst du Brot draus machen Was? Heu gleich Weizen gleich Brot Ah Oh, cool Also ist ja So ein Heuballen ist wahrscheinlich einfach nur so ein Weizenblock Ja, das war so ein Weizen-Stack, aber ich wusste nicht, dass man das auseinanderbauen kann So, der war irgendwie da vorne Aus den Blöcken sogar sehr viel Okay Ah, ja Ah, ja Das war irgendwie rummellos werden Wow Oh, ja Ist eingesammelt Was ist los? Geronimo! Ja, der ist halt ein bisschen Okay, Peter, wie kommst du wieder hoch? Peter, du kannst es doch nicht abbauen, während ich da reinspringe Nein Hey, ich hab kein Wasser abgebaut Achso, okay Das sah ein bisschen so aus, wenn du es gerade abbaust Ich hab einfach hier noch Eisen gesehen Hey! Oh Ich wollte nicht treffen Achso Dann hast du schlecht geschossen Der Mensch wollte daneben zielen Ich hab eine Verzauberung, Christian, für dich Das Multishot Ist hier unten drunter Wenn ich jetzt gerade nach unten buddel Ist da Nee, ist kein Loch Da kannst du runterbuddeln Da mach ich so ein Treppchen Warte mal, scheiße Ja, wobei doch Treppe geht im Zweifel Ein bisschen schneller Weil sonst hätte ich einfach das Wasser hier runterlaufen müssen Ja Geht beides Also hier ist auf jeden Fall sehr gut Kohle Geht das hier wieder hoch? Anscheinend Es ist so beautiful Ah ja Skelett Aua Aua Wieso sagst du Aua Ich hab es mit Fackeln beschmissen Aua, ich bin schon Half-Life Oh Gott Wie viele sind denn hier? Alter, fuck you Hier geht es wieder raus Alter, die Höhle war ja übelst geil, Sebastian Danke Aber der Eingang war doch cool, oder? Der Eingang war doch insane Gut, da wird ein Treffer gebracht Das ist krass Ich glaub Ja, ich hab ja nichts gemacht Ich hab ja nur abgebaut Aber ich glaub Bei uns da an dem Berg Würde ich, glaub ich, eher danach gucken Da gibt's auch Höhlen Und da sind wir halt direkt am Das war voll der coole Eingang Und den ganzen Rest Weißt du Also ich glaub Ich geh wieder zurück zu unserer Ja War doch ganz nett Ja, war doch Schöner kleinen Ausflug Ich hab zwar nichts gefunden Und eher Sachen verbraucht Aber Ja Aber das ist ja auch manchmal Ich hab ein schwarzes Schaf gefunden Das ist doch fucking selten, oder? Nein Ich hab zwei schwarze Schafe gefunden Guck mal, da siehst du mal Wie selten das ist Das ist ja mega selten Auch guck mal, noch eins Da ist ja noch ein Höhleneingang Der ist mit dem Berg Als ob du jetzt hier links Wie wär's denn, Leute Falls ihr euch an diesen Zuckerhut erinnert Den wir gesehen haben Um Weg hier hin Da war ja ein Riesenloch vorne drin Da kannst du ja auch reingehen Zuckerhut? Ja, wo wir gesagt haben Sieht aus wie ein Armeisenhut War ja nicht so weit Ah Ja, stimmt Das war cool Ja, okay, dann gehen wir da hin Kledos, Dankeschön Dankeschön Fürs Verschenken von ganz vielen Subs Äh, wenn ich richtig gezählt hab Ja, zehn Dankeschön Warte mal Wo sind denn jetzt hin? Ihr seid nicht an dem Loch in dem Berg Zu dem Armeisenhügel Nee, ich geh gerade mal zurück Weil ich hab diverse Sachen vergessen Ähm Um mir dann auch neue Pickaxes Draften zu können Hier sind überall Höhleneingänge Da ist wieder das pinke Schaf Lol Chad wollte Nein, ich dachte echt Das wäre zwei Wait War ein Schwein Ich sag doch Schwarze Schafe sind seltener Ach, das war ein Schwein Ja, war noch ein Schwein Dann nehmen Oh, das ist ein gutes Das ist ein gutes Oh, hier ist aber sehr gefährlich Da kriegen wir auch Oh, Peter jetzt hier Klick Ist doch nicht dein Name Klick deine Mutter Warte mal Wir können das Wasser hier runterlaufen lassen Und runterschwimmen Gute Idee Let's go Ich glaube, wir müssen kurz warten Das ist nicht so schnell Nein Oh oh Alter, der ist ja riesig Ja, das ist ein Riss Großer Riss Wie bei deiner Bar Irgendwie muss der da rauskommen So Leute, alles klar Ich hab ein Feuerzeug Los geht's Das hätt ich dir auch geben können, Christian Boah, ist hier viel Eisen Oh oh Was ist los? Ich seh zwei Ein Creeper Ein Armutsschützer Und ein Zombie Okay, let's fuck them Ah ja, dann fuck ihr da mal Ich seh nix Peter muss tanken Ja, warte, ich tanke Oh, das ist aber Oh Gott Ich bin nach hinten geschlagen worden Sepp, du stehst neben dem Zombie Das ist nicht schlimm, aber Ja, ich könnte dich treffen Nee Boah Ich seh nix Das ist ein Creeper Jawoll Dankeschön, Shit Besondheit, Christian Nee, ja, danke Alter Also aus dem Mammutbaum ist hier irgendwie nix geworden War das nicht diese Dschungelbäume? Oh, ich hab noch nicht so mega viel Angriff ist die beste Verteidigung Ja, dreieinhalb Leben Hier ist ja überall Wasser Be water, my friend Ist da noch ein Creeper? Ja, ich weiß nicht Ich will einmal kurz Oh Gott Ähm Peter, ich glaube da ist ein Creeper Die Antwort ist ja Oh Der ist aber ganz schön Gut drauf Hä, ach komm Sniper Joe ist auch im Start Chris Dschungelbäume, nicht Akazien Ja, okay Ich dachte Akazien Kennt ihr nicht die guten Akazien-Mammutbäume? Das Schlimme ist Das ging doch auch Aus den vier Das weiß ich nicht Weil die waren auch vier breit Also aus den vier Akazien, die ich nebeneinander gesetzt habe Ist aus drei in einem Baum geworden Der vierte hat sich gedacht Nö Hä, komisch Okay, ich glaube wir haben es geschafft, Sepp Ich würde das jetzt einfach fassen Nice Was heißt? Die Bösewichte sind erledigt Wir sind am Ende von dem Riss, oder? Ja, wir sind am Ende vom Riss Sehr gut Aber in die eine Richtung, ne? Ja, genau Wir können jetzt die Früchte des Risses uns einverleiben Genau Und dann fallen hier gleich regelmäßig die Viecher alle auf uns drauf Ja, dann sterben So sieht das nämlich aus Okay, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch eine Schippe Oh, hier ist Eisen Ich habe keinen Stein mehr Der wird so Skeleto Aua Ist ja genau auf mich drauf gesprungen Peter, draußen ist übrigens nacht Ja, hier sind jetzt so einige Monster, glaube ich, die werden spawnen, Sebastian Ja, warte mal Ich kann nochmal ein bisschen Licht hin Damit die vielleicht nicht so krass gespawnen Die fallen wirklich von oben Er hat die Schaufel, um uns alle zu holen Oh Gott Ja, hier ist halt ein Podest, wo die alle runter droppen Ist ein bisschen belastend Ja, dann werden wir schon mit fertig Oh, die Lava ist heiß Achso Dankeschön für diese wichtige Information Ja, du machst das, ne? Easy Snack Dankeschön Hier ist das Ende Fürs Verschenken von Subs Generell danke an alle, die gesuppt haben Trinket da gelassen haben Und uns hier auf Twitch Peter, wir haben uns genau richtig niedergelassen Wieso? Der See ist voll mit Lachs Lachs Oh, 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 oh Okay, motherfucking Creeper, boy Willst du streit? Peter Was denn? Gewürgt den Ich wusste nicht, wo der ist Und, also Ich hatte ein bisschen Angst um meine Labern Ich hab mal bekannt Von hier ist doch gut, äh, auch weiter runter, oder nicht? Wohin denn? Hier ist doch keine Verbindung mehr nach unten Jetzt geht's nicht hier dann immer voll gut noch weiter in andere Systeme? Siehst du eine Verbindung? In andere Systeme? Alter Oh mein Gott Jetzt weiß ich, was du meinst Ihr habt nicht per Zufall irgendwie Dreck oder so, ne? Äh Beim Stecken höchstens Ich hab den ganzen Dreck weggeschmissen Bis mir aufgefallen ist Eigentlich bräuchte ich ja Müsste ich das aufschütten Anstatt niedriger zu machen Ich trottel Jetzt hab ich den ganzen Dreck weggeworfen Ist hier noch ein Riss? Wir sind ja noch über dem anderen Riss Ich hab 24 Eisen gesammelt Vielleicht gehen wir erstmal wieder zurück Was hättest du davon? Ja, find ich auch ne ganz gute Idee Welche Richtung müssen wir denn? Ich glaube in die ungefähr Ist da ein Höhleneingang hier links? Ich weiß nicht, wer in den Berghang baut hatte Aber dahinter ist auch Dreck Hä? Ja, das ist ein Mini-Zombie Ah, der kleine Willi Der ist niedlich Ah ne, ist nur ein Teich Glaub ich ansatzweise in die richtige Richtung? Ich glaube nicht Du musst einfach nur den Berg hier hoch Und dann wieder runter, oder? Bin mir nicht so ganz sicher Aua Siehst du mich nicht? Ich leuchte doch wie Blühwürmchen Hier ist ne Hexe Oh Gott Was seh ich denn da? Das ist doch das Dorf Ach, das ist das andere Dorf Das ist das Dorf, was Sepp zuerst gefunden hat Aua Peter, du musst Richtung 106 175 Ich versuch's ohne Kolonienarten zu schaffen Ich glaub auch irgendwie verwirrt im Kreis Da, da ist das Dorf Oh, hier ist auch bei uns Ist ne Hexe gespawnt Kille, Kille, Kille Oh Gott, ah Peter, nicht zu tief schürfen Deine Hexe vergiftet einen immer unseren Scheiß, ne? Ach, ich hab hier sogar einen Kompass, stimmt Ja, Hexen sucken Alter, das hat mich fast ein Zombie hier gemacht, oder was? Spider! Creeper! Oh Gott, hier ist ja alles Oh Gott, ich glaub, ich darf da drauf gehen Ich darf da drauf gehen Das ist bitter Peter, bei deinem Haus sind jetzt ganz viele Viecher Also ich hör von draußen Ich bin in meinem kleinen Hütchen drin Und ich hör von draußen die ganze Zeit nur so Können Sie bitte gehen? Was der Sira nicht erwischt Wieso wird dieses Dorf eigentlich nicht beschützt von so nem Golem? Wieso sind hier überall Zombies? Doch, da sind Golems Heu besser mit Schwert abbauen? Okay Heu besser mit Schwert abbauen? Oh Gott Alter, der Chat ist ja Alter Hi Ähm Stimmt, Leute Einmal hab ich mir noch nicht gemacht Ich bin ja voll der Idiot Ich bin ja voll der Idiot Ich bin ja das nirgendwo, Papa Ja generell Einmal ist immer gut zu haben, ne? Ja Muss ich auch sagen Einmal geil Ähm Jetzt hab ich irgendwie alles Einmal geil? Nicht einmal Ein mehr Ja, Gesundheit Oh, Entschuldigung Oh, hey Enderboy Sollte eigentlich ein Bäuerchen werden Heu mit Hacke Oh Oh Gott, ah! Entschuldigung Peter, was kann ich für dich tun? Äh, ich komm zurück Ach, Creeper-Kinders Ihr müsst euch doch jetzt nicht direkt vor meine Türe stellen Ach, der kleine Willi Der kleine Willi macht ganz schön viel Schaden Ich hab ein paar Fans mitgebracht zu dir nach Hause, Peter Ich hab leider deine Adresse geleakt Alter, ist noch so ein kleiner Willi Der kleine Willi hat mir vier Schaden gemacht Ich hab eine volle Eisenrüstung Die kleinen Willis sind die schlimmsten Willis Ja, aber der hatte auch ein Schwerterball Und ich, ich hab, der hat mir mit einer vollen Eisenrüstung Hat er mir vier Herzen mit dämmisch gemacht Was? Na gut, ich hab auch nicht geblockt und so Aber Ja, trotzdem Also zwei Schle- Also der, der ist ja auch fix Ich werd dir von dem Zombie verarscht Das kann ja wohl nicht wahr sein Das ist dir nichts gefallen Jetzt wissen wir endlich, endlich Peters Niveau Alter, der hat mir vier Herzen mit einem Schlag gemacht Die Story kenn ich irgendwo ja Naja, der ist ein krasses Eisenschwert Oh Gott Naja, der ist ein krasses Eisenschwert Ich fühl mich unter Druck gesetzt von diesen Zombies, muss ich sagen Wann hat Christian denn da gerade für einen Fortschritt erhalten? Ich lenke ein Geschoss mit einem Schild an Ah ja Ich wollt grad sagen, also ich kämpfe grad gegen Oh Gott Ich spiel das Warum machen die da so viel Schaden, ey? Ich hab doch eine Eisenrüstung an Ist ja Wahnsinn Ja, wir spielen halt auch schwer, aber das ist halt schon schwer So Aha Das ist ja die Ringuistik Aber wie war ich so, okay So, das war dann ja Hier rum ungefähr Alles wieder gut Ähm Ist man noch nicht zu Hause, Peter? Ja, doch sofort Was hab ich denn hier gefunden? Oh Was ist das denn? So, hier bin ich Oh, ich mach mir so einen Öngelstieg hin Oh ja, das wird was Lapislazuli Oh, den braucht man zum Tauschen, oder? Das weiß ich nicht Und zum, nee, warte mal Ähm, ähm Quatsch Zum, zum Verzaubern Färben Färben war das doch blau, oder nicht? Irgendwofür braucht man den Shit? Und Redstone Das braucht man für Erfahrung Das braucht man für Erfahrung Chat sagt Verzaubern Ja, da braucht man irgendwie so und so viel Lapislazuli Ah Ich erinnere mich dunkel Ja, dunkel ist ja auch Ähm Apropos Ich hab noch keine Ruhe Äh, na ho Äh, die was? Ich brauch noch na ho Wieso dürst du denn, dass die Leute eigentlich so danach, dass einer von uns stirbt? Ja, weiß ich nicht Weil die gewettet haben, wer als erster stirbt Und weil die wahrscheinlich dann entweder viel oder wenig Kanarpunkte kriegen Wir sind Minecraft OGs Wir haben schon Minecraft gespielt Da haben die Leute noch, ne An den Tittchen ihrer Mutti gesogen Au Wir sterben nicht Zu viel Eisen, Lud Okay Ich brauch viel Wer möchte dann nicht schlafen gehen, damit wir einen neuen Tag haben? Ja Am Tag So Alles wieder Das klang wieder bei Peter so Ja, nee, alles gut Alles gut Wichtige war, die Fallhöhe zu schaffen Der Chat weiß Bescheid Hat mittlerweile Monsterfleisch irgendeine Daseinsberechtigung? Also, kann man irgendwas tun? Irgendwas? Echt mal, verdammt gute Frage Also, was ist das? Bisher immer useless, ja, stimmt Ich dachte, vielleicht haben die da mittlerweile irgendwie mal was gemacht, dass du irgendwie so ein ultra schweres Rezept hast, aber Dass man das immer noch nicht braucht Das ist halt echt Kacken Man müsste so einen Filter einstellen können So, die Sachen sammelt man beim Vorbeigehen ein und die nicht Ja Kompostieren Hunde Hunde füttern Oh ja, okay Immerhin Oh, okay Hunde füttern ist ja tatsächlich sinnvoll Ich dachte, sie füttern mal Knochen By the way Kompostieren Hunde füttern Also, Wölfe Also, Wölfe Frieden Ah, okay Dann Ist wieder noch Hat einer von euch schon einen Hund gezähmt? Nee Nee Friedo, 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 Friedo Also, wer ist hier oder ever? Nee, nee, ich mein schon hier Hier war einer, aber ich find den nicht mehr Ich frage mich gerade ernst Also, wo kann ich am besten, dass das nicht so sehr auffällt, den ganzen Dörtscheiß abbauen? Und theoretisch Unter Tage geht das natürlich Ah, wobei, da ist es ein bisschen nerviger Ey, scheiße, wo ist denn der Wolf in, ey? Du brauchst doch nur Knochen, die du dem gibst oder sowas, ne? Ja Ja, muss ich ihn erstmal finden, ne? Ja, hier war einer Oh, ich hab auch schon ein paar gesehen Vielleicht ist der mittlerweile gestorben Das wär sad Ich hab grad einfach Fleisch hier gehabt Also, hier lag einfach Fleisch rum Vielleicht ist das Friedolin gewesen Hä, sag was? Wann ist denn unter der Erde Sand? Äh, hier so einfach so Dirt Das kann schon mal sein Dirt ist doch Also, so richtig tief, ne? Na gut, vielleicht zeigt das aber auch Hey, da ist, äh, ein Schleim Vielleicht hast du auch Also, man muss immer ein bisschen aufpassen, wo man auch anfängt zu buddeln, ne? Also, wenn er halt bei Höhe 50 Anfängst zu buddeln Dann ist ja War nicht ganz tief Aua! Hä? Oh mein Gott, Alter Dieses Spiel ist halt schlimmer als dieses Horrorgame, ey Ich wollte grad sagen, Alter Was geht denn hier ab? Ich lauf ja einfach durch den wunderbaren Wald Und auf einmal aus dem Nichts kommt ein brennender Zombie an Wobei man sagen muss, wenn man die Mechaniken nicht kennt, ne? Also, ich hab mich halt super erschrocken Als, ähm, als ich zum ersten Mal durch so einen Hagebuttenbusch gerannt bin Und Damage gekriegt hab Ja Und ich wusste, wo das herkommt Aua Wasser ist dein gutes Zeichen Nein, nein, ist es nicht Wasser ist dein gutes Zeichen Ich bin mit einem Creeper zusammen in einem Wasserfall Aber dann kriegst du nicht so viel Damage, wenn er im Wasser explodet Als MyCraft OG, da weiß ich das Äh, ich weiß, aber das ist trotzdem so uff Okay Wolf ist nicht mehr vorhanden Ich glaub, Christian hat die gegessen Ich hab Minensystem gefunden Nein, das war, äh, wie heißt denn das? Schafsfleisch oder so Minensystem im Sinne von Wirklich Minensystem? Minensystem Also mit, mit, äh, hier, wie heißt das noch? Schienen? Ja, mit so diesen Häusern Ach, warte, warte, warte Schienen? Mit diesen Holzdingern Diesen Gängen mit dem Holz Ja, und Schienen Ja, Schienen sind ja auch Ja, geil Alter, was haben wir denn hier alles in der Nähe? Oh mein Gott! Der ist direkt in meinem Haus, ne? Wo hast du den Block her? Enderboy Sag mir, wo du den Block her hast Hat er dir was aus der Hütte gesnackt? Bin ich mir noch nicht sicher Ich weiß noch nicht, ob ich hier rein möchte Ich hör so viele Viecher hier Können ja gerne zusammen einmal durchrödeln Hm Minenswert finde ich das besser Okay, wo, wie komme ich da hin? In mein Haus und dann einfach runter Ja, warte, ich mach noch ein paar Fäckelchen Was hältst du von der Idee? Das finde ich ganz gut Okay, ich hab mir das in meinem Fäckelchen gemacht Mach hier mal so ein Loch Okay Möchte ein Freund sein und bringt dir ein Geschenk Ja, genau Ich komme Ich komme Ich komme Gab's nicht auch so Ja doch, sie hat mich auch ins Feuer gepusht Sie wollte mich mit ihr verbrennen Voll die verrückte, Alter Junge, hast aber ganz schön krass hier schon gebuddelt und so Ich hab mir gedacht, ich gönne mir mal Und irgendwie hatte ich kein Glück Und dann irgendwann hab ich doch Wasser gehört Und zack, haben wir ein Minensystem Ich hab ja auch so einen Wasserfall Ich bin jetzt immer noch auf Höhe, wow, 53 Alter, hier sind noch viel mehr Spinnen Jetzt bin ich auf Höhe, 40 Ja, das könnte ein Giftspinnen-Spawner sein, ne? Das wär richtig, richtig Aber Giftspinnen sind nicht so geil Aber die sind hier hinter der Wand, Peter Ja, okay Lass mal hier den Shit abbauen, oder? Nee, hier war irgendwo Wasser Achso, ja gut, das ist jetzt weg Okay, hier ist Ende Aber Ende? Okay, dann sollte ich hinter dieser Wand Klingt wie ein Spawner Oder einfach sehr, sehr viele Kumpel Ach du Scheiße Wo? Links, rechts, antäuschen Ich hab überall geguckt, hab nichts gesehen Okay, hier auch noch nicht Hier geht's rein Oh, hier wird's jetzt unübersichtlich Wo bist du? Ich bin immer noch in der Mitte Ich brauch hier mal den Eingang zu Ich hab hier gecheckt, ob von links und rechts Hier nicht noch jemand kommen kann Was ist das über uns? Ist das nicht Gravel? Gravel? Das ist Gravel? Fehler, haut einfach nicht Oder muss Schlusspasse Das war so klar Alter Ja, weil ich da nicht mehr hier stand Motherfucker Also ihr seid auch in so einem Höhlen-System unterwegs, oder? Im Minen-System, ja Ja, okay Einfach bei Sepp rein und runter Nee, nee, also ich bin auch gerade in einer unterwegs Und wollte einfach nur mal wissen Ich hab eine gefunden, weißt du, wo einfach so ein Wasserfall runtergeht Und der geht halt Ich bin nicht richtig tief, oder? Oh Gott Oh, das ist wirklich eine Giftspinne Aua, das ist nicht so gut Das ist keine Giftspinne, oder? Ja doch, das ist eine fucking Giftspinne Ich hab, ich krieg Schaden Wie lange kriegt man den Schaden? Äh, weiß ich nicht Das ist, glaube ich, nicht so gut, dass du keinen Datum Schaden gekriegt hast Naja, drei Herzen, glaube ich, verloren dadurch Hilft der nicht, Milch, oder so ein Shit? Ja, eben so eine Kacke Hey, das war bei anderen Stimmt Oh, zack, weg die Wurst Da ist der Spawner doch Wollen wir den kaputt machen? Nee, lass den einbauen, oder? Äh Kann man den nicht gebrauchen, Färber? Wenn Christian hier seinen Ihr braucht den ja nicht kaputt machen Ihr müsst ja nur Fackeln drumherum platzieren Oh Gott! Oh Dann sind die noch da Und Also wenn ihr Fackeln drumherum macht Dann bleiben die ja Und da kommen trotzdem keine Viecher Wieder ist gestorben, oder? Noch nicht, aber Also in echt Ja, Alter Ja, weißt du? Da ist wieder einer gespawnt Wir müssen Haben die Lamas Lippenstift? Das sieht so ein bisschen so aus Das sind Fabulous Lamas Ja Peter mag die doch Rainbow Lamas Okay, okay, okay Ja, wir haben hier alles ausgeleuchtet, richtig? Ja Hier ist alles ausgeleuchtet So, das heißt, wir müssen jetzt hier die Wand weg machen Warum? Achso Ich dachte, du wirst noch mal ein bisschen Action haben und sterben Peter Die Zuschauer wollen Blut sehen Ja, nee Die können nicht mal Da ist Da ist Da ist Wo kommt die denn jetzt her? Oh Gott Das Geräusch von einem Alpaka oder so Das ist ja, ist ja mal episch Hey Hey So macht der Alpaka Ja, also du hattest das Geräusch, was ich gerade gehört habe Und das scheint ganz schön geil auf mich zu sein, weil ich eine Schaufel in der Hand habe Das läuft mir die ganze Zeit hinterher Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Okay, dann soll ich nochmal aufmachen? Ja, kannst du machen Chat, durch mein Schild durch Vergiften die mich Da unten, da unten Kann man die Hände durchhauen? So sneaky? Okay, Alpaka ist aus Sie ist durchgekommen Sepp Ich Ja, das ist richtig gut gewesen Sie kann mich nicht vergiften Durch Scheiße Scheiße Wieso kann die denn da durch? Okay Wir brauchen Wir brauchen Fackeln Eins Zwei Da, ich werde sie wieder Komm, sie muss sich auf mich konzentrieren Da kommt noch einer Ach, da war ja nur eine Spinne, oh mein Gott Ja, aber jede Macht auf, ihr safe Drei Ich habe erst mal wieder zugemacht Fünf Hat fünf Schaden? Fünf Schaden? Habt ihr den Spawner nicht aufgeläuchten? Ja, nee Wir sind dabei Achso Sag mal, wenn du wieder fit bist Äh, jetzt Könnte sein, dass gleich wieder vermehrt Sachen spawnen ist Ich weiß nicht, ob das unten Da kommt wieder einer Komm, konzentriere dich auf mich Komm schon Wo bist du denn? Hier, da ist der Tank voll nice Ja, ist er, wirklich Komm, komm her Komm her Ich bin der D Ja, ja, komm Jetzt mach Von hinten Ah Ja, gute Testix Alter, aber Seht ihr, liebe Zuschauer Deswegen ist der Mensch, den ich hier an überlegen So, komm Komm Wer ist hier? Ich höre immer mehr Spinnereien Ich höre dich richtig an Hey, wie viel ausleuchten müssen wir denn hier? Ich habe keine Ahnung Wahrscheinlich brauchen wir irgendwie Glowstone Die verarschen uns bestimmt Das ist echt toll Ja, ja Aber obachten, denn wie gesagt Es wird gerade Nacht Ich weiß nicht, ob da irgendwie in der Höhle auch Äh Nee, dann spawnen nicht mehr Wo ist denn der Spawner? Ist der in den, in den Fäden drin? Ich weiß ja nicht Vielleicht da hinten Die Fäden können wir mit Schwerdern kaputt machen, wa? Ja, ja, da bin ich am Stizzle schon Okay Ich weiß ja Ich sehe halt den Spawner halt auch nicht Alter, wie weit ich die Sachen kaputt machen kann Okay, Sebastian Okay, liebe Tiere Ich lasse es Ja, okay, Peter Ich höre drei Spinnen Ja, wir müssen dann eins nach dem anderen Da kommt die Dächste Komm her Wo ist die Spinne? Wo ist die hin? Die ist nach oben Die hängen hier oben Hier oben ist bestimmt ein Spinnennetz Und da hängen die alle drin Ich sehe, glaube ich, ein Fingerchen Ich glaube, da sehe ich einen Spinnenfinger Kann ich da durchhauen? Nee Okay Pass auf, wir können uns neben den Spawner bauen Das wäre doch Idee 3000 Oh, nee, Moment Das war Fail Ja, genau, Peter Das ist nämlich ein Riesengang Ja, nee Einfach hier so ein bisschen Sneaky, sneaky Alter, bist du Großartig klug Ich weiß nur nicht, auf welcher Höhe jetzt genau der Spawner ist Hier rechts Ja, irgendwo rechts Aber ich weiß nicht, wo rechts Chat, guck mal hier kurz, ja? Ja, komm rein Chat, lass die mal machen Das ist umso lustiger Guck mal rein Ich sehe auch, dass du da reinguckst Alter, das sind vier Stück bestimmt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Jungs, ich habe hier gerade Arena Wars Äh, Skelett gegen Zombie Oh, da war er noch nicht Jetzt einfach Hinterpeter aufmachen und dann Gehen So, warte Nächster Versuch Oh Gott, nein Ich bin ja unter der Spenne Wann wurde Asi nur ein Zimmer dann? Alter, sie ist direkt durch die Wand gekommen Ich muss kurz Mich sofort wieder heilen Hast du zugemacht? Nein Da ist der Spawner Ja, den Spawner Genau, deswegen habe ich ihn zugemacht Weil ich den Spawner gesehen habe Nicht den kaputt machen Nee, ich versuche die Spinnennetze wegzumachen Oh, also hier auf so einem Feld ist aber auch gut was los, muss ich sagen Ich habe wieder full live Okay, ich habe an den Spawner Oh, ja, geh mal rein Da guckt mich Fridolin an Nee, Fridolin ist eine Tore Ich habe da jetzt vier Fackeln oder drei oder so schon hingeballert Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht Hallo Uff Hast du einen Bogen zufällig, Sepp? Nee Ich habe Pfeile Alter, diese Geräuschkolosse, das ist Alter auch Killer Wobei, wir könnten einen Bogen bauen Warte mal, ich kann einen Bogen bauen Ja, bau mal kurz einen So lange halte ich die Spinnchen hier in Schach Voll die gute Idee Sind da zwei ineinander? Ich habe zwei Pfeile, Christian, Peter Ja Ja, okay Zwei Pfeile sind nicht so viel Hast du mehr Pfeile? Nee Ich habe null Pfeile Das ist weniger Eins Zwei Guck mal, ein Bein geschüttet Guck mal, ein weniger Nice Okay Wie gehen wir jetzt am besten vor? Du machst das jetzt auf, gehst da rein und tankst das Du willst mich komplett verarschen? Ja Nee, wir pullen immer ein und dann rennen wir zurück Ja, ich habe eine gepullt Zurück, zurück, zurück Lass mich doch mal kurz, ich muss das langsam machen Und ich stelle mich hier, wenn du rauskommst, links um die Ecke Und dann bummst ich die Du gehst nach rechts hinten weg Okay, einer hat gesagt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße So Ja Hä? Wie ist das denn passiert? Oh Gott Alter, was bist du denn für ein Tank? Direkt die Akku verloren Ja, Alter Die Akku habe ich nicht gehalten, keine Ahnung Die hat unseren Plan durchschaut Hallo? Machen null Damage Ich würde mich schnell machen Wie fühlen wir hier hinten? Das ist ja Oh Gott Oh Gott Alter, das hört sich halt auch so an, ey Ey, yo, Bitch Hört sich super an, wenn die so so machen Was machst du da, Peter? Du bist DD Du bist kein Ach, du bist Tank Du bist kein DD Ja, egal Ich mache die weg Mach sie wack Die haben keine Schnitte Alter, da vorne Rechts sind ja auch noch super viele Oh, die sind alle gebackt. Ja, ich glaub, ne, gebackt ist das nicht. Die hängen halt in ihren Spindennetzen. Peter! Von hinten! Was? Sebastian! Ja, kann ich doch nichts für, wenn die sich da freikämpft. Dann kill sie! Ja, ich wollte dir aber vorher Bescheid sagen. Ja, aber du bist weggeraht. Nein. Okay. Also rechts hat sich eine freigekämpft. Ich weiß noch nicht, wie gut die freie ist. Sie hatte auf jeden Fall Bock. Mach mal eine Fackel auf den Spawner. Mach mal eine Fackel auf den Spawner. Hab ich. Hä? Ich bin zu blöd, zu kacken. Ich hab, glaub ich, zu hart gespammt. Wir müssen kurz warten. Oh! Alter, jetzt ist mal gut. Hast du eigentlich nicht so viel Schaden? Frag für'n Freund. Ja, geht alles klar. Hast du dir ne konkrete Ressort einsatt? Ne, ich bin nur ne Goldplatte. Ja, aber der Rest? Ne, ich bin ja arme Schwein. Peter teilt ja nicht. Fuck you! Also ich hab jetzt jeden Block um den Spawner mit ner Fackel gemacht. Ja, ich hab vier Spinnen gerade gekämpft. Alter, hier über uns ist... Alter, die hab ich gerade gesehen. Ich hab mich erschrocken, Alter. Ich hab mich fast eingekackt. Guckt mich da so ne Hand an. Scheiße, wir kommen hier nicht durch. So, da sind zwei, ne? Wir können das Holz eben abbauen. Warte, ich baue ihm was... Peter macht jetzt schon. Ey, du bist schon ein krasser Typ. Wir haben ein bisschen Respekt vor dir. Spinnenwichser. Aber jetzt gerade spawnt ja auch nix mehr, ne? Ja, nice. Da wollt ihr mich komplett verarschen. Ey, wie viele sind denn da noch? Das sind fünf oder so. Eins, zwei... Fünf? Okay, ich hab jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich geh weg. Gott! Flucht! Flucht! Nee, da kommt die durch. Aber nur eine. Ist nur eine, ist nur eine, ist nur eine, ist nur eine, ist nur eine. Hast du noch was zu essen? Ich hab noch was zu essen, ja. Äh, aber hier nur für dich. Hast du Steaks? Ich muss ja an meine Mitmenschen denken. Na, ist doch nett. Okay. Haben die sich jetzt alle freigekämpft? Ne, zwei haben sich auf jeden Fall freigekämpft, ne? Oh, links direkt eine. Links direkt. Hä? Oh Gott! Ich hab durch die Wand, hab ich sein, hab ich sein Spin-Beinist gesehen. Alter. Wir sind so sneaky unterwegs. Guck mal, ey. Also müssen jetzt noch drei oder zwei mindestens sein, ne? Ja. Ach du Scheiße, wie sie da hängen. Das sind fünf. Wir haben doch gerade noch fünf gehabt. Lass mal da eine Fackel erstmal platzieren, warte. Oh oh. Ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß, ich mach erst die rechte, okay? Mhm. Und dann kommen sie alle. Okay, okay. Okay, okay. Oh, nice. Easy snack. Oh, die hängen fest. Das ist schon echt erstaunlich. Einfach draufkloppen jetzt. Ja, chill. Können die die nicht abfackeln? Ne, brauchen wir nicht. Die sind einfach dumm. Peter, mach die einfach One-Hit weg. Boah. Der Schlechter der Miene. Weißt du, nicht mal zwei Stunden nach Start unseres kleinen Minecraft-Abenteuers haben wir jetzt hier schon einen Spinnenspawner geklirrt. Ega gut. Also ihr traut euch nicht die Fackeln da immer wegzumachen. Ne, machen wir auch nicht. Das hat jetzt voll lange gedauert. Vor allen Dingen geht es hier nicht mal weiter. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es gibt aber noch voll viel hier zu erkunden. Ja, ja, schon klar. Aber den hätten wir auch einfach zulassen können. Das hätte nichts geändert. Hier waren wir schon. Warte mal, dann müssen wir hier zu machen. Wenn nichts ist, dann machen wir zu. Ey, ey, ey. Wer schießt hier? Ja, stimmt. Cool. Hallo. So, da war nix. Hast du mir was mitgebracht? Dann kann ich den Spawner ja öffnen, ne? Vom Weg her, der ist ja eh offen. Ja, der ist ja eh offen. Der müsste safe sein. Da ist Belafold und Erz. Genau, da geht es noch weiter nach oben. Hier gibt es dann jetzt noch wieder mehrere Wege, aber wir sollten das mitnehmen hier, den Shit. Ja. Ich versuche gerade mal eben hinterher zu kommen. Ja, ich bin quasi die Treppe hochgegangen. Ja, ja. Ich wollte jetzt noch die anderen Wege zumachen. Achso. Hey, wo kommt denn hier Wasser her? Waren denn hier schon? Dankeschön, Lust, Bubby. Was ist ja eigentlich? Da ist eine Kiste. Schienen. Nice. Oh, zwei Diamanten. Oh, zwei Diamanten ist cool. Fackeln, rote Beete-Samen und ein Name-Tag. Mega gut. Können wir nachher, von mir aus können wir nachher alles aufteilen, was wir hier gesammelt haben, Sebastian. Da hinten ist mega krass Lava. Das sieht aus, ein bisschen wie bei Mass Effect. Okay, ich sollte mit dir zusammenlaufen. Ich bin die, die drücken, ja. Da könnte einer. Das ist der Typ von Mass Effect da, der in seinem Büro. Guck mal, da hinten. Das sieht aus wie dieser Planet bei Mass Effect, oder? Das ist einfach nur Lava, Alter. Ja, aber das sieht genauso aus, wie bei, wenn der da auf seinen Planeten da guckt. Der meint die Sonne da, der meint hier bei Teil 2. Wie heißt denn der nochmal? Leckumio, ey. Ich weiß es nicht. Der wurde von Martin Schien gesprochen im Original. Oh, da unten ist irgendwas Grünes. Das ist grüner Stein. Oh, hier ist es vielleicht. Sagt nicht, da ist noch ein Spawner. Vielleicht hatte der auch gar keinen Namen. Vielleicht ist hier noch ein Spawner. Der Illusive Man, ja genau. Ah, genau, der Illusive Man. Genau, so hieß der. Schönen guten Tag da. Ja, da ist ein Skelett Farmer. Was? Nicht ein Skelett Farmer. Das wäre jetzt ein Spawner. Ja, mega nice. Also unendlich. Als ob da jetzt ein Spawner direkt wieder ist. Alter, wir haben hier aber auch. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass das eine zufällige Welt ist. Ich glaube, das ist aber... Ey, wieso ist denn der schon eingebaut, der Spawner? Ne, ne, das ist normal. So konntest du früher die normalen Zombie- oder Skelett-Spawner schon immer erkennen, da die mit Cobblestone umrundet sind. Krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, gut. Okay. Nein, oh Gott. Wehe. Oh Gott. Oh mein Gott, wie viele Pfeile gucken dich denn da an? Kriegen die sich gerade gegenseitig? Ich will die ganze Zeit Fackeln da drin platzieren, ey. Die gehen sich gegenseitig mega gut. Ich habe da hinten noch eine Fackel platziert. Ja, aber reicht noch nicht. Wir mussten nur dafür sorgen... Oh Gott, hier ist ja immer noch nicht vorbei. Wir mussten nur die Initierung starten. Ja. Wir mussten nur dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig hassen. Es können ja nicht mehr viele Skelette drin sein. Siehst du noch welche? Nee, ich höre auch kaum noch was. Eins sehe ich noch. Komm mal ran da. Wenn sie will ja. Und wart. Okay. Oder? Let's go. Du, 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 du. Hier ist überhaupt gar kein Loot. Was ist denn da für eine Scheiße? Ja, aber die Kiste war es wahrscheinlich, die du vorhin hattest. Nee, die war ganz weit weg. Die hat nichts mit dem Spawner eigentlich zu tun. Dann können wir den ja aufmachen hier. Nice. Sehr gut. Volk, Alter, wir haben zwei Spawner hier direkt. Ja, ist schon krass. Also ich meine, die Spinnenspawner sind hier normal in diesem Gebiet. Aber dass wir jetzt hier direkt daneben auch noch einen Skelettspawner finden, ist schon witzig. Also ich muss ja safe so ein Ding machen. Ich hab schon der mit 18. Hast du eigentlich noch mehr Essen? Sonst müssen wir langsam mal wieder zurück. Ja, ich hab mal ein bisschen. Ich hab das unterschätzt, wie viel man hier verliert. Ich hab jetzt vor lange schon nichts mehr verloren. Aber hier unten, diese grünen Steine machen mich so irre. Ach, das gehört zu dem Spawner. Okay. Ja, ja, das ist Cobblestone. Irgendwas mit. Ja, guck mal, hier ist doch Wasser. So. Oh, da geht's nach unten. Auf der anderen Seite geht's auch nach unten. Das ist natürlich belastend. Ui. Sonst können wir doch hier einfach runter, Peter. Wir müssen aber auch theoretisch nicht runter. Wir können ja erstmal auf dieser Etage bleiben, oder? Hier gibt's ja noch andere Wege. Stimmt, wir können auch hier nach links einfach. Schönen guten Tag, junger Mann. Ich guck mal hier links. Ich folge dir. Hier ist Eisen zumindest. Ja, soll ich mal mitnehmen. Was war das für ein Geräusch? Das klingt nicht wie ein Standardtier. Nee, irgendwie nicht. Das klingt wie ein weiblicher Zombie. Hier geht auf jeden Fall nicht weiter. Ja, irgendwie so ein bisschen... Wir können hier noch weiter. Durchs Wasser. Habt ihr die Schienen mitgenommen? Ja, nee, noch nicht. Ja, teilweise. Immer noch. Aber die waren eigentlich nur am Anfang, interessanterweise, die Schienen. Nee, hier zwischendurch auch nochmal immer wieder. Echt? Okay, hier geht's wieder runter. Also immer ein paar mit. Ja. Weil hier ist noch Eisen, Peter. Da muss man nicht so viel... Ja, wir sollten da auch runtergehen, aber ich wollte die Kohle auch noch mitnehmen. Aber hier ist dann Sackgassen, ne? Reicht? Oh. Deshalb meinte ich so, hey... Also... Oh. Ich hab noch einen anderen Weg gefunden. Wut? Hier ist doch Fridolin. Ich mach mal doch ein Schild. Aber hier vorne können wir doch her. Ja, ja. Oh, Gold. Ich liebe Gold. Wissen wir mal, dass ich Gold gefunden hab jetzt. Ja, wir sind schon an Gold vorbei. Ich hab auch ein bisschen was mit. Na so. Alter, hier ist voll viel Gold. Gott, schade. Schade. Das ist schon ein großes System, ja. Ja, das ist krass. Manchmal hast du ja so Glück, ne? Dann findest du irgendwie so ein Stück und dann läufst du zwei Meter ans Ende. Davon ist der Lava-Shit. Hier sehe ich aber auch wieder Fackeln. Wir sind hier quasi jetzt wieder an der Stelle, wo wir schon mal... Ja, da hinten waren wir. Das war doch hier, Peter. Hier hab ich doch gesagt, boah, guck mal, das ist Mass Effect-Ding. Echt? Ja, hier ist der Lava. Lol. Strom. Hier ist voll viel. Das ist doch ein Slime-Spawn, oder? Uh, Slime brauchst du mal noch wofür, oder? Ja, wobei, ich bin mir unsicher. Aber hier ist so viel... Hier ist so eine große Fläche mit ganz viel Erde auf dem Boden. Das erinnert mich irgendwie an Slime. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Okay. Ähm... Peter, Tank, go for it. Was kommt da auf uns zu? Muss ich jetzt Schiss haben, oder nicht? Ich habe keinen Crot-Control. Ich sehe nichts. Oh. Du siehst, ach so, wegen der Fackel, ne? Hey, Peter, ich würde sagen, da sind wieder voll viele Spinnennetze. Oh nein. Noch ein Spinnenspawner. Nice. Das ist halt for real. Ich sehe schon, hier kommt mit der Lava 50 daraus. Ich sehe schon, hier ist wirklich nur einer. Holy crap. Hier ist noch eine Truhe, Peter, gleich. Ja, genau. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon richtig hier... What the fuck? Hä, ist hier keine Spinne mehr? Ne, war nur die eine. Nur die eine hatte Bock. Okay. Ja, gut. So einfach kann es gehen, was? Das war jetzt ein bisschen entspannter. Als beim ersten. Ich habe vorhin eine Viertelstunde gegen 20 von diesen Scheißdingern gekämpft, ne? Hast du die Truhe schon alle leer gemacht? Ne, ne, mach du die mal leer. Wo ist sie denn? Da hinten rechts. Da vorne rechts. Ah, lol. Ich habe das Gefühl, du kannst weiter gucken als ich. Habe ich auch das Gefühl. Aber ich habe auch eine Fackel in der Hand. Du, nur ein Schild. Melonsamen. Oh, ne, ne, Minecraft. In welche Richtung gehen wir denn jetzt weiter? Ich gucke mal eben hier vorne. Sieht so aus wie ein ziemlich weit... Oh, Creeper? Alter, wie ewig wir damals nach Melonsamen gesucht haben. Na gut, wir haben jetzt gerade einfach ein Dorf, wo Melonen rumliegen. rumliegen. Ja, ja, das ist alles so freaky. Ich fühle mich gerade so vollgestopft. Weißt du? Ja, ja. Du hast schon sehr viel mehr, sehr viel schneller als... Wie voll? Also... Aber dafür gibt es auch mehr. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie noch stundenlang nur Melonen suchen müsstest, würde ja keiner mehr Melonen benutzen. Ja, stimmt. Möhren sind schwer, sagt der Chat. Stimmt, Möhren wäre natürlich geil. Oder Kartoffeln. Ja, für Schweine, glaube ich. Ja, für Schweine, glaube ich. Oder zumindest, wenn du Schweine reiten willst. Gehen da nicht auch Kartoffeln? Ja, zum Reiten nicht, aber... Gehst du in eine Kiste? ...normale Schweine vögeln lassen, weiß ich nicht mehr genau. Es sind die Kartoffeln? Ihr Schweine fressen eigentlich alles, oder? Ich weiß nicht mehr, womit man die quasi anlocken kann. Scheinbar Karotten. Ja, Kartoffeln geht. Okay. Kartoffeln hatten wir, ne? Nee, noch nicht. Du hast gesagt, du hast Kartoffeln. Ich habe gesagt, ich habe Kartoffeln. Da ist noch eine Kiste. Nein, schon, ja. Ich habe aber auch keine Kartoffeln. Oh, die Kiste ist lame. Ja. Kürbiskern, goldener Apfel. Musik, oder war das? Rote Beete, Karotten, Kartoffeln. Okay. Okay, rote Beete haben wir auf jeden Fall. Okay. Oh! Kann sein, dass Kartoffeln in einer der Dörfer waren. Von den Dörfern habe ich noch nichts abgenommen. Also nichts aus dem Boden gerissen. Okay, that is strange. Also. Oh, da waren wir schon? Da sind wir da gerade hergekommen. Ja, da sind wir alles ein bisschen im Kreis. Okay, nee. Da vorne geht es aber, in so einem Riss geht es weiter. Also hier vorne geht es im Riss weiter. Und hier sind noch voll viele Übergänge und so. Und hier droppen auch ständig Viecher von oben. Also pass auf, gerade sind mir zwei Creeper auf den Kopf gefallen. Ja, was hältst du davon, wenn wir den Riss als gutem Checkpoint nehmen und hier später vielleicht nochmal wieder hinkommen? Das finde ich gut. Und alles auf der anderen Seite des Risses vielleicht jetzt noch checken, was wir finden. Ja, das finde ich besser, ja. Müssen wir uns aber irgendwie einen direkten Weg merken. Wann mal, der müsste ja dann hier rumgehen. Kann ich noch ganz viele Pöckeln machen? Doch, eigentlich schon. Ne, kann ich nicht. Ich habe kein Holz dabei. Na gut, hier ist natürlich Holz. Waren wir denn hier? Theoretisch... Da waren wir gerade, da können wir zumachen. Aber hier ist Gold und hier ist Slapislazuli, was wir glaube ich noch gar nicht hatten. Dann waren wir da vielleicht drunter. Und Level 20. Na doch, hier waren wir dann aber schon. Ja, hier ist jetzt auch dicht. Der Gang ist irrelevant geworden. Können wir das jetzt zumachen, ja. Der Gang ist glaube ich auch... Der ist auch irrelevant. Und hier ist auch ein bisschen Kohle. Ja, komm, scheiß auf die Kohle. Zumachen. Waren wir hier? Ja, da ist... Ja. Hier ist die Lava. Zumachen. Das heißt, wir können hier theoretisch so machen. Wir müssen hier eigentlich nur geradeaus gehen. Nur geradeaus, ja. Okay. So, dann zurück. Hier ist der Spawner. Alter, habe ich mich gerade vor dieser scheißdrehende Spinne erschrocken. So, dann ist theoretisch hier dieser Slime-Spawner, den du meintest. Mhm. Dann ist ja aber auch sonst nichts mehr. Ja, der Chat ist sich da aber auch unsicher gewesen mit dem Slime, ob das überhaupt was mit Slime zu tun hat. Okay, dann gibt es hier noch seitlich was. Da ist aber... Nichts. Gucken wir da auch zu machen. Da ist sowieso nichts. Okay, wo kommen wir jetzt hierher? Hier gibt es jetzt drei Wege. Hier waren wir schon. Achso, hier ist der Spawner. Hier ist der Skelettenspawner. Das ist natürlich noch interesting. Können wir aber hier vorne zumachen. Ja. Dann kamen wir doch schon von hier, oder? Sind wir irgendwann... Ja, da war die Truhe. Da war die Truhe, Peter. Dann kamen wir von da unten. Kamen wir nicht von hier? Ja, von da unten, ja. Das heißt, hier vorne, wo die Truhe war, müssen wir... Sind wir zwei Treppen hoch? Das kann sein. Hier ist der erste Spawner. Ja. Dann können wir hier noch, wo die Kiste war, weiter. Ja, ich bin da hoch. Wie geht es nämlich noch, Alter? Auf jeden Fall auch Schienen noch und alles. Ja, ich bin so ein bisschen hier am Abstecken. Da geht es noch weiter, oh Gott. Ich bin da, wo die Kiste war. Oder geht es da vorne auch weiter? Hier ist nur noch ein kleiner Gang gewesen, wo ich kurz das Erz, das Eisen daraus entferne. Ach, da hängt... Okay, hier vorne geht es auch noch weiter. Ach, da ist es der Weg zu dem, wo ich auch gerade war. Okay. Also wir können auch hier vorne rum. Nur, dass hier nerviges Wasser ist, aber das ist nicht schlimm. Ich kann ja zündbaren, wir mal. Zack. So, hier ist dann... Vielleicht geht es hier dann auch wieder weiter? Ja, ich glaube, hier gibt es nur parallel. Ja, halt. Hier sind wieder super viele Gänge. Hier geht immer mal wieder rüber. Ist das alles verwirrend? Fassbar riesig hier. So, hier machen wir schon mal zu. Weil da nichts mehr ist. Geh du mal da in den Gang. Ich guck mal hier in den Gang. Ich glaube, das sind nämlich alle so kleine... Spawner! Ja, da könntest du richtig... Was für ein Spawner? Spinner? Nee! Normaler Zombie-Spawner. Also ein Zombie-Spawner auch? Jo! Jo! Cool! Shit! Rastet aus! Alter, wir haben ja wirklich alles, ne? Ich möchte mal ganz kurz wiederholen, dass ich wirklich einfach random ne Welt gestartet hab. Nee, Peter. Ich möchte mal kurz wiederholen, dass ich einfach den Boden gebuddelt hab und dieses sicke Gebiet hier gefunden hab. Ja, man könnte ja... Woher weißt du, dass da... Achso, weil hier Zombies wahrscheinlich waren, ne? Nee. So, wack. Peter! Peter! Wer weißt du dann, dass da ein Zombie-Spawner ist? Rette mich! Wie denn? Rette mich! Nimm mal eine Hand! Woher weißt du, dass da ein Zombie-Spawner ist? Weil da ein Zombie drin rum... ...teinzelt. Ah ja. Okay. Scheiße. Hast du einfach gerade nach unten gebuddelt? Ja, und dann war hier auf einmal nur noch Spinnen-Leber. Gut. Ja, nicht schlimm. Alles gut. Hier geht's aber noch weiter nach unten gleich. Also wenn wir zwei Spinnen... Spinnen? Spinnen-Spawner, einen Skelett-Spawner, einen Zombie-Spawner relativ nah beieinander. Das ist schon ziemlich sick. Ja, ich würde auch sagen, das ist ganz okay, ne? Oder so. Wie schnell du den hier auch ausgeleuchtet... Und hier war wieder keine Truhe? Das ist doch hier beschiss. Nee, warte, das geht doch weiter. Geh mal weiter erst mal. Ja, hier ist Feierabend. Achso. Ja, aber da unten, da unten war auf jeden Fall noch was. Jetzt kommen wir wieder durcheinander. Achso, warte mal. Ja, oder sollen wir erst da vorne fertig machen? Ja, wenn wir jetzt wieder die Ebene verlassen, und you know, dann wird's ja complicated. Warte mal. Wo waren wir denn gerade? Das ist ja jetzt schon complicated. Bin auch schon... Nee, das waren die Parallelgänge, Peter. Das ist ein Parallelsystem. Also wir kommen hier hinten her und dann konnte man hier links und rechts, also die können wir alle zumachen sonst, ja. Und dann nur den letzten hier freilegen. So, und dann müssen wir eigentlich nur hier runter, ne? Wobei, wir können direkt hier runter buddeln, glaube ich. Auch hier runter buddeln. So, aber dann werden wir ja den Spawner nie mehr finden, oder? The damn right, son. Okay, dann brüllen wir doch. Also gehen wir doch hier vorne runter. Weil hier ist auf jeden Fall auch noch ne Ebene. Die Viecher gehen ja schon dezent auf die Eier, Alter. Welche Viecher? Alle. Zombies, Spinnen, Skelette. In so einem Feld ploppt einfach alles um dich rum. Auf und ist das da, wo wir vorhin waren. Oh Gott. Dankeschön an alle, die gerade übrigens Submen oder generell Submen. Ganz herzlichen Dank. Jetzt bist du wieder da, wo wir schon waren, ne? Jetzt bist du einfach wieder runter. Das sieht so aus, wenn wir hier schon waren, ja. Okay, dann komm ich. Au. War da oben denn noch was? Da ist der Spinnen-Spawner, ne? Oh Gott. Jo, hier ist der Spinnen-Spawner. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Hey, wieso sind wir denn dunkel? Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang quasi. Ja, lass mal hochgehen. Ja, ich glaube, jetzt sind wir relativ durch. Also wir haben ja nur vier oder fünf Spawner gefunden. Wie geht's runter? Wieso geht's hier runter? Ne, wir müssen hier vorne, glaube ich, hier rüber, oder? Was hier? Ne. Auch nicht. Hä? Oder kamen wir von oben? Also wenn ihr den Weg zurückgefunden habt. Ich hab euch, äh, ich hab euch irgendwie quasi ein Mahnmal gerade gebaut. Ähm. Ich steh auf so einem 10-Meter-Hundturm und warte, dass die Sonne die Viecher um mich rum verbringt. Oh nein. So schlimm? Hier ist der Weg zurück. Den haben wir richtig schlecht gemacht. Wenn man das heißt, wenn man hier ist Ende, okay, dann machen wir hier auch zu. Hier die Schienen mal mit. So, cool. Ja. Alter, das war ein Adventure. Das war ein Adventure. War cool. Cool. Nice one. So, wir gehen jetzt hier wieder hoch und oben machen wir kurz ein bisschen die Aufteilung. Ah, übelste Neuzigkeit, ey. Bei uns vor den Türen hab ich jetzt mittlerweile, ich glaub, zwei oder drei Endermen gespottet. Was wollen die denn alle bei uns? Unsere Blöcke klauen. Die wollen unsere Jobs. Unsere Blöcke. Unsere Spawner klauen. Mein Inventar ist voll. Ja, hier tu also in die Kiste rein oder so. Das ist, glaub ich, sowieso besser, mein Inventar, so wie auch voll. Du kannst das ganz gut da rein tun, glaub ich. Gib mal Eisen als erstes. Das gibt's zurück. Das gibt's zurück. Ein Diamant. Wir haben drei. Ich würd einen Christian geben. Diamanten, die wollt ihr aufteilen? Mach doch eine Diamantenspitzhacke draus oder so. Oh, das stimmt, wir können eine Diamantenspitzhacke daraus machen. Das ist ja... Macht ja viel mehr, sondern drei. Diese einen Diamantenspitzhacke. Ja, okay, also ja, touché, aber was mach ich mit einem Diamanten? Du kannst, du kannst doch dann... Dann brauchst du, wenn du nur noch zwei findest, dir selber eine Spitzhacke machen musst. Nicht mehr. Ja, okay. Kannst du nicht hier die schwarzen Steine damit abbauen? Hier in der Bumssteine? Ja, brauchen wir aber nicht. Hat jeder einen Diamanten? Nein. Ja, gib mir einen Diamanten. Ja, guck mal. Den häng ich mir jetzt hier irgendwie wohin und dann ist gut. Aber wollen wir die Schienen zusammen tun? Ja, das können wir von mir aus machen. Ja, ich geb dir die mal. Okay. Warte mal, sind alle gewesen, Entschuldigung. Und hier die auch noch. Hier ein Namensschild, kriegst du auch. Hast du noch Samen? Samen? Ja. Die hab nur ich eingesammelt, ne? Ja. Nee, die waren, glaub ich, nur in den Truhen, ne? Ja, glaub schon. Cool. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. Nice. Wie viele Kisten muss ich denn jetzt bitte noch bauen? Christian hat ja schon angebaut, angepflanzt. Pflanzt. Ja, das, was ich so gefunden habe. Weitmannshei. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ja, schön. Vielleicht können die Diamanten mehr gesehen haben. Fühlt sich direkt geil an, oder? Wie mach ich denn nochmal so ein Zeugchen? Ah ja. Oh. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Wir sind hier echt in Zombieland. Also, auf dem Feld ist halt wirklich, da spawnt die ganze Zeit, spawnt Nachtsviecher. Ich hab hier so viel Moch jetzt hier schon wieder. Ui. Wann war dir zuletzt schlafen? Ach, keine Ahnung. Oh, das ist lange her. Muss man nicht irgendwann wegen den Geistern mal schlafen gehen oder in so einem Quatsch? Jo, alle drei Tage oder so, glaube ich. What? Also, wir sollten heute Abend auf jeden Fall einmal pendeln. Die Geister, die ich rief. Können wir gerne mal. Cool. So, B-Land, ja genau. Was hab ich denn jetzt hier? Alles Wichtige aus Eisen, aber die Sachen gehen bald kaputt. Warte mal, konnte ich nicht... Deine Rüstung geht bald kaputt. Die Sachen gehen bald kaputt. Können wir nicht eine Eisenspitzhacke reparieren? Aber dafür brauch ich einen Amboss wahrscheinlich, ne? Ja. Da musst du dann wieder einen Block Eisen investieren. Ja, dann kann ich mir besser eine neue kaufen. R.K.A. bauen. Stimmt, ich brauche auch noch eine neue. Fuck. Why? Ich stehe jetzt auch fast im Arsch. Ne, das war fail. So ist besser. So, das heißt... Ich brauche jetzt mal einen Eisenhelm. Nein. Oh. Eisen... Oh. Panty pants. Panty pants? Wie bitte? Panty pants. Oh, bin ich fesch. Kann man nicht ausstellen, dass man optisch die Rüstung nicht sieht? Ich glaube, den Helm kannst du ausmachen. Ah, nein. Das war nicht gesucht. Ach. Vielen Dank an alle. Hm. Fuck you. Ne, warte, ich hab eigentlich noch ganz viele Sticks. Ich erinnere mich daran, viele Sticks gemacht zu haben. Okay, die hab ich dann ja alle zu Fackeln verarbeiten. Ich hab so gute Overclay. Geht nicht. Schade. Das geht nicht? Ja, die Rüstung optisch auszumachen, also den Skin dafür. Jetzt sieht man mein Skin ja gar nicht. Das ist doch scheiße. Ich verstehe deine Gedanken, Junge, Mann. Aua! War das erste Mal, dass ich in mein eigenes Lagerfeuer laufe. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ja, okay. Ich muss nur sagen, es ist noch jemand gestorben. Ne, und das nachdem wir vier Spawner gecleared haben. Die alten OGs. Ich meine, ich hatte kurz mein Leben häufiger von meinen Augen wegziehen sehen. Aber ansonsten, ja. So, ich baue mir mal ein paar Bäume ab. Einerseits brauche ich Holz. Andererseits brauche ich ein bisschen Platz, weil ich möchte natürlich nicht auf ewig in so einem Zelt hausen. Der Typ bei Stardew Valley, das ist, glaube ich, nicht unbedingt mein Plan auf ewig. Das ist schon ein kleines Häuschen, hätte ich gerne. So brauchen wir Platz und Holz. Deswegen ist das Abholzen der Wälder hier jetzt gerade relevant. Aber bauen wir natürlich dann wieder hübsch auf. Seit wann verlieren Bäume, wenn man die kaputt gemacht hat, beziehungsweise nachdem man deren Stamm weggemacht hat, seit wann verlieren die Äste? Sticks? Na, das weiß ich auch noch nicht. Nimm die halb kaputten Sachen doch mit, damit sie nicht in der Kiste vergammeln. Ja, ich meinte, man könnte die dann einfach easy kombinieren, um zwei halb vergammelte zu reparieren. Und das braucht doch dann weniger, oder? Das war jetzt so ein bisschen mein Gedanke. Bin mir nicht sicher. Ja, das geht. Okay, sehr gut. Christian hat so einen Angelsteg gemacht hier. Cool. Ja, Angeln ist ganz nice. Du hast Fische, hast ein bisschen was zu essen. Vor allen Dingen hat man da so einen schönen Rückzugsort, wo man dann easy die Viecher killen kann. Nice. Aber dafür braucht man keinen Ambus. Wo kann ich das denn machen? Muss ich einfach zwei halb vergammelte Werkzeuge in die normale Werkzeugbank setzen und dann werden die addiert plus ein bisschen extra oder so, glaube ich. Ach, ich bin irgendwie ein Target ja sogar. Logisch, sind ja nur zwei Items. Ist ja ein easy Snack. Ah, nee, doch Crafting Table, okay. Ich muss gerade sagen, das wäre aber krass. What the fuck? Hä? Peter hat ein Gebäude gefunden. Ey, was hast denn du da? Da ist doch gar nichts. Okay, wie war das denn nochmal? Ich habe das alles wieder vergessen, wie das war. Was hast du gemacht? Doch, da kann ich mich noch dran erinnern, als wir diese Farm hatten mit der Ultra Hardcore Season. Da kommen dann die Viecher. Ja, lass die mal in Ruhe. Ja, das habe ich auch noch so im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob die mich in Ruhe lassen. Was hast du denn gerade gemacht, Peter? Ich habe gar nichts gemacht. Die sind einfach so Langnasen, die kommen, um sich zu rächen. Du kannst aber noch davon ausgehen, also gerade scheinen die ja nichts zu machen. Sobald du die aus, machen die auf jeden Fall was. Ja, ja, gerade tun die nichts, außer dass die so ein bisschen in meine Richtung durft gucken. Ähm, die Sonne geht unter. Wir sollten heute Abend auch mal schlafen. Ja, habe ich nichts gegen. Okay. Das klingt alles irgendwie belastend. Ich würde die da erstmal lassen. Solange die nicht den ersten Stein werfen, bin ich, äh, bin ich Easy Snack. Also, ne, Moment. Ja, du bist wirklich Easy Snack. Hä, sind sie weg? Ne, sind sie nicht. Aber die zielen so auf mich. Ich meine, die sind ja... Die kommen auf mich zu. Ja, die möchten verhandeln, Peter, jetzt. Der verhandelt mit der Armbrust! Hm, lecker. Ey, Sepp, ich habe ein paar Lederschuhe für dich gehandelt. Kannst du nicht brauchen. Ja, nein, sind die auch... Peter, die greifen dich also wirklich an. Ja, der schießt auf mich! Ist das ein unangenehmes Gefühl, oder? Ja, ich helfe dir gleich. Ich will nur noch diesen einen Fisch hier haben. Jetzt komm schon. Ja, scheiß drauf. Das ist doch jetzt echt belastend hier. Was soll das denn jetzt? Wir haben doch nichts gemacht. Warum? Warum? Warum der Hate? Ja, wieder Tank. Hallo. Sehr gut. Jetzt bist du, Tank. Au! 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 Ich glaube, die anderen sind immer weg. Ja, die anderen, die haben wir verjagt. Wir sollten irgendwie einen Totenschädel hier aufstellen, damit die nicht mehr wiederkommen. Ja, so wie bei... Bei Forrester, genau. Okay, ich lege mich jetzt ins Bettchen, ja? Und die können wir nicht mitnehmen. Oh, schau. Ja, hat der eine Armbrust verloren, Christian? Ach, die! Äh, ich hab keine Ahnung. Oh, stimmt, mein Schild ist wirklich kaputt. Oh, ich hab gerade Armbrust. Ah. Guck mal, Chat, da wäre jetzt viel lustiger gewesen, wenn ihr mir gar nicht gesagt hätte, dass mein Schild kaputt geht. Ach, Chat. Wollen wir nur helfen. Ja, ich weiß. Ach, ist das bequem in meinem Bettchen. Schau nicht in den Chat, wir streamen. Natürlich schauen wir in den Chat. Sonst könnten... Also, sonst müssten wir da ja alles hier nicht machen. Das ist ja ein bisschen der Sinn der Sache, dass wir uns mit euch unterhalten können. Also, ich weiß nicht, wer hat das nicht. So. Nee! Ey, du musst... Morgens musst du auch... Morgens ist immer gefährlich draußen. Noch. Ich kann den jetzt auch nicht zu selbst schicken, der ist mir zu hart. Komm mit ins Wasser. Ja, Wasser ist gut. Auch, Peter, es gibt keinen Chat. Nein, wir sind ja nicht in der YouTube-Aufnahme. Das ist eine reine Streaming-Nummer. Möööö. Wort mit S gesagt, ey. Ganz knapp. Oh, ist die Sonne. Ja, wir sind Bots. Oh nein! Nein! Das hab ich ja bis hier hinten gehört. Peter, das klang sehr nah bei mir. Nee, nee, ist nix passiert. Das ist easy. Peter hat nur exklusiven Durchfall. Alter. Sepp, wir haben gestern Abend, hab ich mit ein paar Freunden dieses geile Telefonspiel gespielt. Gartik-Phone, ja. Ja. Der war so lustig. Das glaub ich dir. Das ist echt... Ich hab Tränen gelacht. Und ich komm deswegen drauf, weil eine von uns irgendwie am Anfang mal so gezeichnet wurde, als hätte die grünen Sprühdurchfall. Und dann ist das den ganzen Abend, wenn wir die darstellen wollten, haben wir einfach ein kleines Männchen mit grünen Sprühdurchfall gemeint. Und dann wusste jeder direkt, wer gemeint war. Das war voll fies. Aber lustig. Ja, so kann man... So kann man... Also, ich brauch dunkles Holz. Das heißt, wir pflanzen das mal an. Das, liebe Kinder, nennt man Mobbing. Aber ich hoffe, Peters Freundin geht's wieder besser. Ja, easy game. Meine Freundin hat mir jetzt vorhin geschrieben, dass der Landwehrkanal, an dem wir heute vorbeispaziert sind, wo irgendwie 8000 Menschen sich einfach mal in Kreuzberg entschieden haben, jo, wir gehen einfach mal auf diesen Kanal, der nicht freigegeben ist, der wurde dann später geräumt von der Polizei. Nachdem du es auf Instagram gepostet hast und die Polizei das dann irgendwie... Ich glaube nicht, dass das da viel mit dazu zu tun hatte. Aber da war wirklich so Flatterband gespannt und nicht einfach normales, weil jemand bei Instagram hat natürlich direkt geschrieben, Peters normales Flatterband. Nein, da stand Polizei drauf. Das ist Polizeiflatterband gewesen. Aber die Leute sind dann einfach drüber und auf diesen See. Dieses Flatterbändchen würde er nicht aufhalten. Vor allen Dingen Berliner nicht. Nee, das ist absolut richtig. Berliner signalisiert halt eher hier, geh da durch. Ja. Vor allen Dingen den Kreuzberger. Hier bist du alleine. Ja. Fuck the police, haben die sich gedacht. Und sich in Gefahr begeben. Für mich wäre das ja nix. Einfach mal so auf so einen Fluss. Ich denke mir mal, das ist doch total blöd, wenn du so einen riechst. Weil du hast doch meistens auch dein Handy und so in der Tasche. Das ist ja dann direkt kaputt. Ja, aus ganz vielen Gründen wäre das halt auch echt scheiße. Peter, ich habe da so eine Frage. Nee, Christian, ich habe eine Frage. Du bist hier gerade am abbauen, weil... Ich Dreck brauche. Okay, das wäre... Kannst du das an einem anderen Berg machen? Die Reibereien beginnen. Nee, hier ist direkt meine Hütte und hier wollte ich meine Sachen hinbauen. Deshalb... Okay. Also ich wollte hier diesen Berg dafür benutzen. Denk ich zu dem anderen Berg. Das wäre nice. Da ist ja jetzt noch alles easy gelaufen. Das war nämlich... Okay, jetzt habe ich doch langsam mal geschnallt, was er hier die ganze Zeit so Wäsche gemacht hat. Wir sind heute auch an so einem Donutladen vorbeigekommen. Der ist echt gut. Aber da stand eine Schlange davor. Locker 30 Menschen in so einer Schlange. Wo ich mir dachte, Alter, wie bedeppert seid ihr eigentlich? Ihr stellt euch da jetzt eine Dreiviertelstunde an für fucking Donuts? Klar, Peter. Und dann sind wir nach Hause gekommen und dann habe ich die Donuts einfach online bestellt. Und dann waren die nach 25 Minuten da. Ach, die haben die dann... Bring die Donuts online bestellen? Na klar, in Berlin kannst du ja alles liefern lassen. Peter bestellt sich zwei Donuts. Naja, sechs. Dafür liefern die schon? Ich wollte gerade sagen, für sechs Donuts. Ja gut, sechs Donuts haben aber auch 13 Euro gekostet. Also von daher... Ah, trotzdem. Aber das waren vegane Donuts. Die sind fucking awesome. Pramibals Donuts heißt das. Das ist kein Schock. Sie haben einen eigenen Donutladen in Berlin halt. Das heißt Pramibals Donuts. Nein. Ja, tatsächlich, so Donutläden gibt es ja mittlerweile relativ viele, die so fancy Donuts mit, weiß ich wie viel Kram da überall drauf machen. Weil ich meine, einen normalen Donut kannst du dich ja scheinbar nicht halten. So billig. Aber dass die alle liefern, wusste ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass alle liefern. Aber ich habe bestimmt... Nee, aber überhaupt. 15 Donutläden zu Hause, wenn man denen nicht Donuts liefern lassen kann. Hast du da so eine Donut-Liefer-App oder ist das bei Lieferando mit drin? Volt haben wir ja hier. Das ist das geilere Lieferando. Also Lieferando haben wir natürlich auch. Du meinst Welt? Nee, W-U-L-T. W-U-L-T? Okay. Was ist das denn? Das kann ich ja nicht. Ich dachte, das ist dieses Alternative zu... Wie heißt das? Carsharing, Boomstar, aus Amerika. Das ist kein... Uber. Uber, ja genau. Weil Welt ist ja der Konkurrent zu Uber. Das hat mit dem ökologischen Fußabdruck nichts zu tun. Bei Volt wird mit Fahrrad gefahren. Das finde ich auch so geil. Hier beim Essen liefern auch. Also alles easy. Das ist Studenten, die verdienen sich schön noch was daneben bei dazu. Also da habe ich dann auch nicht... An deinen 13-Euro-Donut haben die jetzt noch was... Ja, ich habe vielleicht auch 4-Euro-Tränke gegeben. Ja, ich finde auch bei den minus 20 Grad kann der auch mal Fahrrad fahren. Ja, sonst würde er halt keine Kohle kriegen. Wäre doch auch scheiße, oder? Ja, das ist schon richtig. Das stimmt, die Corona-Hilfe, die kommt ja... Ja, mittlerweile sind die Straßen hier wieder geräumt. Ja, stimmt. Der fährt ja noch weiß und Schnee. Zu dem Zeitpunkt hat Volt ja nicht geliefert, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Das finde ich jetzt auch ein bisschen lustig. Ach Mann, ey. Jeder hat mal klein angefangen. Ey, hör mal, wenn du... Also du suchst dir das ja als Job aus, ne? Also wenn du meinst, Fahrrad fahren ist dein Ding, dann... Ich glaube, das sind wirklich primär so Studenten oder so. Die dann halt ein bisschen Kohle dazu verdienen. Ich sehe die manchmal beim Spazieren so chillen, weißt du. Die treffen sich dann immer die ganzen Volt-Fahrradfahrer und chillen auf so einer Bank. Was? Ja, das halt echt so. Und chillen dann halt auf so einer Bank und warten halt darauf, dass der nächste Auftrag reinkommt. Heute hat mich wieder ein Hund gebissen. Hallo, ich bin Josef. Hallo, Josef. Hallo, Josef. Ich hab die Route 4 on. Ich frage mich, wie die dann die Aufträge aufteilen, ehrlich gesagt. Obwohl doch dieses nervige Kind... Ne, das kriegst du doch einfach zugelost über die App. Die haben doch wahrscheinlich auch eine App und dann sagen die Ring, Ring und dann düstelst du los. Ja, ja, wahrscheinlich. Also eine Savanne in der Ferne sieht schon nice aus, wenn die Welt vernünftig lädt zumindest. Alter, das ist so ein guter Spot hier. Ich kann ins Eisbiom gucken. Ich kann... Da hinten sind ganz viele Pumpkins. Ich kann in die Wüste gucken. Ich kann in die Savanne gucken. Was hast du noch da vorne gerade? Savanne. Savanne. Ich kann in die Jome gucken, ja. Und in Grasland. ETF. Und wieso sind da vorne so viele Pumpkins? Der Chat will wieder die Welt brennen. Ja, ich glaube, ich gehe mal ins Dorf und gehe mal gucken, ob man da noch so holen kann an Gemüse und so, weil... Das Essen wird langsam zum Problem. Hier sind da so viele Tiere. Ja, aber die Alarm zu schlachten, dann finden wir nachher wieder keine. Weil wir alles in unserer Umgebung getötet haben. Ja, ich schlachte hier sowieso nicht. Hast du nicht jedem Peter Fleisch gegeben, als er in der Höhle essen wollte? Ja, weil Bertha ins Feuer gelaufen ist. Da kann ich auch nichts für. Das ist halt... Ich habe doch nicht nur ein Fleisch. Vor allem haben wir es ja zwei gegeben. Ich habe halt meine Freundin mit Peter geteilt. Da muss mehr dahinter stehen. Den Seed haben wir heute schon mal eingeblendet. Haben wir dafür nicht einen Chat befehlen? Die Mods haben direkt reagiert. Also ich kann Slash Seed nicht mehr machen. Du bist aber wahrscheinlich nicht... Game Master hier. Alter, so was... Oh, okay, jetzt weiß ich auch, warum... Warte, schreit... Merke ich mir eben. Okay, krass. Okay, jetzt haben wir ja ein bisschen freigelegt. Das ist doch gut. Danke, danke, Chat. Wo bist du gerade am... Wo möchtest du den Bau bauen, Peter? Oh, da musst du aufpassen, Peter. Da brauchst du den Bau in den Nego. Muss ich mal eben abchecken. Nicht, dass hier gleich neben mir so ein riesen World Trade Center aufmacht. Oh mein Gott, ich bin halt legit ins Feuer gesprungen. Da, wo ich jetzt hier gerade die ganzen Bäume gefällt habe. Nach hinter deinem Campfire. Ja. Ja, guck mal, das ist ja easy. Oh, Christian, baust du da so einen Steg? Ich hab da nur so einen kleinen Steg hingebaut, damit ich mich da hinstellen kann und da angeln kann. Ah. Okay. Jetzt gerade bin ich hier in diesem Dörfchen. Ich such mal ein bisschen... Also, ich find halt im Dorf abgefallen, weil ich noch weiß, weißt du, wie wir noch durch den Dschungel gerobbt sind und ewig irgendwie so einen Katzenkram gesucht haben? Also... Hier haben wir direkt welche hier. Okay, es wird wieder dunkel. Alter, jetzt macht doch nicht die Türe hier zu. Oh. Äh. Und wie geht's dir so? Äh. Da kommt der Nächste. Alter, ihr könnt doch nicht zu zweit in einem Bett schlafen. Was stimmt denn mit euch nicht? Jetzt stellt er sich auf den anderen drauf. Hm. Ich muss mir kurz ein Bild raussuchen, weil ich mir vorher rausgesucht hab, weil ich ein schönes Haus fand. Ach, jetzt wird wieder mal in der Zahlen gemacht. Nein, Inspiration. Das war früher auch mal ganz wichtig. Ich hab eins zu eins abgeguckt. Ich will nur wissen, äh... Ich weiß ja, das Problem ist, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Holz- und Steinvarianten, dass ich da den Überblick verloren hab, weil das alles... Das steht da sogar mit. Peter, deswegen baue ich aus Dreck. Dreck. Dreck ist Dreck. Da weißt du, was du auch bekommst. Aber die haben halt auch nur verkackte... Oh, Melanzees. Okay. Ne, Melanzees ist okay, aber Karottchen oder so hab ich hier noch nicht gefunden. Karottchen, Charlottchen. Okay. Das ist jetzt hier echt... Ey, können wir noch mal schlafen? Ja, wäre ich auch sehr für. Warum? Ja, so macht Bauen draußen keinen Spaß. Nee, bei mir ist kein einziges Vieh. Ja, aber die spawnen... Das war nur eine Frage, Peter. Das war nur eine Frage. Warum? Bei mir ist kein einziges Vieh. Nur eine Frage. Ja, das war nur eine Frage, Peter. Ich komm mal mal kurz, was ich nenne. Ich liege. Aber ich liege im Bett. Ich bin hier gerade noch ganz wichtige Sachen am machen. Die kannst du gleich auch noch machen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Baum despawnt, also ich warte da drauf, dass die Sachen hier runterfallen. Die spawnen die dann oder nicht so? Ich brauch nämlich die Samen und wenn die nämlich gleich weg sind, dann wär doof. Ich bin halt Vegetarier, weißt du? Ich muss hier so natürliche Sachen und so. Warte. Ist hier noch ein Samen? Ne, kein Samen. Die despawnen nicht, sagt der Chat. Gibt's den Stream später als Video? Ja. Wir laden alles auf unseren Livestream-Kanal Peat's Meat live hoch. Ah, herrlich, ey. So, sehr gut. Kannst du die Koordinaten einblenden? Klaro. Da sind die Koordinätchen. Für denn? So, reicht jetzt auch mit Koordinätchen. Okay, erstmal muss ich abstecken hier, wie der Hase läuft. Dass ich auch sehe, dass das alles groß genug ist. Ich muss mal ein bisschen Platz hier lassen, bis zum Wasser. Ich will ja nicht direkt ein Wasserlaut bauen. Was ist denn das so thematisch bei dir? Nur so aus der Trasse und Park? Einfach ein normales, schönes Haus aus Stein und Holz. Ach so. Also 08. Das ist halt erstmal so die erste Unterkunft, nicht? Hä? Ich brauche jetzt voll das krasse Ding direkt. Ja, nee, das mache ich nicht. Hm. Aber erstmal brauche ich ganz viel Dreck. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Ja, was können die? Oh, oh. Oh, oh. Nicht so groß. Da ist der Creeper mitten im Dorf explodiert. Ja, schade. Ja, ich habe auch. Wieso bauen ihr denn nichts Gescheites an, außer Weizen? Was seid ihr für schlechte Farmer? Machen wir anders. Autsch. Das machen wir anders. Christian hat ja auch schon ganz viel Getreide angebaut. Neues. Ja, so. 14 Felder oder so. So viel? Ey, der Chat hat gesagt, ich soll meine Sachen auch anbauen, bevor ich hier anfange. Ja, ich habe die einfach halt irgendwo hingesetzt. So, damit dann wächst halt. Dunkle Eiche. So, da die enthauert. Dunkle Eiche. Jetzt haben wir so eine Art Symmetrie, sage ich jetzt mal. Also, wir haben hier vier Felder dazwischen. Ne, warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben hier vier Felder dazwischen, wir haben hier vier Felder dazwischen, wir haben hier drei Felder dazwischen und dann haben wir nochmal wieder hier vier und wieder hier vier. So. Das heißt, ich kann jetzt... Wo ist denn das symmetrisch? Ich habe vier mal vier und einmal drei gehört. Ja, ne. Du hast ja quasi die Mitte, die ist drei Felder breit. Dann hast du rechts zwei mal vier und links zwei mal vier. Hm. Mhm. Klingt trotzdem nicht symmetrisch. Also, Radiosphäre. Ja, das macht irgendwie dann Sinn. Aber mein Radiosphäre ist, glaube ich, nicht richtig. Also, mein Plan ist... So, quasi so ein erhöhtes Haus zu bauen. Du hast ja am Anfang so eine Treppe hier bei den drei Feldern, die gehst du quasi hoch. Dann hast du so eine leichte... Terrasse-Style, so in die Richtung. Und du hast da... Du kannst hier quasi schon so ein bisschen in den Keller gucken. Das ist so ein Suttere, würde sich das dann quasi nennen. Also, du hast hier unten so leichte, schon so Fenster, wo du dann so ein bisschen in deinen Suttere gucken kannst. und dann fängt die Etage an, die aber so ein bisschen versetzt ist, über den normalen Boden. Ja, ich sehe... Ich merke auch gerade, dass das sehr viel größer aufhört, als ich das eigentlich dachte. Aber hey! Hey! Hey, Suttere ist doch kein Snobbegriff. Den habe ich damals gelernt, als ich, als meine Eltern, fällig in Köln, nach einer Wohnung geguckt haben. Weil die meisten Studentenwohnungen in Köln im Suttere sind. Und ich keine Ahnung, was das ist. Das war eigentlich ganz geil. Immer schön kühl. Kenner ist was anderes. Immer richtig feucht und schimmelig. Keller ist nicht richtig. Chat. Was machen wir das? Don't do this to me. Ja, ein Snobkeller ist ein Suttere. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das historisch entstanden ist, diese Suttere. Alter, ich lasse dieses Wort jetzt schon so hart. Sag doch einfach Kellerzimmer. So, in die andere Richtung machen wir das aber nicht so breit. Zack, dann nämlich. dann wird das viel zu groß. Wir machen jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier so, 2, 3, 4. So, dann machen wir hier nur 1, 2, 3. Paramide. Dann machen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir jetzt Puh, das ist wirklich krass. Ach, was ist das hier für Wachscheiß? Kann der Diktor jetzt auch nichts für. Hey, Christian, was hat der denn da für Holzpfeiler? Hm? Was hat denn der Peter da für Holzpfeiler gebaut? Weiß nicht. Sind wir bei den Indianers, Peter? Wenn wir da gleich aufgehangen. Weiß nicht Indianer. Wie denn, wie denn dann? Native American. Native American. Ah, amerikanische Ureinwohner. Ach so. Okay. Okay, sind wir bei den amerikanischen Ureinwohnern? Nein, finde ich. Ich habe dir doch schon gesagt, was das für eine optische Richtung wird. Ja, aber warum sind da vier, fünf Holzstämmer? Ja, weil das ist die Erhöhung. Das siehst du da noch. Ich kann dir das nicht erklären. Dein Brain ist nicht groß genug. Nee, aber warum hast du das schon gebaut? Also in Holz? Damit ich mich daran orientieren kann, Junge. Was gehst du mir denn jetzt hier auf die Eier? Ich bohre. Also ich bohre. Erstmal so eine Schattenhunde drumherum. Okay. Lü, 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 lü. Drei Schuffeln. So, weil ich bauen. So. Gucken wir doch mal bei Sepp. Da sehe ich ja noch gar nichts. Ja. Peter, das ist richtig. Also er hat drei, drei Holzpfeiler dahin gesetzt. Ja, hallo. Ich habe dich fehl. Quasi fertig. Hä, habe ich da fünf? Wie verwirrt bin ich denn jetzt schon? Oh, das wird nichts. Oh, ich habe einen. So. Geh mit mir. Geh mit mir. Das kann jetzt nicht wahr sein. Guck mal, habe ich hier, aber, habe, 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 habe ich hier einen Baum, der aussieht wie ein P? Geil. Hä? Natur weiß, was gut ist. Das hat einer von euch gebaut. Nee, ich habe kein P hier, einfach irgendwo hingebaut. Ich habe ein fucking P über meinem Eingang. Was ist denn für ein Naturwunder? Das hier ist alles nicht optimal, Shit. Wenn du den Teil vom P vorne abmachst und hinten dran sitzt hast, dann ist das ein S. So, super. Müssen wir terraformen noch. Ja, stimmt. Das ist hier nicht richtig. Jetzt habe ich das gleiche Problem mit Christian. Wo will ich jetzt Erde abbauen, ohne dass es stört? Bei Sebastian habe ich gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe einfach auf der anderen Seite. Ich habe noch Dirt, ich habe noch nicht mal ansatzweise. Ja, gerade brauche ich das Dirt, aber nur wirklich zum terraformen. Oh, ich habe noch 35 gerade ja gefarmt. Das brauche ich auch. Dirt. Dirt. Die Bauaufsicht kommt. Oh, der Witz, Sepp, wenn du anfängst zu bauen, dann werde ich das ganz genau beobachten, was du da machst. Dirt, dirt. Ich bin schon dabei. Ja, ist alles falsch. Kann ich dir jetzt schon sagen. Muss alles neu machen. Kann wirklich sein. Ich bin gerade hier echt ein bisschen planlos. Aber ich finde das nett von dir, Peter, dass du für mich extra hier die ganzen Dirt-Farmen gehst. Nein, das ist nicht für dich. Volle Neisigkeit von dir. So. Achso, der Dorf hat übrigens keine... Hast du jetzt Rote Beete gehabt, Peter? Yes. Sepp auch. Hast du dich noch angeboten? Nein, ich auch. Mach das mal so. Ja, okay, mach ich. Aber ich habe noch keine Hau. Dann muss ich mal kurz eine Hau machen. Wie falsch! Habe ich mich verzählt? Moment, ich mache das sofort. Eine Sekunde. Oh ja, das sieht gar nicht richtig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Peter, was machst du denn da? Alter. Alter. Oh, ich kann nicht mal bis 15. Ich glaube, da kommt gleich erstmal die Bauaufsicht. Unfassbar. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. Ja, nice. Okay, läuft. Jetzt ist es richtig. Scheiß auf dich, Bruder! Die Setzlinge sehen ja mittlerweile ganz anders aus. Hi, jetzt. Ich bin nicht vorn. Da. Okay. Okay, ich mache jetzt einen Hau. Hallo, Gruber. Den Hau braucht nur zwei Steine, ne? Ja, die braucht nur zwei. Okay, und ich baue rote Beete an. Wo habe ich die Setzlinge getan? Da oder die oder? Kürbis, rote Beete und Melonen. Baue ich alles an. Scheiße, was war da von der Kürbis? Ich glaube, das erste. Das kann da darüber wachsen. Oder so. Ja, habe ich gemacht. Das ist jetzt ehrlich, das sind, glaube ich, drei rote Beete zu haben oder so gewesen. Ähm. So, allgemeine Frage. Was haltet ihr denn vom Schlafen? Äh, no can do, Sir. Ja, ich bin gerade hier am buddeln. Belast du tasto. Okay. Also, ich kann aber, ja, warte. Ich komme sofort nach Hause, weil ich bin jetzt, muss auch wieder hier neuen Kram mitnehmen und einmal Inventar leer machen, weil mein Inventar ist voll. Ich höre schon wieder Mr. Huuuuhu. Ähm, äh, ja, ja. Oh, ich kann jetzt Feuer vielleicht schlagen. Burn, baby. Okay, dann bist du gestorben. Okay, wie gingen nochmal diese Treppen? Wie eine Treppe, von links oben nach rechts oben. Das ergibt Sinn, ne? Habe ich auch hingekriegt, tatsächlich. Aber im Sprechel kannst du immer links draufklicken. Genius ist anliegen. Naja, stimmt. Wenn du da zweimal draufklickst, macht er auch zwei. Wo fangen wir denn an? Oh, oh, Viecher hinter... Oh, ja, hallo. Okay, ich liege ein Bett. Achso, nee, Moment. Aua! Du liegst im Bett, okay. Hast du dich in mein Bett gelegt? War falsch. Wie kann das denn passieren? Wieso ist dein Bett... Wie kann eigentlich dein Bett funktionieren, wenn er gar nicht zu ist? Oh Gott. Oh Gott! Nein! Spreng bitte nicht den Weizen. Ähm... So. Ist das immer noch im Bett? Nee. Nee, ich geh jetzt ins Bett. Wie tun wir? Das Haus ist in der Tat nicht barrierefrei. Das hab ich aber absichtlich so gestaltet. Barrierefrei. Bitte mal über so einem Treppenlift, ey. Ja, ist richtig. Das Haus ist nicht barrierefrei. Muss ich zugeben. Finde ich nicht gut. Nee, ich komm nicht zu dir zu Besuch. Du hast dich geändert, dass du dich geändert hast. Achso, ja. Ja, ist das. Ah. Gutes altes Wasser. So, wenn ich denn da nicht im Bett... Ich liege im Bett. Aha. Thank you. So. Ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. So, das ist, glaube ich, erstmal die Grundhöhe. Oh, shit. Ich hab ja noch gar nicht die Pfeile alle fertig gemacht. Hab ich eigentlich... Ja, ich habe Sand. Ja, nice ein Stein. Ich hab direkt mal gebürnt. Ah, da haben wir noch die normalen Eichenstämme. Okay, ich hab schon mal Schafe gefangen und einen Hasen. Du hast einen Hasen gefangen? Ja. Wie awesome ist denn das? Ja, der ist einfach hier in meine Arena reingefallen. In deine Arena? Was passiert in den Arenen? Nee, nix da. Da blüht mein Haus. Da blüht mein Dreckhaus. Okay, das haben wir geschafft. Ich brauche, fällt mir gerade ein, viel mehr Treppen. Das ist ja nicht der einzige Aufgang. Hier kommt noch ein Aufgang hin. Nee, der Fall klappt. Machen wir nicht. Noch nicht. Hier waren vier Aufgänge. Wie groß ist denn wohl so ein Hügel? Eigentlich sind die gar nicht so hoch, oder? Haben wir eigentlich bei den Dörfern... Entschuldigung. Haben wir bei den Dörfern saartechnisch noch irgendwas stehen lassen, damit das da einfach auch wachsen kann? Auch nicht bei dem ersten Dorf? Bei dem ersten Dorf, da bin ich eben durch, die hatten halt... Hier Melonen und Weizen. Und naja, Melonen haben wir mitgenommen, Weizen haben wir auch. Die hatten leider sonst nichts anderes. Okay. Ich bin ein echter Baumeister. Was denn? Ja, ne, alles gut. Ich wollte so richtig schön mit vollem Elan ans Werk gehen und hab einfach den ersten Block schon falsch gesetzt. Hi. Was hab ich in der Truhe? Dark Demon. Ich glaub, mein Chat ist gerade abgestürzt. Oder ihr seid einfach still, was natürlich auch okay ist. Die schreiben. Das ist ja belastend. Also nicht, dass ihr schreit, sondern... Ach, komm schon! Dass mein Chat abgestürzt ist. Vielleicht hab ich noch mehr Samen in der Truhe. Der letzten Beitrag im Chat, den ich lesen kann, ist... Du hast was in der Truhe. Ah ja, jetzt geht er wieder. Ich hab Weizenkörner in der Truhe. Oh, und sogar eine ganze Menge. What the fuck? Wo kommen die denn her? Da muss die Hau doch erstmal hier wieder kommen. So, wie weit ging das denn nochmal? Vier Felder vom Wasser? Was denn? Bewässern? Hat eben gerade jemand geschrieben. Sechs. Acht. Vier. Sechs. Vier. Fünf. Alles klar. Jan ist nicht ohne eins, Peter. Das ist verwirrend. Vier. Passt noch. Kann ich hier einen weitergehen? Hast du jetzt gezählt? Vier halt. Hast du mal sechs probiert? Nö. Okay. Ich mach das hier jetzt auch gerade so absolut gar nicht schön, muss ich zugeben. Aber darum geht es ja nicht. Geht ja darum, nicht zu verhungern. Ach, da ist die Bauaufsicht. Hey, was soll das? Ich werde mich rächen. Okay. 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 Wie kommt die Minecraft-Musik ganz schön selten. Du kannst, glaube ich, einstellen, dass die durchgehend sein soll, oder? Kann ich das. Oder? Gibt es sowas in Optionen? Irgendwie von wegen... Repeating oder so? Äh... Nein. Okay. Dann nicht. Die mag ja auch niemand. Oh mein Gott. Echt? What? Fuck you. So. Wie mach ich das jetzt? Auf der Höhe. Ja. Nice-en-Stein. Ich weiß gar nicht, wieso ich nice entstand sein. Absolut. Ey. Das ist absolut dämlich. Fuck you, Peter. Das heißt... Sebastian! Ich habe das Gefühl, dass dein Bauamt ganz schön korrupt ist. Warum? Ja. Was sind denn das für Ausdrücke, die hier benutzt werden? Ja. Nachdem du das Bauamt beleidigt hast, musst du das Bauamt... Wo habe ich denn das beleidigt? Du hast angefangen. Nein, nein, nein. Das Schild... Wo habe ich... Welche Beleidigung habe ich denn rausgehauen? Fuck you. Was sind das für eine Beleidigung? Ja, steht auf dem Schild. Danach hast du das als Beleidigung empfunden. Nein, ich habe Peter Sachs als Beleidigung empfunden. Peter Sachs ist doch allgemein anerkannt. Das gibt jeden Fragen. Das gefällt mir gar nicht, diese Aussage. Kannst du selbst Jay fragen und der wohnt... Ja, kann ich selbst Jay fragen, genau. Den will ich auf jeden Fall zu so einer Thematik befragen. So. Ja, das ist ja hier falsch. Ah, deswegen habe ich mir auch so ein Ding gebaut. So. So. Also, damit ihr euch das vorstellen könnt, Chad. Da kommt jetzt... Wie mache ich denn das am besten? Wie macht man Glasscheiben? Ich kann doch Glasblöcke zu Glasscheiben machen, ne? Ja, da musst du, glaube ich, drei in einer Reihe unten machen oder so. Oder einmal Glas drumherum. Zweimal drei. Okay, warte. Oh, dann kriege ich sogar 16 Scheiben. Das ist natürlich sexy. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. Ey, ich brauche noch eine Schere. Fährt mir gerade auf. Und was brauche ich noch? Stein natürlich. Cobblestone? Ja. Ja. Cobblestone. Probieren wir mal. Cobblestone. So. Dann machen wir. Ja, scheiße. Kann ich Cobblestone schneiden? Kann ich Cobblestone dünner schneiden? Kannst du so Halfplates machen, oder? Das wäre wahrscheinlich besser. Slaps. Genau. Halfplates. Half, Slaps. Nur horizontal. Nee, horizontal hilft mir das aber nicht. What? Vertical nicht. Mach eine Mauer. Wie geht denn eine Mauer? Ja, wie ein Zaun, oder? Okay, probiere ich mal. Treppen? Hm. Sechs Stone. Bruchsteinmauer. Okay. Wieso schließt das hier nicht ab? Ja, das ist ein Lüftungsschlitz, Peter. So wird er nix mit dem Energieausweis. Er ist doch scheiße. Setz den Stein weiter hinten hin. Nee, das sieht doch auch scheiße aus. Ich stehe jetzt hier hinsetze. So. Oder? Ja, warte. Ich könnte das Glas auch einen nach hinten setzen. So. Aber das wäre mir ja schon lieber, wenn das nicht so weit hinten ist. Sondern wenn das hier mit dieser. Also ich finde, das sieht so schon geil aus tatsächlich. Aber jetzt wäre mir glaube ich schon lieber, wenn das abschließen würde oder so. Aber das geht nicht. Manche schreiben Treppen. Versuchst du einfach. Aber ich verstehe die Treppen-Nummer nicht. Die Treppen kannst du ja in unterschiedliche Richtungen drehen, oder? Also kippen und so. Ich dachte, wie du den platzierst. Ich guck mal. Aber so ganz genau weiß ich auch nicht, was ich meine. Oh, Christian, du wolltest noch einen Hund, ne? Bei mir ist es ein Hund gerade. Diese Fackeln sind nur vorübergehend, lieber Miles, der gerade zuschaut und sich darüber aufregt. Welche Fackeln? Ach, die alle? Ja, ich platziere hier einfach random irgendwo Fackeln, damit nicht so viele Viecher spawnen. Guter Entwicklerspiel. Ich pack die einfach überall hin. Komm, ich werde ja eine Wirtschafts-Support, wo Fackeln finden, die Sacken. Okay. Oh oh. Ne, warte mal. Ich mach das. Ich bin jetzt cleverer als doof. Aber es gibt aber doch noch keine andere Methode, irgendwie die Spawns wegzuhalten, oder? Also als Fackeln zu platzieren. Von daher, das wird ja immer so bescheuert aussehen. Ja, man kann natürlich einen schönen Weg anlegen und Lampen und... Ja, aber du musst sie ja trotzdem überall hin platzieren. Ja, sonst hast du die Viechers. Bestimmt. Ich brauche mehr Shit. Ich brauche mehr Shit. Ja, ich müsste eigentlich immer wieder buddeln hier. Schon wieder Nacht. Ich bin gerade die ganze Zeit schon am buddeln. Oh, was schnappt du nicht? Ach komm. Schon am buddeln. Also bei mir ist kein einziges Vieh gespawnt gerade und ich bin hier einfach auf der freien Fläche am buddeln. Okay, bei mir schon. Also ich bin selber sehr verwundert, weil... Also... Ich finde rechts besser, Chat. Ich muss sagen, ich finde rechts besser. Was soll das sein? Das ist einfach... Quasi... Also hier würdest du dann in Suttarell quasi schauen. Aha. Ja, wir nehmen rechts. Ist okay. Aber danke für den Tipp mit der Treppe. Muss ich dran denken. Das ist ja eigentlich ganz geil. Also da sieht es sogar fast dann... Das sieht auch ganz cool aus, aber das kann ich bestimmt noch irgendwo anders benutzen. Ja, was hast du denn mit der Treppe jetzt gemacht? Nur so als Auflösung. Na, ich habe quasi... Das sind... Moment, Seb ist gar nicht da, oder? Ich habe quasi eine... Die Holztreppe falsch rum und die Steintreppe dann quasi wieder richtig rum darunter gesetzt, sodass du quasi so eine Einbuchtung hast, sage ich jetzt mal. Sieht auch ganz cool aus. Das benutze ich woanders dann noch. Verstehe. Suttarell. Ach, komm. Ach, ja. Der Blöcke-Dieb ist da. Oh, nein. Wait, ist hier noch? Oh, hier ist noch. So, das heißt aber, innen wird es natürlich ein Bätchen schmaler, aber das wird man dann... Ah, fuck you! Das wird man dann natürlich nicht mehr sehen irgendwann. Das ist jetzt nur... Nur jetzt. Oh, hier ist das Haus vorbei. Oh Gott, die Spinnen. Ich habe gerade einen Schiff fallen gelassen, jetzt hat es da mir die richtig gesnackt. Ist das okay? Darf er das? Ja, bestimmt. Ab und zu kriegt er mal so ein kleines Stück. Der fährt total auf die ungarischen Chips ab. Der weiß wenigstens was gut ist. Ja, das sind auch sehr gute Chips, ja. Nur weil die Peperoni mir mehr schmecken. Ja, ich glaube, die wären vielleicht doch eher ein Problem. Die wären ein bisschen hart. Ja, ich glaube schon. Als ob. Habe ich nicht mehr Cobblestone mitgenommen. Geht ja, wo die hier war. Äh, geht... Ah! Hä? Sammy hat safe morgen durchfallen. Ne, ne, Sammy hat schon voll oft Chips gesnackt. Man, wie durchfallen. Okay, die Cobblestone-Situation ist schwächer, als ich erwartet habe bei mir. Wofür brauchst du den Cobblestone? Ach, wie? Für... meine Wände. Kesselchips sind auch nice, ja. Doch dann kam die Wände. Unser Leid war zu Ende. Hä, nur weil du jetzt in Berlin wohnst? Ja. Oh, was. Es regnet ja. Krass, ja, es regnet. Ich bin zwei Meter hinter der Regenfront gewesen. Ja, Kumio. Krasser Rain. Ich habe mich eingesperrt, fährt mir gerade auf. Okay, hier drin können wir auf jeden Fall erstmal so beleuchten, dass hier keine Wichser spawnen. Weil wenn hier ein Creeper drin spawnt, dann bin ich sad. Regen ist krass. Regen macht, sollte ich nur noch 90 Frames haben. Geht ja gar nicht. Ja, die Spiegelung auf dem Boden von dem Regen. Ja, die aber halt auch echt nice aussieht, ne? Ja, ja. Das ist schon ein schönes Spiel. Ein schönes Spiel. Oh, vor allen Dingen mit Mods dann natürlich. Aber auch ohne Mods finde ich ein schönes Spiel. Okay, die Umrandung haben wir. Chat. Da muss jetzt überall Glas hin, wovon wir nicht genug haben. Also müssen wir Glas machen. Welcher Shader ist das denn? Das, ach, Chat, wie hieß der Shader nochmal? Dankeschön. Robby Robson fürs Verschenken von fünf Subs. Soll es? Herzlichen Dank dafür. Oder irgendwie so? Ja, soll es. Soll es irgendwie so, ja. Okay, wir haben 40 Dinger. Das dürfte ja schon fast reichen. Oh, leck. Nein. Oh Gott. Oh, weh. Da kommt jetzt aus der Dunkelheit irgendein fieser Creeper. Oh, ne, hier ist ja Wasser. Oh Gott. Ich höre was. Ah! Guck mal, ich habe mir sogar gesagt, dass mein Schild bald kaputt geht. Und ich habe es einfach wieder vergessen und mir kein neues gebaut. Mein Schild ist kaputt. Chat, hättet ihr mir vorher Bescheid sagen können. So. Haben wir. Bau. Alter, wie sneaky. Sind bitte Creeper. Ja, sag ich doch. Deswegen habe ich da eben so umgeschrieben. Du bist da halt irgendwo am Bauen und plötzlich hörst du nur an... Bumm. What the fuck. Kannst du dich bei dir angesneaket oder what? Aber hardcore angesneaket. Du hast ja... Von den Zombies hast du ja zumindest die Schritte noch, weißt du. Aber ein Creeper, der kommt einfach an und macht Pay. Und wenn du keine Rüstung an hast, bist du direkt weg. Ja. Ja. Ein kleines Problem. Ich rasiere hier mal so ein bisschen die Bäume. Ich rasiere hier hinten mich. Und wegen dem Regen? Ja, wegen dem Regen. Ja, äußerst schlecht. Christian. Oh, stirbt jetzt. Oh mein Gott, ich wollte sagen... Wo ist er denn? Alter. Okay, 22 sind eindeutig zu wenig. Kriegt man mit der Schere... Hat man mit einer Schere nur so eine Drop-Chance? Oder ist das 100% mit der Schere? Warnert einfach nur 22. Ist das Raytracing oder ein Mod mit dem Regen? Das ist ein Shader, nennt sich das. 100%. Okay, dankeschön, Chat. Das heißt, du hast, äh... Optifine drauf und kannst da noch zusätzlich einen sogenannten Shader unterladen. Den installierst du genauso wie... Ja, wie... Wie ein Resource-Pack einfach. Nur, dass du da den Shader-Ordner packst, statt den Resource-Pack-Ordner. Und dann kannst du den bei Optifine einfach auswählen. Alter, was ist der denn hier für ein Busch gewesen? Ja, da musst du eine Fläche von 400 Blöcken aufschütten. What the fuck? Kannst du dich bitte ein bisschen entfernen von unserer normalen Nachbarschaft? 400 Blöcke, das klingt ja wie ein absolut krankes Riesenbauwerk. Ah... Kann ich mich schon... Kann ich mich nicht jeden Morgen drauf gucken? Kann ich doch schon drauf, den Dirt zu farmen. Das sind 6, 6, also... Okay, so viel ist das gar nicht. Ne, sowieso ist das nicht. Auch das Gefühl, dass hier Bäume rumstehen, die irgendwie... die irgendwie nicht zu Ende abgebaut wurden. Also, da mir das jetzt schon aufgefallen ist und einem gewissen Christian das jetzt schon aufgefallen ist, ist bei drei Leuten irgendwie... Weiß ich jetzt nicht, wie das sein könnte. Hä, bei dir oder was? Da war er ja noch nicht mal. Beim Pimmelhausen da. Halt dich im Auge, Sebastian. Ja, stimmt, die Schilder haben sich von alleine geholt. Hol dir erst mal eine richtige Baugenehmigung. Wieso brauchst du eigentlich weiter? Du hast immer noch keine Baugenehmigung geholt. Ah, geh mir nicht auf den Sack. Nee. Du hast hier gar keine Macht. Weißt du, hat dir deinem Vater nichts beigebracht, oder was? Doch. Der Vater sagt, er ist approved. Hä, hab ich schon wieder keine Schaufel? Ich werd hier wahnsinnig. Ja. Die, die gehen echt schnell weg. Ich hab alle kaputt. Ich bin schon wieder nach Hause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Mann. So, bitte jetzt nicht so tief heilen, dass ich anderthalb Herz Schaden krieg. Ansonsten nicht der Erste, der hier in Kapreister geht. Das wünschen wir hier niemandem. Stirb. Das ist doch hier alles wieder. Weil die Kämpferei war doch irgendwie sehr müde. Ich hab kein Essen mehr gehabt. Und Skelette sind ganz schön krass. Als ob ich jetzt zwei Schaufeln hab. Ja, du brauchst jetzt dual-handed. Also du brauchst halt, also ich hab, keine Ahnung, bestimmt schon zehn Schaufeln verbracht oder so. Ja gut, aber ich dachte, ich hätte keine mehr und hatte noch welche. Ach so. Meinst du so wie die Knochen damals, Peter? Ja, manchmal übersehe ich Sachen im Inventar. Das hat nichts mit Böswilligkeit zu tun. Der Regen, das sieht so krass aus. Also auch mit dem... Auf der Oberfläche sieht das halt sick aus, ne? Scheiße, ich hab gar nicht bis zur Seite geguckt. Nein. Nein, schon. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aufpassen. So, das haben wir. Einmal rum, das sieht jetzt natürlich... Ja doch, ich find, das sieht eigentlich ganz geil aus. Aber wir müssen dann vielleicht mit Feldern und so da noch ein bisschen mehr Individualität mit reinbringen. Das ist quasi so die Grundlage. Und die ist ja auch erstmal okay. Und je nachdem, in welchen Raum du dann reinguckst und so, sieht das ja immer anders aus. Jetzt sieht das alles natürlich sehr, sehr gleich aus. Weil's gleich ist. Magic. Okay. Wir brauchen viel mehr Treppen. Peter, mach mal bitte das Wasserloch zu. Das triggert nicht. Nein. Haha. Okay, ich muss hier mal ein bisschen shitlos werden. Du siehst, so eine Taste, wo man sagen kann, ey, alles, was ich hier im Inventar hab, was jetzt schon in dem, in der fucking Truhe gibt, bitte einmal in diese Truhe packen. Nur, weil du das im Video gesehen hast. Finde ich gut. Ja, das ist was anderes, was ich im Video gesehen hab. Das macht man mit Doppelklick, wo du quasi die Einzelstacks zu mehreren Stacks verarbeitest. Leertaste und links, Shift plus links, Steuerung plus Leertaste. Ihr macht hier, glaube ich, alle Unfug. Ja, Shift und, also du klickst dann die einzelnen Sachen an und die werden dann dahin sortiert. Aber Peter meint, du drückst einfach E und dann geht dein komplettes Inventar auf einmal in die Truhe rein. Ja, so wie bei Terraria. Das wär fucking sick. Ach komm! Ah! Braucht man ne Mod für, okay. Okay. Also Shift und Doppelklick auf ein leeres Feld geht auch nicht. Ja, ohne Mods ist auch okay. Ist auch in Ordnung. Das ist die, das ist halt die Minecraft Experience. Muss man halt einsortieren. Komm ich mit klar. Kann ich mit leben. Ah! Ah! Oh Gott. Ey, es tut mir zwischen, es tut mir echt leid, dass ich zwischendurch so schreie, aber ich, erschreckt mich hier wirklich. Das war ein Enderman, der einfach mal kurz vorbei teleportiert ist, um mir zu sagen, Oh, es regnet sich, ich krieg Schaden und dann ist er direkt wieder weggegangen. Stimmt, die mögen Regen ja gar nicht. Ne. Eieieieiei. So. Ist eigentlich ganz geil. Alter Enderman, verpiss dich. Und was wir, was wir jetzt noch machen, ist hier oben die einzelnen Holzblöcke noch mit Zäunen verbinden. Melonen sind immer direkt nachgewachsen, ne? Da musst du mal nix neu sehen. Oder? Ja, richtig, ist richtig, ja. Naja, es ist echt nicht, ob Weizen so ne gute Idee ist. Oh shit. Das dauert ewig bis das Ding, bis das Zeug wächst. Du musst alles einzeln abfarmen. Oh man ey. Ich hab mich verrechnet. Ey, gerne Kartoffeln. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. 400 Blöcke ist irgendwie ein bisschen wenig. Ich brauch 1600. Mathe, Mann. Das war jetzt leicht daneben. Was sagen mir die zwei Symbole, Chat? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Welche Symbole? Okay, da kann ich auswählen, welches ich haben will. Du kannst die, ja genau, du kannst das Baumaterial auswählen. Das ist ja awesome. Als wenn du Zaun eingeben kannst. Ach so Leute, du spielst, hä? Ich spiel auf Deutsch. Ach so. Ich find Deutsch, also Minecraft finde ich, kann man auf Deutsch spielen. Weißt du, die Sprachausgaben konnten sie nicht verhunzen. Allerdings ist das teilweise halt auch ein bisschen lame, weil statt Cobblestone halt Bruchstein. Oder haben sie das gefixt mittlerweile? Es ist Bruchstein Mauer, aber ich weiß nicht, ob es auch Bruchstein heißt. Also bei so Crafting-Spielen hab ich meistens die Sachen einfach auf Englisch. Weil wenn du anfängst nach Sachen zu suchen, dann findest du halt viel mehr. Bei Minecraft ist das Problem nicht, ne? Aber bei anderen Spielen. Guck mal, Rotstein. Als ob das hier Rotstein heißt, das ist mir echt noch nicht aufgefallen. Nein. Okay. Gut, dass ich Englisch spiele. Ja, das wär dann natürlich... Dann bin ich schon wieder trickern. Ja, hast recht. Aber wie soll man das alles... Ja... Einfach Redstone lassen, das ist halt ein Eigenname. Okay. Ich hab noch vier. Reicht mir vier? Bettstein. Stell einfach auf Kölsch. Oh ne. Ja, passt doch perfekt, oder? Ja, Geilo. Ja, Geilo. Ja, sieht doch Geilo aus. Du siehst geil aus, Peter. Du auch, Sebastian. Aaaaaaah. 1600. Ganz so viele Stacks. Scheiss. Die haben mehr als ich dachte. So, das wird die Grundebene quasi Das ist die Erdgeschosshöhe Auf die wir jetzt gehen Und die werde ich einmal mit diesem Holz auslegen Ich gucke mal, ob ich da nachher noch ein bisschen Variation reinbringe Aber für das erste ist es dieses Holz Und dann bauen wir natürlich halt mit Keller Und so, wo du dann reingucken kannst Was kannst du nicht braten? Topical Fish? Das ist ja belastend Die brät nicht Ja, wofür ist der? Unter die Fenster noch Cobblestone setzen Nur roh, okay Das ist ein guter Punkt dazu Was ist das für ein komischer Fisch? Ich muss mal gucken, aus was ich nachher die Wände mache Im Keller Wobei Keller Cobblestone ergibt schon ein bisschen Sinn Muss ich mir nur überlegen Aber ja, ist richtig Oh, das ist halt jetzt so Jetzt kommt so mögliche Minecraft-Schnufi-Arbeit Ja, so, ähm Terraforming ist halt Terraforming oder große, große Bereiche ausbauen 1600 1600, das ist direkt so 1600 Wie kommst du denn auf 1600? Also 400 mal 400 oder was? 40 mal 40 Wie hast du dir den Plan gemacht quasi? Wie kommst du auf die 40 mal 40? Mein Gebäude ist 15 mal 15 Und da drumherum muss halt noch ein bisschen Okay, wie hast du 15 mal 15 festgelegt? 15 mal 15 Oder 50 mal 50? Ne, 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 30 mal 30 so Entschuldigung Also Jetzt werden dir ganz so viele Zahlen durcheinander geworfen Ja, ich hab von der Mitte ausgezählt Und da lag auch mein Rechenfehler Ich hab vorhin von der Mitte ausgezählt 20 mal 20 Und da ich aber in jede Richtung 20 gehe Begehe ich natürlich insgesamt 40 Und da ich dann Mein Gebäude In jede Richtung 15 ist Habe ich dann auch insgesamt 30 ist das breit Und da da 30 breit ist Brauche ich halt auch noch ein bisschen Fläche, wo das dann drauf steht Damit das nicht direkt da Runter fällt Ja, 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 ja Aber das Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken Bei allen von euch, die hier Subben, ihren Prime Sub zum Beispiel Das erste Mal nutzen So wie Loilpistream Und der echte Nils 97 Die haben gerade beide mit ihrem Prime Sub neu gesatpt Und alle, die verlängern Und das ist echt cool von euch Vielen Dank Dankeschön Und generell alle, die zuschauen überhaupt Cool, dass ihr heute dabei seid Und uns hier ein bisschen dabei zuschaut Wie wir Minecraft immer entdecken Boah So, das Holz kann ich ja hier wieder wegmachen Das war ja nur eine Bauhilfe quasi Kostruhe Ach, den habe ich vorhin gebraucht Ja, ich erinnere mich Oh, hier ist noch ein größeres Loch Ich brauche mehr Holz Ah, ein bisschen habe ich noch Wie lange werden wir heute streamen? Wir haben uns jetzt vorher nicht über ein Ende unterhalten Aber ich peile geschmeidige zwölf Uhr für mich an Ja, spätestens Ich mache hier mal ein Alternativ Mittags? Okay Nee Gut, passt nicht Aber morgen, das kollidiert mit unseren Aufnahmen Hä, Aufnahmen? Ich habe morgen frei So, und dann kollidiert das mit meinen Aufnahmen Mehr Holz, habe ich gesagt Also brauchen wir mehr Holz Es ist schon wieder ducke Ich habe einfach in meinem Schreibtisch so ganz viele gelbe Scheine Da checkt mein Chef eh nicht Ha, ha, ha Boah, ich habe schon wieder keinen Kopf Oh mein Gott Alter Was ist denn heute los, ey? Ey, die sind aber auch sneak attack mäßig unterwegs hier alle Das ist ja unfassbar Manchmal ist Peter auch schon süß Können auch die ganzen Scheiße ausfüllen Top 10 Peter Schrecker, ey Kannst du nur aus diesem fucking Speed machen, ey Das ist ja unfassbar Was war das für ein Geräusch? Das war eine Kuh, oder? Das war ich Nein, 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 ich habe Danke, Peter Das ist Lass mich doch hier in Ruhe Holz fahren Hey, wieso kommt hier ein Skeletto an? In der Goldrüstung Alter Fick dich und deine ganze Familie, ey Bisschen hart dem Skelett gegenüber, finde ich Oh, goldenen Helm Geil A golden boy So, jetzt haben wir noch Ach, das muss ja alles nochmal geteraformt werden Hier sind ja irgendwie so komische Löcher und so eine Scheiße Will man ja nicht haben hier Cool, warum spawnst du denn bei mir hier drinnen? Fuck you, ey Oh mein Gott Meine Arena ist Oh Gott, ich werde das Loch zumachen müssen Da fallen ein Creeper rein Hey, wie schnell ist bitte so ein Bogen kaputt? Können wir mal schlafen? Von mir aus gerne Sehr gut Ja, kann man Vielleicht kann man es nicht weiter machen Eigentlich ganz schön sexuell Was ist denn ein Luma? Ich gehe ins Bettchen Liege Ich darf, ich kann nicht resten Monster sind mir bei Hä? In deiner Hütte Moment, ich muss wieder aufstehen Da steht ein Zombie auf dem Zelt Bei dir? Ja Alter Fuck you Oh Gott Und ich gehe wieder Okay Ich hole kurz was zu trinken Achso Naja, ist gut Okay Bei mir steht ein Creeper Bei mir steht ein Creeper Direkt vor der Haustür Und ich weiß nicht Was machen soll Dich in dein Bett legen Kann ich ja nicht Monster sind mir bei Danke Robby Robson Für 5 Subs Ach, Schild schmilzt Schild schmilzt Schild schmilzt Der Creeper geht mir eben zu Peter Boah, ne bitte nicht Ja, ist echt belastend Ich kann mich nicht ins Bett legen Warte, ich pull den sofort da weg Doch, jetzt geht's Jetzt lege ich im Bett Ha Sehr gut Sepp Ah ja, lag schon Perfekt Bin bereit Okay Wir haben Fertig Wir haben fertig Er steht natürlich immer noch Das finde ich so belastend Weil es ist das Creeper Einfach Die Tageszeit Scheißegal ist Oh Gott, hier schießt alles auf mich Hä? Wieso brennst du nicht? Okay, dadurch, dass ich hier drei Dinger hab Kommt hier wahrscheinlich nur eine Tür hin Okay, Moment Wir stellen uns hier einfach noch so ein Ding hin Worüber geht So Die Tür Okay Das soll ja nicht zu klein werden, ne? Das soll ja nicht zu klein werden, ne? Ähm Ähm Skeletor Das ist mein Problem Ähm Skeletor Ich Ähm Skeletor Okay, ich brauche Stein. Ich glaube, ich habe keinen Stein mehr. Okay. Ganz belastet. Chad, kann man nur aus den Jungle-Bäumen so einen Mammutbaum machen? Nee, aus dem Dark-Aug auch. Nee, das ging gerade. Also ein Vierer zumindest, aber also nicht so ein Riesenrohr, also nicht hoch, sondern nur breit. Ja, scheiße. Okay, dann muss ich gleich Dschungel suchen gehen. Die Dschungelbäume sind, glaube ich, die einzigen, die so hoch werden. In meinem weiß ich ganz genau, wie viel ich jetzt noch farben muss. Das ist nice. Okay, ich brauche eine Menge Stein. Ich würde gerne aus gebrannten Steinplatten... Nee, warte mal, wie war das denn? Du kannst Stein brennen, dann wird glatter Stein da draus. Aber du konntest irgendwie auch einen Stein da draus machen, der so aussieht wie so Ziegelsteine. Weißt du, da hast du einen Block und der sieht aus wie vier Ziegelsteine. Konntest du das nicht schleifen oder so? Oder gab es da nicht noch ein anderes Ding für? Lehm. Nee, konntest du nicht die polierten zusammen tun wieder? Zweimal zwei glatter Stein. Zweimal zwei glatter Stein war es. Okay, wir brauchen eine Menge Steine dann. Weil ich will eigentlich meine Hauptwand soll eigentlich dieser diese Ziegelsteine in Anführungszeichen sein. Peter, ich könnte tauschen, ne? Dreck gegen Stein. Ja, aber auch kein Dreck. Ja, dann geht Dreck fahren, dann kriegst du Stein. Ja, dann fahre ich lieber Stein. Steinsäge ist besser, Chad. Dreck fahren geht doch relativ zackig. Du brauchst halt nur eine gute Schaufel. Ja, das ist richtig, aber beim Steine fahren kann ich gleichzeitig Erze fahren. Ja, das stimmt. Ich hab mir auch schon überlegt, irgendwo eine Mini-Afferei zu kloppen, weil... Ey, ich hab hier so eine Mine am Start, ne? Steinsäge ist sehr gut. Machen wir damit Steinsäge. Aber so weit sind wir noch nicht. Was ist denn Diamantebene, Chad? Ja, ich weiß, das ist jetzt das spannendste, aber wir brauchen eh Stein. Elf. Früher waren wir immer so elf, so zwischen sieben und elf. Ah, elf! Ja, nice. Ja, sehr gut, Christian. Da hast du doch noch im Kopf der OG-Minecraft. Hey, ohne Witz, Peter, du kannst bei mir starten, ne? Ich bin ja schon so tief. Nee, nee. Ich mach mir hier mal dein eigenes Netz. Okay. Brauchen wir mal in meine Richtung. Äh, Sepp, guck mal bitte und Peter, guck mal bitte nicht, dass ihr unter mein Haus kommt. Danke. Nee, ich geh genau in die andere Richtung. Nee, meins geht genau in die andere Richtung. Genau in Peters Richtung. Okay. Ey, das ist Lava-Höhe. Ja, Lava kann einem dann natürlich auf die Eier gehen. Ja, das hörst du aber und, also, das kriegst du mit. Wie tief sind wir denn? Oh Gott, 38. Was ist denn jetzt hier? Steinsäge macht nix mit den Ziegeln? Ey, jetzt mach mich nicht fertig hier. Ich bin schon voll auf die Steinsäge gefreut, die ich noch nicht kenne. Säge gut. Chat könnt ihr gerade mal eben 1600 durch 64 teilen, das wäre, du bist nice. Säge nix gut. Ich will gerade farm. Wieso kommen da unterschiedliche Zahlen raus? Was hast du denn gedacht? Du kannst doch einfach den Serial benutzen, oder? Du kannst doch einfach den Serial benutzen, oder? Okay, die Mehrheit sagt 25. Vertrau mal auf die Mehrheit. Das heißt, ich brauche 25 Stacks. 48? 25 Stacks kommt mir irgendwie wenig vor. 9000? Das klingt richtig. Schon eher, ne? Die Brot. Was ist denn Brot für ne Antwort? Brot. Das ist ne gute Antwort. Wieso ist hier so viel Gravel-Shit? Ich brauche Steine. Ich weiß immer noch nicht, warum der Chat sich immer noch nicht einig ist, wie viel ich jetzt brauche. Oh, ich vergesse auszuleuchten. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn du die ganze Zeit so ein Fäckelchen in der Hand hast, hast du halt einfach vergisst auszuleuchten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Vor allen Dingen kannst du nicht abschätzen, wo noch Dunkelheit ist. Auch für die Viecher, stimmt. Damit du die Fäckel platzierst. Rechts von mir höre ich schon direkt Laber. Was war die Frage von Sepp? Wie viel 1600 durch 64 ist? Stimmt, ich habe kein Schild dabei. Peter, du hast deinem Minecraft mit 2 GB RAM zugewiesen. Pack da mal mehr rein. Wie? Das kannst du beim Starten in den Startoptionen kannst du ein Buffet einfügen. Ja, beim normalen Launcher? Bei was? Im Launcher. Muss ich da ein Buffet raussuchen? Okay. Ja. Ist es bei dir ein bisschen laggy oder was? Überhaupt nicht. Wundere ich mich gerade. Also wieso solltest du da mehr machen? Keine Ahnung. Mehr ist immer besser. Dann ist ja RAM ungenutzt. Okay, 25 ist glaube ich die richtige Antwort. Mir aber noch nicht ganz sicher. Hier sind auch noch andere Antworten. 25 ist richtig. Mathe-Ecker. Dann hat es mir nichts mitgebracht bei euch. Bei mir nämlich nicht. Jetzt haben wir mal alles mit Taschenrechner gerechnet. Den du ja jetzt auch hättest benutzen können. Ja ne, ich muss ja die ganze Zeit hier die Stacks abfarmen. Da konnte ich jetzt nicht hier noch was anderes machen. Aber ich habe auch schon... Wieviel habe ich jetzt schon? 2, 4, 6, 8, 10. Na guck mal. Nicht die Hälfte, aber... Drittel. Das ist ja schon gar nicht so wenig. Ja. Das Praktische ist... Ich kann ja direkt eine zweite Ebene für mein Haus anlegen. Also wenn ich mir die Grundfläche bei dir angucke, ist die viel größer als bei mir. Du wirst mehr als 10 Stacks... Also mehr als 25 Stacks brauchen. Nur für den Boden, ne? Nicht für die Höhe. Oder... Was meinst du? Ja okay. Also wenn du 25 Stacks nur für den Boden brauchst, ja. Das kommt dann wahrscheinlich hin. Ja. Und für die Höhe... Ja... Die Hälfte ist schon gecovert. Also muss ich nur an der anderen Seite zumachen. Und das... Da könnte wahrscheinlich noch ein bisschen was auf mich zukommen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich habe auch keine Ahnung. Ich gehe gleich mal wieder hoch und dann gucken wir mal. Kann ich in dem Schmelzofen auch Steine brennen? Nee, aber kann ich nur in normalen Öfen wahrscheinlich. Äh... Hä? Dann machen mir glaube ich mehrere normale Öfen. Hä? Ist das denn ein Schmelzofen oder ein normaler Ofen? Es gibt noch andere Öfen. Es gibt noch Schmelzöfen. Die machen... Erze brennen die glaube ich schneller. Achso. Ah, ich dachte das wäre der normale. Wie benutzt man da so ein Kompost... Kompostding? Da musst du irgendeinen Shit reinwerfen. Und dann musst du warten, glaube ich. Äh, Setzlinge. Und sowas musst du da reinwerfen. Der Chat kann dir das besser erklären, glaube ich. Hat der Chat nicht gesagt, da kannst du auch Rotten Flash reintun? Aber wie soll denn da gehen? Rotten Flash habe ich da noch nie reingemacht. Ich mache da immer hier die Blumensamen und so eine Scheiße. Peter, was ist denn bei dir los? Rechtsklick. Was ist denn bei mir los? Du bist ja schon voll schick. Aber Rechtsklick macht nichts. Okay. Das ist schick. Das ist gut. Kein Rotten Flash. Das geht nicht. Alles klar. Du bist Rotten Flash. Oh, Peter, ich komme ganz schön nah an dein Haus dran. Ach, nö. Also ich glaube, das Bauamt muss nochmal über deinen Platz diskutieren. Ja, oder über deinen. Ne. Ich bin doch das Bauamt. Das ist ein selbsternanntes Bauamt. Du bist nicht gewählt. Ne. Ich wäre, ich meine Stimme für Christian. Peter, das Bauamt wird nicht gewählt. Das Bauamt ist das Bauamt. Doch, das wird eingestellt von gewählten Leuten. Nee. Das ist öffentlicher Dienst. Nee, 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 Peter. Das wird nicht immer neu gemacht. Ich weiß nicht, wie der den WC ist, aber... Ja, da kann der Bürgermeister den Chef vom Bauamt feuern. Der Bürgermeister ist der Chef vom Chef vom Bauamt. Ja, aber der Bauamt bleibt ja trotzdem. Der kann ja trotzdem die Leute feuern. Ja, aber der Bauamt bleibt ja trotzdem. Und ich bin das Bauamt. Das Bauamt besteht aus Leuten. Nee, nee, nee. Das Bauamt besteht aus... Das Bauamt ist... Also so Ämter sind keine Person. Das sind einfach nur Leute, die dann gefeuert werden können. Das hat labert. Die werden nicht gefeuert. Dann bleibt aber trotzdem, wenn du die Leute feuerst, Peter, dann bleibt trotzdem der Antrag noch bestehen, dass der abgelehnt wurde. Und deiner wurde abgelehnt. Auch wenn du mich feuerst, bleibt der abgelehnt. Du wurdest nie eingestellt, ist das Problem. Das heißt ja nicht, ich wurde nie eingestellt. Natürlich. Nee. Wo ist das Problem? Es gibt kein Problem. Nein. Oh nein, ich habe keine Fackeln mehr. Alter, ich gehe aufs Licht zu. Du musst übrigens auch deine Fackeln beim Bauamt genügen. Ja. Okay, ich vermisse das. Okay, stick's dann mal noch. Hm. Was wachsen hier so für Bäume? Habt ihr Dark Oak gefunden? Ja, ich habe Dark Oak gepflanzt. Bisschen. Habe ich auch am Anfang Dark Oak? Ja, genau. Ich brauche da, glaube ich, ein bisschen was von. Machen wir mal ein paar Öfen. Da war ich jetzt nicht smart. Egal. Aber du hast kein Problem damit, Peter, wenn mein Gebäude über deinem dann so rüberragt, ne? Ja doch, das wäre schon ein bisschen schade. Versuche ich das mal anders zu machen. Scheiße, ich brauche acht Kohle für einen Stack. Eine Kohle. Shit. Das ist doch kacke. Also selbst Setzlinge ziehen kann ich mir hier aber nicht, weil das ist alles Oak und Hülke. Von was brauchst du Setzlinge? Von Dark Oak. Kann ich dir geben? Wenn du die weiter vervielfältigst. Ich habe welche selber gezogen schon. Ich dachte, du hättest welche gefunden. Ne, das hier ist alles Oak. Ja. Das ist das Oak, alles Oak. Geh mal bei mir unten in die Truhe. Warte mal, du kannst hier vorne die Treppe runter. Hier ist so eine kleine Hütte, ne? Da kannst du die Treppe runter. Wo ist hier die Hütte? Ne, da ist so eine Tür mit Eingang. Ah ja. Und da gehst du runter. Und dann ist da eine Truhe mit den Setzlingen. Da sind irgendwie acht Stück oder so drin. Du weißt, dass hier unten irgendwo Fackeln stehen, wa? Ah, okay. Ah nein. Ne. Ne, ist richtig. Also irgendwie mögen die Viechers mich auch nicht. Ich weiß noch nicht warum. Den schon. Den schon. Ich habe den hier in der Pflanzen. Da. Ne, bin ich blind. Das sind so richtig fette, breite Setzlinge. Also in der einen Truhe ist nur Oak. Ah ne, da. Ja, nice. Was bräuchte ich für so eine Säge? Oh, die habe ich noch nicht gelernt. Okay, ich habe das falsch geschrieben, scheinbar. Wie heißt du? Cool. Was fände ich hier? Findest du die nicht? Ne. Das hat nicht die Sormel. Doch. Aber? Wird nicht angezeigt. Oder ist das so ein Item, was man irgendwie finden muss? Naja, das gibt es eigentlich bei Minecraft nicht nur. Was muss man finden? Eise Säge. Also dafür brauche ich normalen Stein. Er hat sie noch nicht entdeckt, deswegen. Steinsäge sind drei normale Steine plus ein Eisen. Ich hatte schon mal einen Stein. Ich habe noch nicht alles gebrannt. Irgendwo habe ich noch Stein. Da. Ach, gebrannten Stein. Hm. Ah, nur Rezepte sind verfügt, Quatschett. Ah. So, jetzt müssten wir sie auch sehen. Da ist sie doch. Die Dude. So. Die beiden haben jetzt reißen. So. Und jetzt habe ich die auf klassischem Wege gemacht. Dich oberdullig. Okay, Moment. Moment. Ich packe da normalen Stein rein. Uhu. Ah. Okay, dann mache ich eins zu eins. Und hierbei? Dann mache ich eins zu eins. Boah, das ist ja sicker Shit. Das ist ja schon Shit. Das ist schon. Das ist schon krank. Das ist schon. Kann auch Kobbel reinhauen. Dann kann ich Kobbel schneiden. Aber geht schneller. Ja, okay. Fair. Geht schneller. Okay, da kann ich Mauer, Treppe. Ah ja, okay. Das ist ja eigentlich ganz nice. Ich habe gar nicht so viel Kohle. Oder sie ist mir abhanden gekommen. Ja, ich mache gleich mal einen kleinen Rundgang. Habe ich hier noch irgendwo Kohle übersehen. Eine Suchfunktion in dem Turin wäre natürlich auch mal theoretisch awesome. Ah, hier haben wir noch 64 Kohle. Oh, das war lecker. What garbage leckers. Chips. Aber ich wollte euch hier nicht vollmampfen. Ich dachte mir, das ist vielleicht angenehmer für euch, wenn ich nicht die ganze Zeit krupp, 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 krupp. Okay, verstehe. So, dann schauen wir doch mal hier, wie ich mir das vorstelle. Ich muss glaube ich schon noch einen höher gehen. Nein, bitte geh da einfach wieder, komm da einfach wieder raus, selber. Nice. Habe ich noch Fensterscheiben? Na, habe ich noch irgendwo. Ja, du hast gesagt, ein Schmelzofen bringt hier so Erzkram. Schneller, ne? Brauche ich sie noch mal. Auch ist dann der normale Open. Und alles, ne? Ich verstehe. Ja, würde ich ein wenig nehmen hier, glaube ich. Oder? Bühne mit Mods. Nein. Immer ungerade bauen für einen Block Symmetrie. Habe ich ja jetzt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, habe ich jetzt. Also der Plan wäre, erstmal hier unten natürlich wieder so. Dann in der Mitte. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben. Einmal runter. Hier einmal runter. Da einmal runter. So, jetzt hier Fenster. Und neben den Fenstern so Falltüren als Fensterläden, sage ich jetzt mal. Die müsste ich mal kurz checken, wie man die macht. Ob ich noch Holz dafür habe. So, damit ich euch das einmal zeigen kann, wie ich mir das denke. Wie mache ich eine Falltür? Jawohl. Also ich finde, dieses Buch ist halt unfassbar praktisch, ne? Du musst einfach nur ein bisschen durch die Gegend klickern, bis du das gefunden hast. Und dann ist es durch, ne? Oder du weißt, wie es heißt. So, müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt noch in der Mitte Fensterscheiben. Ne, scheiße, dafür brauchte ich sechs, ne? Fuck. Ja, ist doch egal, dass das drei Läden für vier Fenster sind. Das ist egal. Das sieht nicht aus. Okay, pass auf. Ich kann es nicht breiter machen. Dann könnten wir höchstens das eine Fenster rechts einen schmaler machen. Aber das sähe doch dann noch schlechter aus. Boah, du hast die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter. Nein, das ist überhaupt nicht schlecht. Chat ist lost. Oh, da fällt mir ein. Und was muss ich für die Tage runterladen? Ähm, morgen. Ne, nicht morgen. Die Frage ist, sollte ich sogar noch das Haus einen nach vorne ziehen? Aber ich glaube, ich bin dagegen. Ne, ich mag das eigentlich. Also zumindest mag ich es hier auf der Seite, wenn ich... Äh... Wenn ich hier ein bisschen rumlaufen kann. Schau dir wirklich mal die Spruce-Falltüren an. Die eignen sich perfekt dafür. Spruce. Was ist Spruce? Sind das die helleren? Das ist heller was? Oder ist das, glaube ich... Oder doch Spruce? Das ist krass, wie viele Arten Holz und Stein mittlerweile sind. Hier haben wir mega cool Fichte. Hatte ich Fichte? Ähm, ja. Ah, der ist bloß, ist dunkel. Ja, okay, verstehe. Aua! Oben. Schwarz-Eichen-Stamm? Meint ihr Schwarz-Eiche? Jetzt komm du mir nicht auch noch mit Schwarz-Eiche. Ja, goh. Hier ist doch super. Wenn halt alle anbauen. Ist doch klasse. Ja, was sagt ihr denn dann oben rechts? Wadda-Chat. Sich einig, dass sie sich nicht einig sind, oder was? Ja. Okay. Fichte gibt's im Winter, Björn. Sagt Chat. Cool, meine Fläche ist fertig. Na, okay. Das ist ja okay. Aber das hat ja dann theoretisch erstmal nichts damit zu tun, wie ich die Wände plante. Dann müssen wir hier jetzt natürlich auch... Boah, das ist doch richtig krasse Wände, ey. Ja, die obere Leiste wird dann nachher noch verdeckt vom Dach tatsächlich. Dann sieht das nicht ganz so mächtig aus. Try some. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mir die beste Anmerkung. Wo habe ich mich verbaut? Ah, hier. Meintet ihr nur das? Ach du Scheiße. Oh, Shen ey! Dafür seid ihr jetzt so abgegangen? Chillt mal eure Titten, Junge! Ich bin der Chat, nimm soweit immer ein bisschen mehr mit. Das Gefühl habe ich öfter schon. So, hier machen wir das so. Ja, passt. Das ist dann quasi den Innenraum, den wir Platz haben. Finde ich aber okay vom Platz, ehrlich gesagt. Das passt schon. Hier kann man viel Schönes machen, Chat. Okay, ja, die Truhen kommen nicht auf die Etage. Das ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, ich mache dann auf den Seiten keine Fenster. Reicht ja dann so. Wir könnten theoretisch die Ecken wegmachen, aber das sähe der, glaube ich, nicht aus. Damit den Fenster lähmen. Wir müssen auch gar nicht alle Türen reinsetzen. Das können wir natürlich auch einfach sagen. Ja, drauf geschissen. Wir machen hier statt Türen machen wir eine durchgehende Wand. Aber wofür ist dann hier der Aufgang? Achso, ja, dass du draußen rumlaufen kannst. Jetzt eine durchgehende Wand. Wo wir dann schon ein Fenster bauen könnten. Oh, da ist die Fledermaus verbrannt. Da machst du dann... Lass mich mal kurz überlegen. Wenn wir hier... Fenster leben. Eins, zwei... Wie viele Blöcke sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, Chat, dann kommt das ja sogar... Nee, kommt das nicht. Hä? Chat, ihr macht mich fertig mit alles falsch. Er macht mich fertig. Also, was machst du denn da überhaupt? Also, willst du alles komplett symmetrisch bauen, oder was? Oh, lol. Ja, Moment. Ja, schon symmetrisch. Also, nicht komplett symmetrisch. Wenn das nicht symmetrisch ist, kann man das falsch sein. Achso. Großes Fenster? Großes Fenster? So. Oh, riesen Fenster. Dann gucken wir da nochmal. Muss man irgendwann mal anfangen. Ich muss mich irgendwann gegen den Chat auflehnen. Das kann so nicht weitergehen. Oh, oh. Er muss sein eigenes Stil verfolgen. Einbuchtung? Also, mit Einbuchtung fand ich's besser. Ja, kann ich verstehen. Aber eine Tür ist halt echt ein bisschen zu viel des Guten. Wir können natürlich trotzdem eine Einbuchtung machen. Einfach ohne Tür. Geht natürlich auch. Kann man da Blumen hinmachen, oder so. Nee, was mach ich denn hier gerade, ey? Der hat so lustig was, ey. Was ich denn hier aus dem Konzept bringe? Ja, doch, war richtig. Oder? Nee, war falsch. War richtig? Nein! Oh. Oh nein, da war nicht ein Creeper jetzt, oder? Ah, der hat ein bisschen was kaputt gemacht. Oh nein. Ei, 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 ei. Alles belastet. Alles belastet. Es gibt immer was zu tun. Verpiss dich. Jetzt kommt eine Scheißspinne auch gar nicht mehr hier hoch. Explosionszombies sind halt die, die immer schon am nervigsten waren. Weißt du, am Tag verschwinden die nicht und die springen halt einfach sachlich weg. Ich finde es aber geil, dass du sie Explosionszombies nennst. Wie in C-S5. Oh, um mich rum blummert das die ganze Zeit. Ich hoffe einfach, dass hier keine Lama reinläuft. Nein. Also ja, mit Einbuchtung geht auch, aber dann gibt es kein Fenster. Oder ein Einzelfenster höchstens. Schaden könnte man natürlich machen. Ne, die Schaden sehen scheiße aus. Die sehen von innen dann kacke aus. Weil die dann so an die Seite sind. Finde ich, dass sie... Oh mein Gott! What? What? Peter ist der Erste! First Blood! Hä? Warum? Ich kann mich nicht mal daran erinnern, den angeguckt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Aber da war ein Enderman einfach. Hm. Okay, belastend. Das finde ich sieht kacke aus. Aber, was wir natürlich machen könnten... Wer hat das? Gab es da jetzt Wetten? Glaub nicht. Nein. Ich glaube, die Wette wurde von den Mods abgeschmellert. 23 Level weg. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen belastend. Habt ihr nicht gesehen? Ja, der hätte ich aber ganz schön gut gesehen anscheinend. Ja, das hat er wohl. Wir können das nochmal überarbeiten, Chad, wenn ich weiter bin. Hört auf, jetzt immer falsch zu schreiben. Also, wir sind out of, out of Steine. Also, Cobblestone kann ich dir gleich ein bisschen mitbringen. Hast du was über? Nein, weiter. Das dauert auch noch ein paar Minuten. Boah, ich muss glaube ich mal eine Haken machen, nach Scheiben. Gib mir auf die Sack. Gib mir auf die Sack, Alter. Oh, nice. Neue Steinchen. Neue Steinchen. Hä? Achso. Wieso ist der schon wieder ein Enderman? Wieso hat der schon wieder ein Enderman Damage? Oh, oh. Enderman, man stirbt nicht mit dir. Ich höre dich. Du leidest. Ich traue mich gar nicht hochzugucken. Ne, fuck it. Eigentlich würde ich hier lieber Laternen oder Lampen oder so einen Scheiß haben, aber gerade brauchen wir einfach Licht. Als ob das die Säge war. Oh mein Gott. Alter. Habt du das mit der Säge Schaden beim Enderman gemacht? Ne, ne. Ich glaube, das ist einfach das Sägengeräusch gewesen. Achso. Also, bei mir spawnt halt Legit nichts und bei Peter ist einfach auf Nollern, ey. Hier ist einfach die ganze Zeit die Kacke am Dampfen, ey. Das ist krass. Bist du draußen oder bist du quasi drinnen? Also, bist du überdacht? Peter? Egal, wer. Ich bin komplett überdacht, ja. Ja, achso. Ich bin die ganze Zeit draußen. Ist wahrscheinlich ausgeleuchtet und überdacht. Also, das ist halt schon ein Unterschied. Ne, ich bin nicht ausgeleuchtet. Also, ich schupe. Beziehungsweise, bist gerade gar nicht. Falsch. Das ist echt asozial. Ja, ich mach jetzt auch extra keinen Rundgang, wenn die Leute mal falsch schreiben. Weißt du, müsst ihr ja selber ein bisschen chillen. Bei mir gibt es auch gar nichts zu sehen, ehrlich gesagt. Enderman, verpiss dich einfach. Loll. Ja, das ist der Tag. Ja, Gott sei Dank. Uh, da können wir doch immer die Wassermelonen mitnehmen. Aber die haben früher auch mal ein bisschen mehr abgeworfen, oder? Vier, vier Stück oder so? Ich kriege so drei raus. Vielleicht müssen die noch wachsen. Also, wenn die ausgewachsen sind, sind die doch auch wachsen, oder? Also, der, der, das ist so wie bei Russell. Die haben noch nicht die richtigen Genetics und müssen noch geil gekreuzt werden. Okay. So, was ich als Dach haben möchte, ist ein Spitz... Alter. Hallo. Ich brauche jetzt, glaube ich, gar keinen Cobblestone mehr. Also, kannst du gerne behalten. Das ist schon so viel Gefahr. Ja, okay. Nehme ich aber natürlich auch. Hast du nicht gesagt, du brauchst so viel, dass du krass Strip minen musst und so? Ja, alles easy snack. Ich mache ja nicht direkt hier so ein Riesenprojekt. Jetzt mal gucken, was Sepp macht. Wo bist du überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Ich bin das Riesenopfer neben dir. Ja, das ist korrekt. Ach, da oben! Oh Gott. Gut, dass ich in alle Richtungen rausgucken kann. Yo. So. What the fuck? So. 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 Da willst du jetzt einen Riesentempel draufsetzen oder was? Wo ist denn da? Nimm mir doch die Sonne. Ja, auf deinem, auf deinem riesengroßen Ebene Kacke hier. Was hat man da auf dem anderen Berg bauen? Das wird ja noch auf dem Berg, was? Was hat man da auf dem anderen Berg bauen? Das ist doch riesig groß. Oh, guck mal, wie cool sieht denn der Helden aus. Der ist ja riesig groß. Also der Ausblick ist halt insane. Weißt du, da vorne hast du die schneebedeckten Berge, davon die Wüste. Dann das Dorf. Das ist ja nun dich. Total falsch. Mega gut. Ich versuche das auch so ein bisschen hier in die Natur einzubauen. Oh, da war Fichte. Warte, warte, wo ist Fichte? Was? Du willst jetzt aber nicht in meine Fichte wegballern, oder? Ja, du hast ja keine Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Meint ihr Sumpf? Fichte, Fichte, Fichte. Auf dem Berg? Da hinten? Oh ja, da oben, das sind alles Fichten. Jo, stimmt. Dann im Schneegebiet, das sind Fichten. Das tue dich so, als wenn du das wissen würdest. Im Schneegebiet sind halt Fichten. Das lernt man doch in der Schule. Bam, 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 bam. Okay, hole ich mir Fichten. Alter, das ist voll gefährlich. Aber was sagst du denn jetzt hier zu meinem krassen Projekt? Ja, du hast da einfach nur eine ganz ... Alter, noch anderes, what the fuck. Einfach nur eine riesige Ebene mit Dreck. Also ... Er wertschätzt gar nicht, was ich hier mit der Natur und so mache. Ich werde hier eins mit der Natur ... ... umgesetzt. Nein. Die Bäume sind einfach ... Das ist einfach eine Dreck-Ebene über die Bäume. Also aktuell kann man da halt noch nichts sehen. Was soll ich dir sagen? Boah. Früher hat der Peter noch versucht, nett zu sein, ne? Wenn da erstmal was steht, dann kann ich da ja vielleicht was zu sagen. Aber wenn da nichts steht, kann ich halt nur sagen, da ist Dreck. Boah. Recht hat, ne? Jetzt sind wir jetzt hier Fichten, oder? Was höre ich denn jetzt hier schon wieder? Hat er so eine Fichte gefunden, oder nicht? Ja, was höre ich hier? Ach, das ist der Schnee! Ha! Vergiss die Säpplings nicht! Hahaha! Das ist der Schnee, der quasi runterfällt. So, wie heißen die Dinger hier? Eichen? Eichen ist ja falsch. Da! Fichten! Ach, falsch! Was soll denn immer, dass die alle sagen, das ist falsch? Ich weiß nicht, warum das solche Dinger sind. Keine Piche so viele, oder? Ja, das war Eiche. Ah, siehste? Das war in der Tat falsch. Hahaha! In der Tat! Ah, okay. Hey, woran erkenne ich denn jetzt? Ist das jetzt hier Eiche, oder was? Das sieht aus wie Oak. Äh, meine ich ja Fichte. Ist das Fichte? Falsch. Äh, bau da einfach eins ab? Äh, wäre ja viel zu einfach. So. Ja, das ist Fichte. Okay. Das ist das, was ich will. Für die Fensterledden. Aber gibst du dir jetzt die Fichtensepplings mit und machst ganz viele neue Fichten. Äh, Spock sind ja auch woanders. Also nicht. Klar. Ist einfach nur ein Bauen. Kann sein, dass die nur im Schneebium, ähm, wachsen. Ja, die spawnen nur im Schneebium. Oder, also die wachsen überall, oder? Ja, meine ich auch. Wahrscheinlich. Das war die Frage. Überall wachsen überall. Falsch. Habe ich schon Saplings gekriegt? Ja. Alter, diese Geräusche, wenn der Schnee kaputt geht, klingt halt so, als würde jemand durch den Schnee laufen. Wird ja direkt aufgeschreckt. Ja. Ja, was weiß ich, was hier durch den Schnee läuft. Hier sieht echt nix ausgerichtet. Ist ja absolut recht und hier spawnen einfach nix. Weiß. Geil. Das ist hier eine interessante Bergkonstruktion, die eigentlich ziemlich scheiße aussieht. Das ist kein Puma-Chat. Chat falsch! Puma? Entschuldigung, auf Puma. Im Schneebium. Genau, das war nämlich eine Ente. Gini. Gini? 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 Wie viel von dem Holz brauche ich denn eigentlich? Wie viel habe ich denn jetzt? Alle 48. Ah, ist doch schon gar nicht so wenig. Wo finde ich denn so einen Schmelzofen? Ich habe den bei einem der Dorfbewohner gesnackt. Ach, so ist das. Das war kein Smoker, ne? Nee, kein Smoker. Ein Schmelzofen. Meeting table. Das sieht ja auch crazy aus, da. Aua. Ah. Ich brauche einen Ofen. Bleib hier. Dümmlicherweise habe ich Peter mein ganzes Cobblestone gegeben. Willst du wieder was zurückhaben? Nein. Ich muss schon mal kurz schnell genug für den Ofen zusammenziehen. Ich habe kein Problem. Hui. Okay, habe ich noch Essen? Da geht es zur Neige mit der Food. Noch ein paar Äpfel. Ah ja, Knochen. Die müssen wir ja erstmal wieder hier fixen. Aber Brote. Richtig Brot. Ah, da ist auch noch Fleisch. Ah, bevor wir Brot essen, können wir erstmal Fleisch aufessen. Nein, jetzt wird das wieder dunkel. Alter, Andesit, Diorit. Gebt mir doch alle weg mit dem Scheuß. Marvin, ich weiß nicht, wovon du redest mit irgendwelchen neuen Bäumen. Ich nix wissen, ich nix verstehen. Ja, aber da liegt schon, ich habe so einen Mülleimer hier. Zack. Zack. Da. Granit braucht doch auch keine Sau, oder? Weg damit. Ja. Ich habe einen Hundi. Ich habe einen Hundi gekraut. Nenn den Hund falsch. Sehr guter Vorschlag. Die Setzlinge müssen zweimal zwei... Eigentlich müsste er richtig heißen. Bei Fichte? Ach, keine Ahnung. Hundi, komm mit. Kannst du den Hund bitte richtig nennen? Ja, ich habe ein Namensding. Ja. Der Chad hat vorgeschlagen, du sollst ihn falsch nennen. Nee, ich nenne ihn nicht falsch. Hallo! Sitz! Oh, ich liebe dich. Direkt misshandeln den Hund. Sitz! S! Diese emotionalen Höhen und Tiefen. Oh, ich liebe dich. S! Ah, Rechtsklick, okay. Okay, sehr gut. Fein, feini! Okay. Was würde ich denn jetzt hier machen? Ah ja, genau. Ich habe Fichten. So. Wie mache ich Falltreppen? Genau. So, dann nehme ich jetzt hier die Fichtenstämme. Mach Falltüren und nehme die Dunklen. Sorry, ich will... Warte, warte, warte. Sind das etwa... Och, glatter Stein. Ach, komm, ey. Nehmen wir erst mal so viel und gucken uns da dann. Wop, wop. Dankeschön. Wie kriegt man nochmal glatten Stein hin, Peter? Brenn. Brenn. Aber wenn ich Cobblestone brenne, dann kommt da Stein raus. Das ist glatter Stein. Und den nochmal brennen? Ach, Stone ist glatter Stein. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Glistering Melon Slice. Warum sollte ich das denn machen? Warum kann ich Goldner jetzt machen? Wofür war der Stone Cutter, Peter? Da kannst du Slaps draus machen, oder wie? Ja, kannst du mit dem Stein dann einfacher... Kannst du den Stein einfacher schneiden. Aber... Also, zieh doch normalerweise drei Steine, einfach um da halbe Steine draus zu machen. Also, verstehe ich nicht. Warum brauchst du da eine Säge für? Ja, du machst quasi... Was? Hey, du zieh mal einen Stein... Komm mal zu mir und zieh einen Stein in die Säge. Das erklärt sich am leichtesten. Oh Gott. Meine Bäume wachsen nicht. Sieht schon besser aus, Chat, würde ich sagen. Aber Chat, ich weiß, dass ihr das sagen müsst, weil ihr mir gesagt habt, ich soll Fichte holen. Deswegen seid ihr safe, nicht unabhängig. Sag mal, warum wächst Dark Oak nicht? Doch. Weil ich hab mit Knochenmehl nachgeholfen. Ja, ich hab 20 Knochenmehl gerade da reingeballert. Oh, dann ist irgendwas in der Nähe vielleicht, was doof ist. So weit vielleicht? Einmal zwei. Dark Oak nur zweimal. Ah! Okay. Ja, okay. Dankeschön. Oh Gott. Ist das bei Fichte genauso? Das heißt, du brauchst für einen Baum vier Setzlinge? Na, okay. Ja, genau. Du kriegst aber irgendwie auch einige raus. Ja, das wusste ich nicht. Fichte ist das nächste. Fichte, Fichte. Hier lange warten, dass die Maul wächst. Diese Monster. Ich muss gleich auch nochmal. Böge Monster. Ah! Sie kommen durch die Fenster. Was ist das für eine Schlaminerei hier? Das kann ja wohl hier nicht wahr sein. Okay, wir brauchen jetzt Glas. Aua! Fass! Ah, der greift mit an, ne? Macht so verrückte Sachen. Hol den dir! Der stirbt dann aber auch. Der, der, jetzt. Kill ihn! Als ob der gerade in mein Haus geflüchtet ist! Das sind dir die Geheimgänge. Als ob der die ganze Zeit geflüchtet! Ja, jetzt kommst du nicht mehr weiter, ne? Los! Los! Ja, komm. Ich hab dir geholfen. Hast du fein gemacht! Da! Ob du deinen Terrorhund auf die armen Zombies aufhetzt hier! Also mal. Ich hab ja nur die Hand. Mach der auch was, wenn ich dich jetzt haue? Ja, hier hau mich mal nicht! Hau mich mal nicht! Wo ist denn, ach so, genau. Wo ist die Sternsäge? Die Sternsäge. Ach so, die ist bei mir im Zelt. Ah ja. Wait. Wo bin ich denn hier eben durchgelaufen? Nein. Ach, ich brauchte ja Treppen dafür. Da war ein Stein rein. Aha. Ja, gut. Also, das spart aber auch Ressourcen, oder? Ne. Nicht? Hast du! Wo denn dir? Fein. Fein. Aber. Ach so. Klicken. Ja. Jawohl. Was war dat denn für'n Geräusch? Ach Peter, da ist ein ertrunkener, achso, der googelt. Klingt ja so wie die Frau-Zombie, die wir gehört haben. Nee. Frau-Zombie, wer ist das denn? Hallo Frau-Zombie. Wir haben Frau-Zombie gefunden, also nicht gefunden, aber gehört. Ist doch unfassbar hier. Leider, leider nicht gefunden. Ein-Chat-Der-Hund heißt nicht falsch. Nein, der heißt nicht falsch. Wenn ihr da denkt, dann denkt ihr falsch. Au. Nicht explodierbar. Nicht explodierbar. Das ist immer scheiße, ich hasse... Wieso werd ich hier die ganze Zeit gestresst davon und Sepp hat davon gar nichts? Ja. Ich hab jetzt auch mal endlich Fackeln platziert. Ich glaub Fackeln spawnen die mittlerweile. Das haben die alles geändert. Oh nein, jetzt hab ich ernsthaft den... Aua! Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Diese Hure. Du kriegst jetzt auch dein Fett weg! Wie er sprinten kann! Was spritten kann? Okay. Okay. Was lachst du denn da? Naja, so ist richtig. Alles gut. Alles gut. Fletching-Table. Alter, was sind denn das alles für Sachen? Wofür ist denn Fletching-Table? Sagt mir gar nichts. Fletching-Table. Damit kann ein Unemployed Villager zu einem Fletcher werden. Cool! Arbeitet der dann für dich? Also der wird dann quasi Trader. Nee, der arbeitet nicht für dich. Ach so. Nein, die haben unterschiedliche Trade-Level. Es gibt Trade-Level 1 bis 10. What? Okay. Also Trade-Slots sozusagen. Von Lobbis bis Master. Jeder nicht richtig verhungern lassen, ne? Hallo? Der ist doch gerade erst am Stissel. Wie schnell kann der Hunger haben? Weiß ich nicht. Hier bist du nicht richtig. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Nicht in die Säge. Ja das. Er ist nicht mit Intelligenz gesegnet. Aber ich liebe ihn trotzdem. Wie heißt er? Richtig. Ach richtig. Zu viel. Also Stone ist nicht Kletterstein. Ah, nur für ein Protokoll. Oh Gott. Falsch. Also richtig falsch. Nein. Falsch. Richtig. So rum. Meine Fresse. Falsch. 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 Ah, Smooth Stone. Haben wir hingekriegt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der blasst für ihn. Der blört für ihn. Das geht jetzt. Okay. Eigentlich ist das gleiche. So. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ab sofort gebe ich nur noch Werkzeug Material aus Eisen. Ja. Das ist auch richtig so. Das ist ja Füllefant sonst. Ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Ach ja. Nee. Essen. Alles gut. Ah ja. Boah. Ist ja schon wieder Tag. Holy shit. Aber ohne ist ja halt auch doof. Chat. Dann würde ich da lieber fast zumachen. Ehrlich gesagt. Ach. Ich weiß nicht. Hm. Und Entschlöße. Loy. Kann man Sugarcane mittlerweile nebeneinander aufstellen? Ach. Ne. Ne. Das waren Kakteen. Kakteen braucht einen Anplatz. Ah. Pass mal zu. Kakteen. Guck mal. Da haben sogar noch ein paar Glasscheiben raus. Wie viel Platz nach rechts und links durfte man haben bei einem Garten, wenn da Wasser durchläuft? Vier? Von dem Wasser aus? Mach mal einen Chat. Die sind sich da auch nicht einig. Vier. Die haben ja auch sechs und acht geschrieben. Vier. Kannste ausprobieren. Chat ist mal falsch. Vier. Fressen eigentlich die Tiere den Shit, den du anbaust? Ne. Genau. Konnte mein Schwerter jetzt reparieren, Peter? Du kannst Schwerter reparieren bestimmt, ja. Lass uns alles reparieren, glaube ich. Lass uns alles reparieren, glaube ich. Okay. Ich habe noch ein bisschen Sand geholt, das wir jetzt burnen, damit wir damit Glas machen. Teilen wir das mal auf vier auf, damit es schneller geht. Und damit unsere Glasscheiben zu beenden. Könnte man mit halben Stufen Wasser ein weiter fließen lassen? Jetzt? Oder nicht einen weiter, sondern komplett weiter fließen lassen? Nein. Ist das schon nicht so tief groß? Da verstehe ich nicht. Wieso fließt das dann weiter? Ja, Wasser fließt doch irgendwie vier oder fünf Felder. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Felder. Also ich weiß noch, bei dem Monster Spawner früher, da habe ich auch mal die Wasserfelder abgezählt. Da musste ich auch eine neue Stufe setzen. Ach. Was hast du denn neu gesetzt? Dann hast du eine neue Quelle gesetzt? Mhm. Ah, okay. Okay, oder ich setze einfach eine neue Quelle. Das ist genau so. Bist richtig. Okay, Chad, ich habe jetzt eine Idee, um meinen Fail noch irgendwie für mich zu benutzen. Und zwar will ich hier ein Spitzdach machen mit Treppen. Man könnte die äußere Schicht der Treppen in der Fichtenfarbe machen und ab dann mit der normalen Farbe weiterarbeiten. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das gut aussieht. Ähm. Das war schon mal falsch. Scheiße. Sollte kein Wasser in der Wohnung platzieren. Das endet nicht gut. Ey, fucking verschwinden dann alle, wa? Jep. Und wenn das einmal runterläuft, bis in deine Höhle, ganz nach unten, dann läuft das bis ganz unten. Ey, das ist scheiße. Falsch. Das war falsch. Ja, war wirklich falsch. Alter, Chad. Ich bin ja ein Spitzdach, Oberdulli. Ah, ich bin ja noch gar nicht... Wieso, was denn? Wieso, was denn, Peter? Das sah doch gar nicht so schlecht aus von hier. Ja, aber da kannst du doch trotzdem noch ein... Ja, aber da kannst du doch trotzdem noch ein Dach drüber machen. Ja, ne, pass auf, die Wand geht höher. Weil das wird eine Spitz... Ach, das sind schon Ziegel, sozusagen. Also, das ist schon Dach, was du da gemacht hast. Aber... Nee, das ist... Ja, das ist der Beginn vom Dach. Aber... Ich möchte mal sagen, dass ich aus einem Dark Oak Tree, wo ich vier Setzlinge für benutzt habe, ganze zwei wieder rausgekriegt habe. Was? Nachdem ich den jetzt abgebobbt habe. Das nenne ich mal pure Gönnung. Das ist ja sogar nicht so gut. Muss ich das jetzt hier auch mit Treppen machen? Nee, ich weiß gar nicht, ob ich hiervon überhaupt Treppen machen kann. Du brauchst eine Hoe, um Pflanzen anzubauen, ne? Ja. Das ist ja scheiße. Dark Oak ist echt mies für Setzlinge. Ja, super. Ich muss, dass ich mir eine komplette Inneneinrichtung daraus machen möchte. Ja, gut, dass mein ganzer Tempel daraus werden soll. Das ist belastend. Der Hase, ey, der ist immer noch hier drin. Voll geil. Ich weiß. Ja, der sieht irgendwie nicht richtig aus. Puh. Das sieht noch schlechter aus. Hm. 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 Ich möchte das hier gerne stufenmäßig machen. Aber ich weiß noch nicht, wie. Oh, so! Oh, so ist gut. Ah! So nicht. Wie hab ich das denn gemacht jetzt? Was war denn jetzt hier? Trick 17. Oh. Kann ich das hier auch schon so machen? Ach komm. Kann ich das hier auch schon so machen? Oh. Oh. Okay. Find ich ganz nice ein Stein. Oh, beträgt nicht. Ich dachte echt, das wär oben links. Ist auch noch oben links. Ne, oben links ist nicht richtig. Ist wahrscheinlich, aus welcher Richtung ich drauf gucke, wa? Ich jetzt so. So. Ja. Genau. Genau. Aber wie macht man das oben bündig, dass da quasi... ist halt am Schütten, ey. So. Slaps. Ich slap euch gleich, Chat. Also nicht mit Treppen. Also ich mein so... Oh, warte mal. Ja, das Problem ist, das ist ja sowieso noch nicht komplett richtig. Ich will den anderen Begriff versuchen zu vermeiden. Weil hier... Verbotenes Wort. Ja. Der Zustand, der nicht genannt werden soll. Mhm. Oh. Ach komm. Komm schon. Ach jetzt... Drop doch keinen Apfel, verdammt. Du brauchst keinen Apfel. Ich will Setzlinge. Ja. Einer. Na ja, da gibt's keine Viertelblöcke. Äh... Schalter. Äh... Das ist schwierig, geil zu finden in der Nacht gerade. Das ist schwierig, geil zu finden. Aber auf Anhieb find ich's schon ganz nice, so. Also da ist noch nicht ganz korrekt. Bist das so Doppeldach? Was denn? Oder ist das nur ein Test? Ist das nur ein Test? Also ziehst du das Dach über das ganze Haus? Oder machst du rechts und links? Also links höher und rechts ein kleines. Und links ein großes. Ja, das würde ich jetzt links nochmal so spiegeln. Ja. Ja, also zwei Dächer. Aber auf der anderen Seite auch quasi. Und dann gibt's in der Mitte so ein Ding, was dann durchzieht. Gehst du, Christian? Der braucht nichts zu mir, bei mir ist nix. Ich bin bisher nur unten beschäftigt. Und zwischendurch kann ich mal hoch Holz fahren. Aber Holz ist echt belastend, weil ich hab... Ich kann quasi kein Dark Oak mehr anbauen. Weil ich nicht mehr genug Setzlinge hab. Ich hab noch... Du wirst bei mir nicht alle mitgenommen, ne? Äh, ne. Ich hab noch fünf. Ja, das wird aber Minusgeschäft. Das ist dann... Oh, lol! Ne, ich hab wieder vier. Ha! Das ist erstmal nicht schlimm, Christian. Ich investier ja auch, also... Ah, ne, warte. Ja. Ja, weil ich bau die halt sofort ab, sobald die gewachsen sind. Ja, aber du bist ja dann ja auch wieder welche überhaben, oder nicht? Ja, wie gesagt, bisher ist das ein Minusgeschäft. Gucken wir mal. Ach, Quatsch. So, Chat, können wir uns jetzt wieder... Können wir uns jetzt wieder vernünftig unterhalten? Was ist denn das Problem bei dir? Oder sind wir noch im falschen Modus? Ne, ich hab kein Problem. Du hast gehen können. Ach, komm! Wart'n los! Ja, hier ist Zombie Boy. Ja, gerade muss ich sagen, hab ich auch ein bisschen Glück, Ruhe zu haben. Aber... Ich glaub, die sind alle bei mir. Aua, der hat Damage gemacht. Junge, Junge, Junge. Ist der Sand fertig? Ich muss mal Fenster reinmachen. Ist ja nicht mehr feierlich. Und die Wichser alle bei mir spawnen. Ach, den... Ne. Ist ja auch eine Steinsäge. Ne. Ja, bescheuert. Mit Rechtsklick halten, dann kann man Items recht gleichmäßig aufteilen. Ja, hab ich nicht Rechtsklick gehalten. So, wir machen jetzt hier mal die Fenster rein. Wobei hier... Ah. Ah, komm. Okay. Fenster sind fertig quasi. Da oben müsst ihr euch auch Fenster drin vorstellen. Beziehungsweise müsst ihr nicht. Denn... Ich baue einfach. So. Ich baue mir mal wieder ab. Jetzt kommt wieder die Treppenmauer. Hm. Die so ein bisschen tricky ist. Ich muss mal was essen. Hab ich noch was zu essen? Ach, scheiße. Mach ich denn eine Falltür auf eine Leiter drauf? Ich möchte ja quasi mit der Leiter aus der Falltür raus. Mach doch erst die Falltür oben auf das Loch und dann kommst du von unten mit der Leiter an. Oder geht das nicht? Oder mit Shift? Shift? Blöcke drumrum. Aua. Aua, Junge. Aua. Peter, bist du reingegangen oder so? Wie reingegangen? Ach, Falltür zählt als Leiter. Okay, danke. Jetzt geh ich hier los. Nee. Scheiße hier. Problem. Okay. Aua. Habe ich da einen zu früh angesetzt? Moment. Was machst du denn hier? Oh. Moment. Mach ich das hier? Da ist über dem Block ein halber Block. Nee, das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Habe ich da nicht zu früh angesetzt. Wollen wir mal kurz gucken. Aber ich habe hier potenziell schon so, 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 so. Ja, das ist richtig. Hä? Was ist falsch? Ah, da ist falsch. Ah. Die Fenster hatten wir da eins und da eins. so, so jetzt müssen wir wieder oben drauf, damit wir quasi noch die andere bündige Nummer machen ich habe irgendwas von Baugerüsten gelesen das muss man auch wieder beantragen beim Bauamt das ist irgendwas mit Baumwurz oder so ich weiß es nicht mehr, es soll Baugerüste geben die alles irgendwie einfacher machen, keine Ahnung ach komm ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr so ich finde es ganz geil das ziehen wir nach hinten und dann kommt quasi kommt in der Mitte so ein Ding also das ziehen wir jetzt quasi nach hinten und dann ziehen wir so ein Ding drüber irgendwie weiß noch nicht so hundertprozentig wie ne, rechts ist nicht falsch, das ist nur die Perspektive glaube ich ach so ne, stimmt ganz rechts außen da ist irgendwas nicht nicht korrekt das sah aber korrekt aus ne, scheiße uh, stimmt wo ich das hier gerade finde ich bin mal gespannt ob man, also ob man noch so alles aus Redstone machen kann das wäre auch mal wieder schön ich komm mal gucken lieber Peter was du so machst uh, ist das schon richtig schick sieht schon gut aus das ist mal Neisigkeit ja, so so ist richtig okay Lob wird auch überbewertet, ich weiß ich habe doch Danke gesagt was ist nicht angekommen im TS ne, ne das ist irgendwie nicht angekommen ich glaube das ist falsch voll nice was ist los ach nix Diamonds die wollen wir mal bei Christian gucken Diamonds are forever das Wasser sieht echt hübsch aus Christian, durch welche Tür geht man bei dir denn rein? durch die linke oder die rechte? äh, was? wo rein? also, das kommt doch an, wo du hin willst also, reingehen kannst du nicht bei der Tür ach so, das eine ist, das eine ist noch der Bau okay das andere ist ey, Sepp hast du mich hier gerade hart getrollt oder was? also, hab ich dich jetzt hart getrollt äh, wo kam das her? was habe ich denn jetzt gemacht? ich habe kein Bauschild gemacht, Peter ne vielleicht war es auch Christian alter, dein Hund guckt nicht so glücklich ja doch, dem geht's gut komm, komm, komm mit komm mit der ist easy ich habe auch einen Apfel für dich ich mache dich auch Vegetarier hier mh, lecker Apfel hier brauchen wir dann ja gar keinen Steinblock mehr, oder? ne hier kommt ein Holzblock hin sicher, Peter ähm ist das gewollt, dass es hier reinregnet? ich habe ja noch guck ich glaube, Peter baut gerade der Dach, wenn ich mir das so angucke ach so dieses Stück äh, schön, aber Peter muss ich nie gucken gehen, das sehe ich immer da, ich sehe das, was du da tust er redet nicht also nein dieses Stück uh, wir tun hier, aha oho, warte mal war das nicht früher so, dass bei Redstone die Chance für Lavarus ist? äh, wie war das noch? äh, der Chat ist sehr erregt ja, ja, ich bin auch erregt ich stelle mir nämlich den Chat nackt vor uh ach komm wieso machst du da jetzt eigentlich wieder eine andere Holzfarbe? das sieht irgendwie komisch aus das wird die Holz, äh, Hauptholzphase äh, Farbe mein Gott das ist nur ein Außenrand äh? und oben drauf kommt dann Stroh, oder was? nein aber Stroh würde echt gut aussehen äh, der ist schon bei dir im Kopf überall okay, der Chat hätte gerne, dass ich hier noch Stein hinten mache und oben drauf eine halbe Steinplatte hab ich gelesen schalte ich mich gegen ne, ich guck mal ne, ihr wollt nicht eine halbe Steinplatte da oben drauf eine halbe Holzplatte so, wie mach ich denn eine halbe Holzplatte? ich check mal hab überhaupt noch Holz oh, jetzt geht die Musik wieder an was ist da los? hab kein Holz, Chat können wir nicht machen das ist impossible Chat, hatten wir nicht am Anfang den Deal? wenn wir Fragen stellen dann antwortet ihr und ihr sagt nicht, was wir die ganze Zeit tun sollen Chat, ihr haltet euch nicht an den Deal wie sowas sollst du machen? tausend Dinge geh zu Christian fütter den Hund mach mal die Tür so ich hab noch nix gemacht, Chat ich bin die ganze Zeit unten also ihr könnt euch gerne meine meine Minenschächte angucken oder mein Dreckloch weil ich noch komplett aushöhlen muss Dreck? was hast du da eigentlich geplant? das oder 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 hast du jetzt oder wäre viel größer hmm 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 them habe ich hier auch gerne wie viel bringt jetzt gescheitlich Brauchen Tiere eigentlich irgendwie so Sand als Untergrund oder reicht denen auch einfach Stein und Kälte? Tiere brauchen glaube ich eher sowas wie Gras, das die fressen können. Sand? Sand ist, nein. Also ich weiß, vielleicht überlegen die auch auf Sand, keine Ahnung. Nee, auf Stein, so glatter Cobblestone. So Schafe und so ein Kram, die brauchten früher immer hier Gras. Ja, aber so Schweine oder so, dann nicht. Ich spüre das mal. Vielleicht reicht denen auch so eine Ecke. Die haben das ja auch immer weggefressen. Ja, das stimmt. Das weiß ich auch nicht. Die essen, aber ob die das halt brauchen so. Das werde ich in einem Versuch eruieren. Heiß, heiß! Kann man machen. Ach komm, hier ist ein Riesen-Lava-See. Oh man, das sind nur scheiße Eisen. Hast du schon die ausgefunden, Christian? Ja. Okay. In der Tat. Cool. Kann man machen, hat man ja noch ein Riesen-Lava-See. Ja, das soll passieren. Also ich bin ja eh nicht der Erste, der stimmt. Nee, die Nummer ist durch. Das ist wie bei Modern Warfare, weißt du? 12.0 kann nicht mehr passieren. Das ist scheißegal. Wahrscheinlich ein tiefer Lava-See zu sein. Ich kann da nirgendwo Blöcke rein platzieren. Was ist das denn? Holy shit. Sieht gut aus. Okay, jetzt gehen wir zum Ende noch kurz bei Christian vorbei. Ich finde, ich war ja auch gerade da. Ich finde es gut, dass der Chad unbedingt bei Christian vorbeigucken möchte. Nachdem Christian gesagt hat, dass... Da gibt es nix. Christian ist noch preparing. Das wird auch ein bisschen dauern. Guck hier, Chad. Wunderschönes Zuhause. Außer du lässt mein Herz auf. Das ist nicht Christian! Ah! Jetzt macht er erst mal Christian. Das ist halt Zuhause kaputt. Ey, da ist das Gelände. Das kannst du doch kaputt machen, Peter. Nee, ich hatte Angst. Hast du kein Schild? Nee. Oh Mann. Ja, wo bist du denn? Bist du nicht da? Ja, ich? Ja. Ich bin ganz unten. Ich bin gerade auf Höhe, äh... Christian die ganze Zeit erzählen, wie er am Lava sehr abchillt. Ach so. Ja, guck, Chad. Haben wir ja alles gesehen. Ich baue mich gerade über so einen gruschen Lavasee und hoffe, dass ich da nicht reinfallen werde. Sieht doch schön aus hier, weil wir bisher produziert haben. Ich find's gut. War ein schöner erster Stream. Ich muss grad sagen, weißt du, so für das erste Mal haben wir eine Menge geschafft. Ja. Wir haben richtig viel geschafft. Wir sind richtig stolz auf uns. War mega gut. Jeder hat sein halbes Haus schon fertig. Morgen ist er fertig. Ja. Ja, das ist vorbei. Dann geh ich auch gleich. Hab ich keinen Bock mehr. Ähm, das war sehr cool. Wann machen wir weiter? Morgen. Morgen. Sehr gut. Morgen 19 Uhr. Haben wir zumindest uns überlegt. So, wenn wir zumindest da sind. Oh Gott, was sind die alle? Zuschauerlust haben, dann können sie ja selber dann gucken. So, dann gehe ich hier mal in groß wieder. Ich möchte mich vielmals bei euch heute bedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor allen Dingen bei den Leuten, die falsch uns heute unterstützt haben mit Subs oder mit Trinkgeld. Natürlich ganz herzlich bei den Mods. Ich muss noch falsch auf die Blacklist setzen. Morgen geht's weiter. Was habt ihr dann davon? War heute sehr entspannt. Sehr ruhig. Sehr genauso, wie ich mir das vorgestellt hab, wenn ich ganz ehrlich bin. Wobei, wir hatten auch echt viel Action, ne? wir haben hier Spawner gefunden und freigelegt. Das war schon cool. Ja, wir sind Action gemacht. Heute raiden wir, weil heute das Best of erschienen ist. Mango. Mango? Äh, Mango. Mango hat er sich verdient. 15. Februar, das Best of Januar. Der ist am streamen? Ja, das war ganz gut. Muss man sagen. Hey, du hast das Best of Januar schon gesehen? Nee, das ist der... Jahres, meinst du? Das Jahres-Best of haben wir doch geguckt und 15, nee, 10 Jahre. Ja, stimmt. Hat er wirklich cool gemacht. Also, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen. Ich schicke euch jetzt rüber und vielleicht bis morgen. Haut rein. Tschüss. Gute Nacht. Jetzt bin ich in einem Riss. Ich komme hier nicht mehr raus. Puh, Mensch.